Diese Folge wurde am 28. September 2023 aufgenommen. Heute zu Gast ist die Physikerin, Philosophin, Klimatologin, Mutter der Zuordnungsforschung, IPCC-Klimaberichtsleitautorin, Bestsellerautorin, Klimadetektivin und bald... So kommen wir übrigens auf unsere Länge. Die Antwort auf den Klimawandel ist nicht nuklearer Energie. Wenn man aus der Schule kommt, hat man überhaupt keine Vorstellung, was Mathematik eigentlich ist. Also solange wir die Anzahl der Treibhausgase in der Atmosphäre erhöhen, solange wird die Atmosphäre wärmer werden. Der Klimawandel ist deswegen ein Problem, weil er die Lebensgrundlage, um das jetzt mal ganz platt zu sagen, armer Menschen zerstört. Sämtliche Wirtschaftswissenschaftler werden Pieps beleidigt, die machen nämlich also nur Schuhe und nur Schuhe. KlimawissenschaftlerInnen, was die sich oft anhören müssen. Ja, also ich kann das nie mitbedenken, der das nicht machen möchte. Glauben Sie, dass wir Menschen das überleben werden? Ja, also als Menschheit auf alle Fälle. Ja? Ja. Ich bin gerne in Großbritannien, aber nicht der Politik-Bing. Nichts gegen Eisbären. Aber ich meine, wenn am Ende des Monats kein Geld übrig ist, dann ist mir der Eisbär egal. Hallo, hier ist alles gesagt. Der unendliche Podcast von ZEIT und ZEIT Magazin, der erst zu Ende ist, wenn unsere Gästin das Schlusswort sagt. Und mit hier im Studio ist, wie immer, der Chefredakteur von ZEIT Online, Jochen Wegner. Und die andere Stimme, die Sie gehört haben, ist Christoph Ahmend, der Editorial Director des ZEIT Magazins. Und heute zu Gast ist die Physikerin, Philosophin, Klimatologin, Mutter der Zuordnungsforschung, IPCC-Klimaberichtsleitautorin, Bestsellerautorin, Klimadetektivin und bald mit dem Deutschen Umweltpreis ausgezeichnete Friederike Otto. Herzlich willkommen. Dankeschön. Herzlich willkommen. Wir haben lange dran gearbeitet, also schon mehr als ein Jahr, glaube ich, jetzt dran gearbeitet, dass das endlich klappt. Sie sind nie in Deutschland. Ich meine, Sie stimmen nicht ganz, aber jetzt wieder öfter und so, aber es war ganz schwer. Wir wären auch nach London gekommen, hat dann auch nicht geklappt. Wir sind wirklich sehr froh, dass Sie hier sind. Und Sie sind extra früh aufgestanden, aber Sie sind auch laufen gegangen heute Morgen, haben Sie gerade kurz vor der Aufzeichnung verraten, vor dem Abflug. Aber das ist tatsächlich, sonst funktioniere ich nicht. Ich gehe jeden Morgen, bevor ich irgendwas anderes mache, gehe ich eine Stunde mit meinem Hund rennen. Der Hund rennt mit? Ja. Selbe Geschwindigkeit. Was ist das für ein Hund, wollen wir natürlich sofort wissen, der so lange rennt? Das ist ein Collie-Labrador-Mix, namens Skylar. Okay. Und der kann das? Die kann das. Ich habe nie Hunde gehabt, ich weiß gar nicht. Ich dachte, die sind so schnell schlapp, außer diese Windhunde oder diese Huskis. Ja, also ich meine, es ist ja jetzt halt maximal eine Stunde. Es ist ja nicht Marathon oder so. Aber man muss das erklären, also Sie sind wirklich um fünf aufgestanden oder so? Naja, also ich bin um vier nach englischer Zeit aufgestanden. Okay, wow. Dann eine Stunde joggen und dann gemütlich zum Flughafen. So ungefähr, ja. Ja, wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Und wie immer wird diese Folge auch produziert von der Gastgeberin hier, von Maria Lorenz-Bokelberg von Polatis. Recherche und Archivredaktion haben diesmal Hannah Schramen, Anna Meinecke und Vincent Mank übernommen. Und ich muss unbedingt noch sagen, dass man, wenn man diesen Podcast hört, das neue Alles gesagt, Kompendium Teil 1 mit den tollsten Interviews der ersten Jahre dieses Podcasts erwerben kann. Gerade bei Kiwi erschienen unter shop.zeit.de slash Allesgesagt. Und Christoph und ich haben einen riesigen Stapel von diesen Dingern. Ich meine, es wären 250. Nee, das war, glaube ich, noch mehr. Ich glaube, es waren 500. Also es war jedenfalls so, dass das ganze Büro tagelang blockiert war mit so einem riesigen Berg von Papier. Wir haben kurz eingeladen worden nach dem Motto, könnt ihr diese paar Bücher signieren? Könnt ihr diese Bücher signieren? Dann sitzt man da. Und das haben wir dann gemacht. Und es gibt auch einen neuen Jahreskalender mit den besten Zitaten. Auch da haben wir eine ungenannte Anzahl von Kalendern signiert. Ich werde es nie wieder machen. Das ist Wahnsinn. Ich glaube, es waren auch so 500 oder so. Ja, Sascha Lobo haben wir, glaube ich, schon mal besprochen. Hat ja mal seine gesamte Erstauflage signiert. Das waren, glaube ich, 5000 Bücher mit so einem extra gekauften, teuren Füller. Ich glaube, der hat da, ich weiß nicht, wie lange der da gesetzt. Ja, er muss Geduld haben. Jawohl. Und Ausdauer. Was wir nicht vergessen sollten, professionellerweise, ist das Schlusswort. Ja. Es gibt ein kleines Ritual in diesem Podcast. Er endet nicht. Es sei denn, Sie sagen ein Wort, das Sie selbst festlegen. Und dann endet er sofort. Die Schlussmusik ertönt und alle gehen nach Hause. Wir werden nach Hause gebeamt. Ja. Aus dem Studio raus. Jetzt wollen wir natürlich, also sozusagen, vielleicht haben Sie schon davon gehört, wenn auch nicht, wir geben auch gerne Hilfestellung, was ein gutes Schlusswort ist, was ein schlechtes Schlusswort ist. Hätten Sie eine Idee für ein Schlusswort? Ich habe eine Idee. Ha. Ich würde Fagus Silvatica nehmen. Klingt in meinen Ohren erstmal nach einem perfekten Schlusswort. Also das ist der lateinische Name der Common Beach, der gewöhnlichen Buche. Ah. Habe ich jetzt in meinem Fragenkatalog nicht drin. Ja. Bisher. Oder bei dir? Ich glaube nicht, dass es ein Wort ist, das ich aus Versehen sage. Okay. Das klingt super. Ich habe mir denn morgen viel Mühe gegeben ist, wenn ich mir den Morgen viel Mühe gegeben ist und nicht zu vergessen. Ich kann gleich noch qualifizieren. Ich kann gleich noch qualifizieren, warum, aber… Habe ich bei uns gelesen, Grüße an Stefan Schmidt mit Fredi unterschreibt. Machen Sie das eigentlich noch? Naja, ja. Auch wenn man so einen Umweltpreis kriegt und sagt, danke Fredi. Ich würde es jetzt Fredi aussprechen, da ich ja seit zwölf Jahren in England lebe und kein Mensch, also ich meine, schon Deutsche haben Schwierigkeiten, Friederike auszusprechen und bei Englandern ist es dann, ja, seitdem bin ich Fredi. Fredi war mein Spitzname in der Schule und die Schreibweise habe ich beibehalten, aber ja. Gab es verschiedene Varianten bei Friederike im Laufe ihrer Kindheit und Jugend, weil es wird ja auch mal mit Rieke… Als kleines Kind war es Hidde. Hidde? Hidde. Das habe ich noch nie gehört. Ja, das, so die ersten, weiß nicht, sechs, sieben Jahre oder so, war ich nur Hidde. Woher kam Hidde? Ich glaube, das war ein Versuch von mir, Friederike auszusprechen und dann am Rieke hängen zu bleiben und dann es in Hidde zu verwandeln. Ich dachte, das sei vielleicht so ein norddeutscher… Nee, ich glaube, das war eine Eigenkreation, aber also wenn meine Mama jetzt zuhört, kann sie das vielleicht später korrigieren. Okay, wir nehmen Korrekturen gerne entgegen. Aber irgendwann fand ich das dann blöd und dann… Ja, kam Freddy. Und dann kam Freddy, ja. Wir sagen es immer, wir machen Fehler bei der Vorstellung, entweder weil wir bescheuert sind, so wie ich, oder weil die Quellen sich durchkreuzen, das Gegenteil behaupten voneinander oder weil völlig falsche Sachen im Umlauf sind oder weil wir es einfach nicht genau wissen. Also deswegen, wenn Sie irgendwas Falsches hören, einfach sofort… Bitte dementieren, nicht einfach so weglächeln. Sofort reingelächeln. Nicht zu höflich sein. Der Fredi wieder falsch ausgesprochen, das kann man ja einmal richtig sagen jetzt. Also wirklich gerne. 82 in Kiel geboren, deswegen kam ich auf, vielleicht ist das ja ein nordischer Slang. Ich habe es schon gesagt, Physikerin, Klimatologin… Fingst du wieder von vorne an jetzt? Nee, nee, gut. Und jetzt gerade in London tätig, am Imperial College. Das ist korrekt, ja. Ob die Klimatologin so korrekt ist, darüber können wir später nochmal sprechen. Ah, wieso? Aber ist so Eingewanderte. Das ist so Eingewandert, weil es halt, naja, ich habe halt nie… Das ist nicht offiziell. …Klimatologie oder Meteorologie oder Atmospheric Physics oder irgend sowas studiert, sondern ich habe das eigentlich on the job gelernt. Und wenn man Klimatologin sagt, klingt das immer so, als wäre das meine Ausbildung. Aber da das halt… Naja, da die meisten Leute nicht Physikerin und Philosophin, die sich jetzt aber mit Klimawissenschaften beschäftigt, sagen wollen, hat sich das so eingewandert. Das heißt, es hat irgendwann mal jemand Ihnen aufgeklebt, die Klimatologin? Ja. Können Sie sich noch an den Moment erinnern? Nee. Anfangs habe ich immer noch, wenn Journalisten das in Artikel geschrieben haben, habe ich immer noch gesagt, hm, also eigentlich, das habe ich irgendwann aufgegeben. Ich meine, es bezeichnet ja schon im Kern das, was ich mache. Wir wissen, das haben wir, also normalerweise versuchen wir immer mit unseren Gästinnen so gut wie nicht zu sprechen vorher, damit wir alles on tape haben, was wir an interessanter Konverse haben. Sie waren aber so früh da, dass wir zehn Minuten höflich sprechen mussten vorher und dann ist mir so rausgerutscht, das wollte ich natürlich als… Musste ich irgendwas sagen? Sorry, eigentlich bin ich mit Awkward Silence ganz gut dabei, deswegen will ich das machen. Okay, ja, verdammt. Und das Hauptproblem ist ja, man würde ja über das Wetter reden, aber das wollte ich auf keinen Fall, in diesem Fall ja auch gar nicht, wie draußen. Es ist übrigens ein sehr schöner, warmer Tag. Wir nehmen auf am 28. September, Ausrufezeichen, 2023. Und mehrere Leute haben mir heute schon gesagt, ohne Witz, meine ganzen Nachbarn auf dem Land. Und das ist ein sehr warmer Oktober, das ist dieser Klimawandel. Dazu gleich, dazu gleich. Sie sind in einem Sozi-Haushalt aufgewachsen, haben Sie mal gesagt. Sonst wissen wir eigentlich nur, dass Ihre Eltern existieren und in Kiel sind. Und mehr wissen wir nicht. Also, naja, mein Vater existiert schon seit zehn Jahren nicht mehr. Wir wissen es einfach nicht. Ja, ja, also mein Vater ist vor, ja, im Oktober 2013 verstorben. Aber meine Mutter, ja, meine Mutter lebt in Kiel. Also, über die können wir gerne reden. Das ist eigentlich kein Geheimnis. Das ist deswegen so interessant, weil das, also sozusagen, manchmal meldet sich ja die Recherche und sagt, es gibt wenig bis nichts über Ihr Privatleben und wir sind da extrem vorsichtig und würden das nie tangieren. Aber wenn Sie schon, was haben Ihre Eltern gemacht, also was hat Ihr Vater gemacht, was macht Ihre Mutter so? Mein Vater wollte eigentlich, glaube ich, gern Journalist oder Physiker werden, hat aber Biologie studiert. Aber Ihnen Physik nahegelegt später. Und er hat mich dann überredet, Physik zu studieren. Ja, er hat Biologie studiert, in Botanik promoviert und hat dann aber sein ganzes Berufsleben lang in der Administration der Uni Kiel gearbeitet. Aha. Ja, also das ist so die Kurzfassung. Und Ihre Mutter? Und meine Mutter war, ist jetzt seit, ja, seit zehn Jahren pensioniert, aber Lehrerin für Englisch und Russisch und hat am Gymnasium Englisch und Russisch unterrichtet, arbeitet aber immer noch. Dass sie pensioniert ist, merkt man eigentlich nicht. Also sie hat schon, ja, also sobald sie pensioniert war, wenn nicht schon früher angefangen, deutsche Ausländer zu unterrichten. Und naja, dadurch, dass sie halt fließend Russisch spricht, ist es seit des Ukraine-Kriegs natürlich noch viel gefragter und noch viel nützlicher, dass sie das machen kann. Insofern war sie dann jetzt auch wieder an der Schule und hat tatsächlich dann an der Schule ukrainischen Kindern Deutsch beigebracht, also an ihrer alten Schule. Ich glaube, sie hat sich geweigert, das dieses Jahr wiederzumachen. Ich glaube, sie hat gesagt, jetzt bin ich 75, jetzt habe ich keine Lust mehr. Aber toll, dass sie das gemacht hat. Also sie macht es nach wie vor mit Abendkursen und so. Dann ist es ja umso schlimmer, wenn Sie aus einem Haushalt kommen, wo so Akademiker leben. Also es gibt so einen Running Gag, was auch immer in diesem Podcast. Wir fragen ja immer nach der Abinote oder wenn die irgendwie überliefert ist, müssen wir unbedingt darüber sprechen, falls Leute Abitur gemacht haben. Ihr Abi ist wirklich, also ich habe schon mal bessere Noten gehört in diesem Podcast. Es ist 3,0 gewesen. Sie reden da auch offen drüber. Also Sie haben das verwunden. Und das haben Sie, glaube ich, auch schon öfter erwähnt, war der eigentliche Grund, warum Sie Physik studiert haben und Ihr Vater Ihnen geraten hat, naja, also mit, ich weiß jetzt nicht, welche in C-Fächer sonst infrage gekommen wären. Naja, also ich meine, das Einzige, was so infrage kam, war eben Physik oder Ingenieurswissenschaften. Und ich hätte sehr gerne Geschichte studieren wollen, aber da hätte mein Abi eben besser sein müssen. Da hätte ich halt. Und deswegen habe ich mich dann halt überreden lassen und gesagt, naja gut, dann fange ich halt erst mal mit Physik an. Ich kann ja dann immer noch wechseln oder ich kann ja dann immer noch was anderes machen, wenn mir was Besseres einfällt. Mir ist aber nichts Besseres eingefallen. Und warum Geschichte? Das, ja, weil es mich eigentlich, weil es mich einfach interessiert, weil ich, also auch die Idee, ich glaube, weil ich auch einfach die Idee im Archiv zu sitzen und alte Texte zu lesen und Sachen rauszufinden, das fand ich, glaube ich, sehr romantisch. Ich bin inzwischen, glaube ich, ganz froh, dass ich das nicht gemacht habe. Ich glaube nicht, dass ich so wahnsinnig gut da drin gewesen wäre, aber. Warum nicht? Ja, also ich meine, ich habe auch mit dem, was ich jetzt mache, so wirklich reingefunden und wirklich anzufangen, was Sinnvolles zu machen, habe ich, als ich in einem Büro war, mit ganz vielen verschiedenen Leuten, also von allen möglichen unterschiedlichen Ebenen, also von Professoren zu Masterstudenten, Doktoranden, die halt ständig über alles Mögliche geredet haben und Ideen ausgetauscht haben. Und da habe ich erst so richtig angefangen, selber nachzudenken. Und ich glaube, ja, wenn im Geschichtsstudium, wenn das jetzt zum Beispiel so ähnlich wäre, ich weiß es natürlich nicht, aber wie die Philosophie, dass man halt im Wesentlichen alleine mit seinen Büchern sitzt, dann, keine Ahnung, dann hätte es vielleicht noch 20 Jahre gedauert, bis ich damit angefangen hätte. Wie war denn das eigentlich, also ich habe auch Physik studiert, allerdings war noch länger her und habe deswegen gestern noch extra nochmal nachgelesen, wie sich eigentlich die Studierendenzahlen entwickelt haben und zwar vor allem die Genderquoten haben mich natürlich interessiert. Das ist nicht, also es ist, glaube ich, besser geworden, aber nicht erheblich. Also als ich anfing, waren in meinem Studiengang und wir waren echt viele, also bestimmt 200, 300 Erstsemester, riesiger Hörsaal, Physik in Bonn und da waren, ich würde mal sagen, fünf bis zehn Frauen, wenn überhaupt. Ja, also das war in Potsdam, also als ich angefangen habe, auch nicht anders. Also ich meine, Potsdam ist halt ein bisschen kleinere Uni, insofern waren es im Erstsemester waren es vielleicht so 100 Studenten und ja, also ich würde mal sagen, da waren höchstens zehn Frauen dabei, wenn nicht weniger. Ich meine, von denen, der Jahrgang ist auch ganz, ganz schnell geschrumpft, also da haben ganz viele in den ersten zwei Semestern aufgehört. Und ich glaube, von den Leuten, mit denen ich angefangen habe, haben dann vielleicht zehn Leute insgesamt das Diplom gemacht. Warum brechen so viele Physik ab, weil es so schwierig ist? Vielleicht nicht exakt zehn, aber so, das ist die Größenordnung. Weil es so schwierig ist, deswegen brechen viele ab oder warum? Ja, ich glaube einfach, weil man, weil man überhaupt, also zumindest mir ging das so und ich glaube vielen anderen auch, wenn man aus der Schule kommt, hat man überhaupt keine Vorstellung, was Mathematik eigentlich ist. Also zumindest, also da ich ja in Potsdam studiert habe, waren eine ganze Menge Studenten, die so aus Brandenburg, Thüringen, Sachsen und so kamen. Also ich glaube, in Ostdeutschland war der Mathematikunterricht deutlich besser. Also die hatten von vielen, vielen Sachen, von denen ich niemals was gehört hatte, zumindest schon mal was gehört, aber ja, also für Leute wie ich, die halt in westdeutschen Bundesländern zur Schule gegangen sind, war eben, ich wusste nicht, dass es überhaupt dieses ganze Beweisen von Sachen oder diese theoretischen Sachen gibt. Und ich meine, das ist erstmal ein Schock. Und naja, ich meine, wie gesagt, ich habe das weitergemacht, weil mir nichts Besseres einfiel. Aber andere Leute fiel vielleicht was Besseres ein. Jetzt müssen wir nur mal unsere Erfahrungen kurz abgleichen, weil mich wahnsinnig interessiert. Wenn man da so rein stolpert, also ein weiterer Punkt, der mich schockiert hat, ist, man merkt, wie dumm man ist. Also man, bestimmt merkt man das in Germanistik genauso. Man merkt es im ersten Semester. Man sitzt da drin und in der zweiten Stunde, Prof stellt eine Frage, du weißt, er hat über 80 Tafeln irgendwas bewiesen. Und dann zeigt jemand auf und sagt, Moment, da oben muss das nicht D-Teta nach D-V heißen auf der vierten Tafel. Und alle hinten so, oh, oh. Und der Professor, ja, Sie haben recht und wischt das so weg. Und dann denkst du, du bist hier einfach nicht gewünscht, weil du bist, du kannst, du wirst nie dieses Level erreichen. Und das war auch so. Also bei mir. Bei mir war das so. Bei Ihnen, naja, aber Sie sind eine Star-Forscherin. Ja, aber keine Mathematikerin. Okay. Also es gab auch dieses, man fühlt sich plötzlich so winzig. Bei mir war das genau das Gleiche. Es gab halt die drei, vier Leute in der ersten Reihe, die dann genau das. Wie hießen die? Die dann genau das gemacht haben. Also ja, ich wusste überhaupt nicht, was denn dieses Formelzeichen da, worum es eigentlich ging oder was das bedeuten sollte, geschweige denn, dass ich irgendwie hätte sagen können, ob das Wortzeichen richtig oder falsch ist. Ja, das ging mir ganz genauso. Und wie war das dann mit der Philosophie? Also sozusagen, Sie haben ja beides gemacht und haben dann auch, nicht eigentlich, sondern in Philosophie promoviert, also quasi über erkenntnistheoretische Frage, über die wir bestimmt gleich noch sprechen. Wie kamen Sie denn da dazu? Also ich habe angefangen, Physik zu studieren und habe dann halt, naja, im Grundstudium die ersten vier Semester macht man halt unglaublich viel Mathe und hat dann Experimentalphysik und Theoretische Physik. Und Mathe fand ich zwar interessant, aber ich hatte das Gefühl da, also das ist hoffnungslos, dass ich da jemals, jemals mehr schaffe, als die Klausur gerade so zu bestehen. Experimentalphysik hat mir nicht besonders viel Spaß gemacht, also so, ja, mit Sachen rumbasteln ist nicht meins, aber Theoretische Physik, also vor allem Quantenmechanik und solche Sachen, das fand ich wirklich spannend, das fand ich interessant, aber eben die Fragen, die man da stellt, das ist ja im Prinzip Philosophie. Und viele der Physiker, die eben die Quantenmechanik sozusagen mit erfunden haben, haben dann auch Bücher geschrieben, philosophische Bücher oder, ja, und die habe ich dann gelesen und das fand, da habe ich gedacht, das ist das eigentlich, was mich richtig interessiert. Und dann habe ich angefangen, mich in Philosophie-Vorlesungen reinzusetzen und dann habe ich gesagt nach einer Weile, naja, wenn ich jetzt sowieso da drin sitze, dann kann ich das auch richtig studieren und habe dann, nachdem ich das Grundstudium Physik fertig hatte, habe ich dann ein Doppelstudium angefangen, sodass ich dann eben auch Philosophie studiert habe, also auch die ganzen Scheine gemacht. Und ich hätte dann eben, nachdem ich meine Diplom-Arbeit fertig hatte, war ich dann auch mit dem Philosophie-Studium soweit fertig, dass ich nur die Magisterarbeit noch hätte schreiben müssen, um dann Philosophie-Magister zu kriegen. Und dann habe ich gedacht, also irgendwie, wenn ich jetzt zwei gleichwertige Abschlüsse habe, ist auch doof. Und habe deswegen dann beschlossen, dass ich in Philosophie eben promoviere. Ohne den Magister zu machen. Ohne den Magister zu machen. Ich habe den Magister nicht gemacht. Für mich ist das ja, also bevor wir diesen Podcast vor vielen Jahren begonnen haben, war mir zum Beispiel überhaupt nicht klar, diese Nähe zwischen Physik und Philosophie. Also seitdem weiß ich es, weil hier sitzt ja noch jemand, der Physik und Philosophie studiert hat. Was ist die Nähe? Wie viel Zeit haben wir eigentlich, Christoph? Ja, so viel Zeit, wie unsere Gästin hat. Aber das müssen wir echt, weil mir geht natürlich das Herz auf. Also Quantenphysik war für mich auch eigentlich einer der Gründe, das zu machen. Und man denkt, ein Missverständnis ist auch, man kommt sofort als Physiker im ersten Semester, wird hart philosophiert und es natürlich passiert acht Semester überhaupt nicht. Also grauenhaft, also erst nach dem Grundstudium kommt man überhaupt in diese Sphären, wo es dann interessant wäre. Bitte erklären Sie uns, wo ist die Verbindung zwischen Philosophie und Physik? Ja, also in der Quantentheorie gibt es ja ganz viele so Sachen, dass jetzt Licht ist eine Welle und Licht ist ein Teilchen. Es ist halt nicht das eine oder das andere, sondern es ist halt beides. Aber je nachdem, wie es interagiert, verhält es sich eben wie eins oder das andere. Und das heißt, da muss man das Licht, kann man das nicht philosophisch betrachten? Naja, man muss halt akzeptieren, dass es beides ist. Und dass man eben sich das nicht vorstellen kann oder jedenfalls nicht gleichzeitig vorstellen kann. Und ich meine, da kommt man eben ganz schnell in philosophische Fragen. Was kann man eigentlich wissen? Was kann man nicht wissen? Wo ist der Übergang zwischen, was ist denn Wirklichkeit und was ist eben unsere, einfach nur unser Gebäude, mit dem wir das erklären? Und damit hat sich Aristoteles beschäftigt. Das ist das, wo sich die Philosophie mit beschäftigt. Und das ist das, was ich dann plötzlich wahnsinnig spannend fand und wo ich dann nicht mehr verzweifelt gesucht habe, ob mir nicht noch was Arnpasseres einfällt, sondern gedacht habe, okay, da ist doch was in der Physik, was ich richtig spannend finde. Ja, Sie haben auch, korrekt ist, nach der Promotion muss man sagen, als Postdoc erstmal geguckt, ob es in der Quanten, oder stimmt das nicht? Oder habe ich das mir falsch gemerkt, dass ich erstmal geguckt, ob Sie in der Quantenphysik irgendwie weitermachen? Also ich war gar nicht so unbedingt nur auf Quantenphysik beschränkt, sondern ich habe halt, nachdem ich die Philosophie Doktorarbeit gemacht habe, die ja eigentlich das war, was mich zum Klima gebracht hat, weil ich mich da mit Modellen beschäftigt habe. Und die ursprüngliche Idee war, dass ich alle möglichen Modelle mir angucke, also mathematische Modelle, wirtschaftswissenschaftliche Modelle und so weiter. Und bin dann aber ziemlich bei den Klimamodellen hängen geblieben, weil die natürlich auch politisch die Diskussion darum sehr viel missbraucht wurde und habe deswegen, also ja, also ich meine, meine Doktorarbeit ist jetzt so kein so wahnsinnig interessantes wissenschaftliches Werk, aber ich habe eben ganz viel gelernt und ich habe, für mich persönlich war das wirklich, dass ich ganz viel von dem gelernt habe, was ich eben jetzt in meinem Dayjob brauche. Ja, also wenn wir schon da sind. Ich habe nur gerade hier die Doktorarbeit. Sorry, ich habe vergessen, die Frage zu beantworten. Ich weiß, ich will vergessen sowas nie, aber ich wollte kurz eine Klammer auf, wir machen noch ein paar auf heute, keine Sorge. Modelling oder es ist so eine Deutsch, ich habe das nur online gelesen, die Promotion, auch jetzt nur das Abstract. Ja, das reicht auch. Es ist so Denglish, also ein englischer Titel, aber dann in Deutsch, glaube ich, verfasst. Es gibt beides, ne? Ja, oder beide Versionen. Englisch und Deutsch, ne? Habe ich gefunden. Ich habe es eigentlich auf Englisch geschrieben, aber ich glaube, mein Englisch war damals nicht so der Hit insofern. Okay. Aber ich musste dann die Zusammenfassung und so, musste man dann auf Deutsch machen, ja. Also auf Deutsch wahrscheinlich sowas wie das Erdklima modellieren, eine epistemische Perspektive, so ungefähr ist der Titel. Nein? Sie gucken so kritisch? Habe ich es falsch übersetzt? Also eine erkenntnistheoretische, philosophische Arbeit über die Frage, was Klimamodelle mit Erkenntnis und der Realität zu tun haben, sagen wir mal so ungefähr. Können Sie es besser erklären? Ja, also ein Großteil der Arbeit ist tatsächlich, was haben die mit der Realität zu tun? Was sind überhaupt Klimamodelle? Wie funktionieren die? Was ist die Idee dahinter? Was unterscheidet sie von anderen Modellen? Sachen, die jetzt für Leute, die Klimawissenschaften studiert haben, nichts Neues war. Für mich war das damals halt was Neues. Und dann aber eben auch, und was bedeutet das? Wie man darüber redet? Wie man über Ergebnisse aus Modellen spricht? Und da ist ja dann auch sofort die politische Ebene da. Genau. Also ich meine, die Arbeit ist jetzt nicht, also wie gesagt, die Doktorarbeit, ich meine, die hat halt genau das gemacht, was eine Doktorarbeit machen muss. Man setzt sich drei Jahre hin und kann sich irgendwie drei Jahre lang oder vier Jahre in meinem Fall, glaube ich, mehr oder weniger für ein Thema motivieren und zeigen, dass man was Zusammenhängendes und einigermaßen Interessantes schreiben kann. Aber das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Jetzt sitzen alle zu Hause, die gerade in ihrer Doktorarbeit schreiben, im Jahr zwei sind. Oh Gott. Vor allem als philosophische Arbeit, das muss man sich vorstellen, das ist ja auf einem Level dann, ich gucke mir mal Klimamodelle an, sage das mal einem normalen, also wie No-Fans-Leute, aber normalen Philosophen. Das ist jetzt nicht gerade was, wo man super qualifiziert. Das ist ja eine echt irre Arbeit, wenn ich das mal sagen darf. Naja, aber ich war halt dafür gut qualifiziert. Was so auffällt ist, auch in vielen Äußerungen von Ihnen, dann bin ich da so, mir ist nichts Besseres, ging ja nicht, musste wegen NC dann Physik studieren und dann bin ich halt mal da hängen geblieben und dann bin ich so reingestolpert und so. Ich wollte es nochmal betonen, falls das in der Vorstellung nicht genügend rüberkam, Sie sind wahrscheinlich aktuell in der Klimaforschung einer der Weltstars mit dem, was Sie da mit ein paar Kollegen zusammen, aber Sie maßgeblich erfunden haben. Das ist völlig neu und revolutionär. Ja, aber das habe ich nach dem Studium gemacht, das habe ich nach meiner Doktorarbeit gemacht. Ja, aber es kann nicht sein, dass Sie immer nur so suchend herumgestolpert sind, sondern da muss ja irgendwie auch, also es müssen Leute... Doch, also ich finde, man kann auch suchend herumstolpern und dabei nicht, also ich habe jetzt nicht besagt, dass ich blöd bin oder dass alles, was ich gemacht habe, schlecht ist, aber ich meine, zum Beispiel, wir haben ja über meine Abi-Note geredet, wir haben über das Physikstudium geredet, also ich meine, ich glaube, ich habe eigentlich, es gibt vielleicht ein oder zwei Klausuren, die ich auf Anhieb bestanden habe, die ich nicht wiederholen musste. Also ich bin unglaublich schlecht in formalisiertem Lernen. Ich bin auch viermal durch die theoretische Führerscheinprüfung gefallen. Okay, das ist natürlich auch, das motiviert jetzt mehr Leute, als sie ahnen. Bitte erzählen Sie weiter, wie schlecht Sie sind und was für ein, was Sie heute machen. Also ich bin halt, warum auch immer, also ich habe jetzt keine irgendwie konkrete Diagnose, aber ich bin unglaublich schlecht da drin, so diese, naja, durch diese Hubs zu springen, die man so machen muss, wie, naja, ich war eigentlich immer gut in der Schule, bloß dann kurz vorm Abitur hat es dann irgendwie nicht mehr so ganz geklappt. Ich meine, ja, ich hatte auch keine Lust mehr, aber naja, also ich meine. Aber weil Sie gerade so gesagt haben, ich bin nicht gut in formalisiertem Lernen. Nein, also in, äh. Also Sie haben es gesagt, aber. Ja. Das ist okay. Das ist vielleicht nicht. Auswendig Lernen, einfach stumpfes Auswendig Lernen. Das ist es ja auch nicht. Nee, ist auch nicht. Ich weiß auch nicht, weil man so eben diese standardisierten Tests oder standardisierten Klausuren oder standardisiertes, ja, das, das fällt mir unglaublich schwer. Ja. Auto kommt von rechts, Auto kommt von links. Fahr ich los oder bleibe ich still? Sie sind echt viermal durch die Prüfung gefahren? Ja, wegen solcher Sachen, wie, da steht dann sowas wie, was machen Sie, wenn Sie an eine Unfallstelle kommen und dann ist es eben Multiple Choice und dann Erste Hilfe leisten. Ich weiß nicht, was die anderen waren, Krankenwagen rufen. So, und Krankenwagen rufen ist aber falsch, weil wenn man ankommt, ruft man nicht den Krankenwagen, sondern dann leistet man Erste Hilfe. Das steht aber nicht, dass Sie nur meinen, das ist in den Ersten. Und solche Sachen. Ja, ich habe mit meinen Kinder, also zwei meiner Kinder haben kürzlich, also vor ein, zwei Jahren Führerschein gemacht und ich habe mit denen spaßeshalber diese Tests gemacht. Es gibt so Apps jetzt, ne? Kennt ihr Apps? Wo man so Führerscheinprüfungen machen kann die ganze Zeit und dann immer guckt, wie viele Punkte man hat. Ich bin da immer nur noch durchgefallen. Man fliegt aber auch leicht raus, oder? Genau wegen solcher Sachen. Man macht zwei Fehler und dann ist man einfach... Ja, genau wie sowas, in welcher Reihenfolge macht man jetzt das mit dem, genau diese Frage, die habe ich auch immer ständig falsch, falsch gehabt. Okay, also Sie sind schlecht im Reproduzieren von so formalisierten Sachen, die von Ihnen erwartet werden, wie Führerscheine und Physikprüfungen oder sowas. Ja, also zum Beispiel in den mündlichen Prüfungen, ich hatte ja das große Glück, dass als ich Physik studierter war, die Diplomprüfungen waren alle mündlich. Und das ist, das war kein Problem. Echt? Ich fand das fürchterlich. Also es ist natürlich viel mehr Angst als vor einer Schrift hin. Und Sie fanden es gut? Ja, also da, das fällt mir viel leichter, dass, also, ja. Wissen Sie noch, was Sie in Mathematik für eine Aufgabe hatten? Ich träume davon heute noch. Nein, keine Ahnung. Dann war es gut. Es war okay. Was haben Sie eigentlich in der Zeit gedacht, was aus Ihnen mal werden soll? Tja, also, keine Ahnung. Also, das ist es eben. Ich hatte wirklich, das war für mich so, okay, naja, jetzt mache ich erstmal Physik und vielleicht ergibt sich dann irgendwas. Also, ich habe nie irgendwie gedacht, ich möchte unbedingt, ja, das ist der Beruf, den ich ergreifen möchte oder das möchte ich werden. Sondern ich kann mich für viele Dinge interessieren. Aber ich habe halt immer das Gefühl, ich kann mich für vieles begeistern. Ich kann auch für vieles einigermaßen sinnvoll drüber nachdenken und Sachen machen. Aber ich hatte nie irgendwie eins, wo ich gesagt habe, ja, das ist meins. Da bin ich richtig gut oder das möchte ich unbedingt machen. Und deswegen ist das halt so. Naja, ich habe dann halt erstmal, weil mir nichts Besseres einfiel oder weil ich irgendwie keinerlei, keine Grundlage hatte, auf der ich Entscheidungen hätte treffen können, habe ich dann gesagt, okay, dann gucken wir mal, was mit Physik wird. Es gibt ja so Wissentheorien darüber, wie Leute so neue Erkenntnisse erlangen. Und Thomas Kuhn hat so ein Buch geschrieben, wo er die These aufstellt, dass eigentlich die Wissenschaft im Kern immer versucht, das Alte zu bewahren und gar nicht so gerne revolutionäre neue Ideen zulässt. Weil das System ja darauf ausgelegt ist, das einzubauen in Existierendes. Kann es sein, dass vielleicht es Leute braucht, die so minimal von außen kommen? Also jemand wie Sie, der eben nicht Klimatologin ist, um die Klimaforschung zu revolutionieren. Ist da was dran? Also ich glaube schon, dass da was dran ist. Ich hatte halt nie die Idee, oh, ich möchte jetzt erfolgreiche Wissenschaftlerin werden oder ich möchte jetzt eine Professur haben oder so. Sondern ich habe halt, nachdem ich meine Doktorarbeit fertig hatte, um jetzt die Frage nochmal zu beantworten, wollte ich gerne irgendwas Angewandteres wieder machen. Und vor allem auch mal zur Abwechslung mit anderen Menschen zusammenarbeiten. Und zum einen habe ich mich auf ganz viele Volontariate beworben. Also ich hätte gern Wissenschaftsjournalismus gemacht. Wirklich? Gut, dass es nicht geklappt hat, muss man sagen. Gut für die Menschheit. Da dürfen wir in aller Bescheidenheit fragen, wo haben Sie sich so gemeldet dann? Also eigentlich überall, wo man sich als Volontär bewerben kann. Und das andere war dann halt zu sagen, okay, dann mache ich jetzt halt erstmal einen Postdoc wieder in Physik und habe mich dann an verschiedenen deutschen Unis halt auf Postdoc-Stellen beworben. Liebe Leute, nur kurz, wenn ihr über Klimamodelle promoviert habt und Journalistinnen werden wollt, bitte meldet euch bei Allesgesagt.at. Danke, danke. Kleine Werbeeinblendung. Entschuldigung, jetzt habe ich aber den Gedankenfluss unterbrochen. Also Sie haben sich für alles Mögliche beworben in der Physik? Ja, also das waren halt Stellen, also ich erinnere mich, dass ich mich zum Beispiel an der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt beworben habe auf dem Postdoc, wo es halt um Sachen messen, um Messverfahren, Verbesserungen ging. Ich habe mich in Hamburg bei den Klimawissenschaften auf Postdoc-Stellen beworben. Ich weiß es nicht mehr, wo noch. Aber es war halt ein relativ breites Feld. Alles, was jetzt mir so als einigermaßen interessant aussah an Postdoc-Stellen. Und das hat alles nicht geklappt? Das hat alles nicht geklappt. Und die wahre, wahre Geschichte ist, dann haben Sie auch in UK sich irgendwo gemeldet. Dann habe ich mich, ja genau, das stimmt. Dann habe ich gesagt, okay, dann wird es halt in Deutschland nichts. Und habe dann geguckt, was gibt es noch für andere Stellen und habe dann einen einzigen Postdoc im Ausland beworben in Oxford. Und da bin ich dann zum Interview eingeladen worden. Und da habe ich zwar den Postdoc nicht gekriegt, aber der Jim Ho, der damals der Direktor vom Environmental Change Institute war, der mich interviewt hat, der hat dann zu mir gesagt, also ich glaube, für den Job bist du nicht die Richtige. Aber ein Kollege von mir, Miles Allen, der sucht auch Postdocs. Der hat es zwar noch nicht geschafft, die Stelle auszuschreiben, aber da wärst du genau die Richtige und red doch mal mit dem. Und haben Sie ihn gefragt, warum Sie genau die Richtige wären? Ja, habe ich. Und er meinte halt, weil das Projekt, das Miles hat, da ging es eben darum, wie kann man mit der Unsicherheit in Klimamodellen umgehen? Genau ihr Thema. Genau mein Thema war. Insofern passt da das tatsächlich gut. Aber die Stelle war halt nicht ausgeschrieben. Insofern wusste ich nicht, dass es das gibt. Würden Sie sagen, es sagt auch was über das Wissenschaftssystem in Deutschland aus, dass Sie an wie viele Stellenausschreibungen gescheitert sind in Deutschland und dann bewerben Sie sich in Oxford und bekommen da was? Ja, vor allem mit, da hat ja jemand nachgedacht. Genau. Hey, das passt hier nicht, aber ich habe eine super Idee. Wann kriegt man so eine Mail von der, bestimmt gibt es solche Mails, aber nicht so häufig. Da hat ja jemand wirklich nachgedacht. Da war jemand alert. Ist das ein systemischer Unterschied zwischen Großbritannien und Deutschland? Ja, also hier in Deutschland ist es, also zumindest eben, wann auch immer das war, vor zwölf Jahren, extrem ungewöhnlich, dass man eben, wenn man sich auf irgendwas, was man jetzt mit Klimaphysik zu tun hat, bewirbt, wenn man nicht in Physik promoviert hat. Und ich glaube, also ich, dass... Da sind Sie einfach immer rausgeflogen. Ich glaube, dass ich deswegen immer... Sie sind ja auch dann nicht qualifiziert, wenn Sie einen Philosophieabschluss haben. Genau, und das ist in UK halt ganz anders, dass es total normal ist, dass Leute in ihrem Undergraduate was anderes machen, als in ihrem Master was anderes machen, als in ihrer Doktorarbeit. Hat sich das inzwischen ein bisschen geändert? Also dadurch, dass die Studien ja so modularer... Das weiß ich nicht. Sie haben noch einen Diplomstudiengang gehabt. Ich habe einen Diplomstudiengang gemacht, das weiß ich nicht, weil ich halt seitdem nicht mehr in Deutschland bin und auch mit deutschen AkademikerInnen relativ wenig zu tun habe. Insofern habe ich da wenig Überblick. Ja, und dann ist das kleine Wunder passiert. Also Sie haben angefangen, auf diesem Themengebiet zu arbeiten und dann ging es ja recht. Also man muss ja sagen, wirklich relativ schnell für auch eine Wissenschaftskarriere. Ja, 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 also ich meine, da war ich halt wirklich zur richtigen Zeit am richtigen Ort und meine erste wissenschaftliche Veröffentlichung nach der Doktorarbeit ist im Prinzip ein Paper, das jetzt ein Seminal Paper ist. Was ist ein Seminal Paper? Manchmal stellt Jochen Fragen, die er eigentlich weiß. Ein Seminal Paper? Ja, ich glaube, Sie können das viel besser haben. Nein, nein, nein. Aber eben eins, das es ermöglicht hat, ja eben diesen Wissenschaftszweig, der eigentlich nie so richtig existierte, vorher zu etablieren. Also was ich zusammen mit Kollegen, bin ich nicht die einzige Autorin, aber ich bin halt die Erstautorin und bin auch die, die die Hauptarbeit daran gemacht hat. Insofern ist das schon okay, dass da mein Name vorne steht. Das ist aber auch nicht die Regel. Also oft ist es, oder? Also es gibt ja auch, hört man aus dem Wissenschaftsvertrieb, da schreiben sich dann schon die Chefs. Also das ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied zwischen UK und Deutschland. Also das ist tatsächlich, wenn ich jetzt so mit Doktoranden, Postdocs oder so aus Deutschland manchmal rede, da höre ich, dass das hier passiert. Also der, der die Arbeit macht und die geistige Arbeit macht, steht nicht immer an erster Stelle bei den, in Deutschland. In Deutschland, ja. Aber das, also das habe ich tatsächlich in meinem Umfeld in UK nie erlebt. Also da ist es eigentlich wirklich immer, da stehen zwar manchmal Leute mit auf dem Paper drauf, irgendwo an irgendeiner Stelle, wo man jetzt fragen kann, naja, ist das jetzt wirklich ein Autorenbeitrag gewesen? Aber das, also das ist eigentlich wirklich immer so. Das ist was, wo ich wirklich, also ich meine, in Oxford ist vieles nicht so toll, aber das war, habe ich wirklich von Anfang an, dass also die Professorinnen, Professorinnen sich ganz, ganz große Mühe geben, dass immer, also ob es ein Masterstudent ist oder Doktorand, dass also wirklich die Legwork gemacht haben, vorne stehen. Ich hoffe, wir reden nicht total abstrakten Quatsch. Also die Währung, in der in der Wissenschaft bezahlt wird, ist sozusagen, man schreibt ein wirklich wichtiges Paper und da steht der Name vorne und dann hat man eine Karriere. Also das ist jetzt keine Kleinigkeit, über die wir reden, nur wenn man das noch nie gehört hat und ist es vielleicht seltsam, dass wir da so viel Zeit jetzt mit verbringen, aber das ist die harte Währung für Wissenschaftler. Genau, also für WissenschaftlerInnen ist die Währung, also zum einen eben, dass man überhaupt Veröffentlichungen hat und teilweise ist es, dass die Zahl eine Rolle spielt, aber das Gott sei Dank ist also eigentlich langsam, also nicht mehr so wichtig, sondern es ist eben wichtig, was für Paper sind das, was haben die bewirkt, hatten die Einfluss und das kann man einmal natürlich, wenn Paper viel zitiert werden, ist das eins, wie man das quantifiziert, aber natürlich werden auch Paper viel zitiert, wo jemand was ganz, ganz Falsches gemacht hat oder ganz viele Leute darauf hinweisen müssen, dass das falsch ist, insofern ist das so. Und dann, für mich als Studienabbrecher immer wieder faszinierend, da gibt es auch diesen berühmten Index. Naja, es gibt verschiedene Indizes. Genau, aber das ist der Age-Index. Ja, den meinte ich. Können Sie mal erklären, was es damit auf sich hat und wie das gemessen wird? Also der Age-Index ist die Zahl der Veröffentlichungen, die man hat, die öfter zitiert wurden, als die Zahl der Veröffentlichungen, also wenn man, oh Gott, kriege ich das jetzt richtig hin? Also wenn man zwei Paper hat, die jeweils zweimal zitiert sind, dann hat man ein Age-Index von zwei und wenn man halt ein Age-Index von 50 hat, das heißt, dass also die ersten 50, also dass man 50 Veröffentlichungen hat, die mindestens 50 Mal oder mehr zitiert worden sind. So bemisst sich das und das ist, ja, als ich angefangen habe als Postdoc, war das also eine Zahl, die ganz, ganz, ganz wichtig war. Ich habe das Gefühl, dass es jetzt Leuten doch deutlich bewusster ist, dass das eben, naja, dass das eben, also ja, wenn man halt zum Beispiel als irgendwie Autor unter ferner liefen auf einer Veröffentlichung mit draufsteht, die jetzt zum Beispiel die Modellbeschreibung für die Modelle, die im Weltklimarat verwendet werden, dann hat das unendlich viele Zitationen. Sagt aber jetzt über die Leistung des eigenen Autors. Schön, dass Sie das jetzt schon wieder so runterspielen, weil, also, ich habe das schon geahnt, dass Sie das so ungefähr so erklären würden, weil, also, korrigieren Sie mich, also, Sie stehen bei 53? Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es echt nicht, sorry. Guck mich nicht so an, Christoph, frei heraus. Ja, nein, nein, ich frage 53. Ich habe mir das so leihenhaft so erklären lassen, also, wenn man einen Index, einen Age-Index über 40 habe, sei das bereits extrem außergewöhnlich? Das kommt aber auch sehr auf das Fach drauf an. Okay. Denn es ist ja, also, bei uns ist es in den Klimawissenschaften ist es halt eigentlich immer so, dass jeder, der irgendeinen Beitrag zu dem Paper geleistet hat, als Autor mit draufsteht. Während zum Beispiel, wenn man jetzt bei Juristen oder Sozialwissenschaftler, die haben halt fast immer nur, ja, entweder nur ein Autor oder zwei Autorinnen. Und wenn man also dann mal drei hat, dann ist das also schon, da muss man dann schon mit den Journalen verhandeln, dass sie das überhaupt nehmen. Insofern ist die Zahl, also, wenn man als Jurist einen Age-Index von 50 hat, das ist Wahnsinn. Als Klimawissenschaftler ist es gut, aber… Sie spielt es wieder runter. Ja, ja, weil ab 60, ab 60 sollen praktisch sozusagen, kurz vor Genie-Level, und sie sind bei 53 und sagen aber so, naja, also, das ist irgendwie… Juristen, Juristen. Sagen Sie auch, also, was Ihnen auch… Sie sind kopfschüttelnde Gästin. Ja, ich würde eher sagen, Signale der Verzweiflung. Also, auch so eine Sache, die total… Also, es ist einfach, da sind Sie so reingefallen, reingestolpert. Ja, das war das, was ich vorhin sagen wollte, da sind wir da irgendwie von abgekommen, wo Sie gefragt haben, ob das als quasi die Außenseiter hilfreich war. Also, dadurch, dass mir jetzt der Age-Index nicht so wichtig ist, liegt eben auch daran, dass ich nicht… Ich hatte jetzt nicht den Plan, Professorin zu werden oder eine wissenschaftliche Karriere zu machen. Nicht mal das, ja. Nicht mal das. Sondern ich habe halt, als ich den Postdoc angefangen habe, habe ich halt auch gesagt, also ich meine, vielleicht wird das mit dem Journalismus ja doch noch irgendwann mal was, aber ich kann ja jetzt erstmal das hier machen. Und ich denke, das hat es mir schon ermöglicht, Veröffentlichungen zu schreiben, wo es mir relativ egal war, ob die jetzt jemand liest oder nicht. Moment mal, also verstehe ich das richtig? Sie hatten eigentlich immer noch den Traum, Journalistin zu werden und deswegen haben Sie das mit der Wissenschaft, haben Sie halt so gemacht, weil das hat man dann irgendwie gemacht, die eine Aufgabe nach der anderen. Das stand aber gar nicht im Zentrum Ihres Herzens. Also, ich betreibe es jetzt etwas. Nein, nein, wirklich. Das ist ungefähr so richtig? Das ist, das ist, das ist wirklich erst, ja, also als ich angefangen habe damit, war das, war das wirklich nichts, was jetzt, wo ich jetzt gesagt habe, da hängt mein Herz dran, sondern das hat, das hat sich wirklich erst, erst als ich gemerkt habe, okay, also vielleicht hier haben wir wirklich was, womit man was, was bewirken kann, da habe ich dann also angefangen, da auch wirklich mein Herz reinzustecken. Aber, aber es war halt eigentlich immer, naja, dieser, ich finde es halt eigentlich immer interessanter, nach wie vor populärwissenschaftliche Sachen zu schreiben oder eben für Laien zu erklären. Das finde ich nach wie vor, das macht mir mehr Spaß, das liegt mir mehr als jetzt, also ich habe mich nie so wahnsinnig wohl gefühlt auf wissenschaftlichen Konferenzen, wo eben nur andere Klimawissenschaftler sind, das ist nie so meins gewesen. Ist das vielleicht ein Geheimnis, wenn man irgendwie so, eigentlich so einen ganz anderen Traum hat und das andere macht man eher so, weil das ist halt der Alltag und dann, also weil man dann nicht verkrampft, also wenn sie sagen, sie haben nie davon geträumt, Professorin zu werden und dann wird man es so. Also für mich war das ganz sicher, ja. Ich meine, ich weiß nicht, ob man das planen kann. Ne, eben, na offenbar nicht. Also es gibt Leute, die sowas anstreben und hart daran arbeiten und an ihrem Zitationsindex schrauben und gucken, welche Papers und so, ne, gibt's schon, hab ich schon mal getroffen. Davon, davon gibt's eine ganze Menge, ja. Wahrscheinlich arbeiten für sie auch viele dieser Menschen, die ein unfassbar strebsam sind und genau das wollen und so eine Karriere verfolgen und zu ihnen aufblicken und total baff sind, wenn sie so locker die Sachen machen. In meinem Team machen wir halt Attributionsstudien, die eben die Frage beantworten, ob und wenn ja wie sehr der menschengemachte Klimawandel bei Extremwetterereignissen eine Rolle spielt, eben nicht auf, sag ich mal, normalen akademischen Zeitskalen, dass wir uns halt hinsetzen, drüber nachdenken, sechs Monate lang ein Paper schreiben und das dann in einem wissenschaftlichen Journal einreichen und das dann zwei Jahre nachdem das Ereignis passiert ist, veröffentlicht wird, sondern wir versuchen eben, diese Studien so schnell wie möglich zu machen und auch bevor im Peer Review, also von anderen WissenschaftlerInnen begutachtet wurde, zu veröffentlichen. Und insofern ist die Art und Weise, wie wir arbeiten, schon auch ein bisschen anders als jetzt klassische Klimawissenschaft und darum sind eben auch die Postdocs, die für mich arbeiten oder die mit mir zusammenarbeiten in meinem Team, eigentlich welche, denen das Spaß macht, die das spannend finden und die jetzt auch nicht so wahnsinnig ihre wissenschaftlichen Publikationen zählen. Das ist eher so, dass ich sie treten muss, dass sie doch auch mal was Wissenschaftliches publizieren. Ja, es gibt eine Million Fragen. Wir müssen vielleicht in diesen Lebenslauf noch schnell rund kriegen. Also eine Sache, die ich noch erwähnen wollte. Willst du noch ein paar Auszeichnungen erwähnen, die dann unsere Gäste auch wieder so runterspielen? Ja. Ich hätte auch noch einen Vorschlag dafür. Ja. Weil ich meine, wenn man vom Time Magazine zu den 100 einfachreichsten Personen der Welt gekürt wird, ist das jetzt auch für Juristen relativ ungewöhnlich. Alle zwei Tage wird ein Jurist in diese Liste geschrieben. Nee, aber was haben Sie gedacht, als Sie das mitbekommen haben? Ich fände ja diese Nature-Sache viel besser. Das darf ich jetzt nicht sagen. Doch. Time Magazine. Nature war cool. Ja, aber ich weiß nicht, wieso dürfen Sie das nicht sagen? Aber ich glaube, ich habe das erst viel später wirklich, ist das wirklich angekommen, dass das also 100 einflussreichsten Menschen der Welt und ich soll einer davon sein. Aber als ich das gehört habe, war das für mich so ein, irgendwie habe ich das gar nicht so richtig an mich herangelassen. Haben Sie da so eine E-Mail bekommen vom Time Magazine, würden Sie gerne in die Liste aufnehmen oder wie ist das genau gelaufen? Ich habe eine E-Mail vom Time Magazine bekommen, dass sie gerne mit mir reden würden, was jetzt nicht ungewöhnlich ist. Also ich kriege oft E-Mails von Journalisten, dass sie mit mir reden wollen. Und das war es. Und dann haben Sie geantwortet auf die E-Mail? Ja, ich habe auf die E-Mail geantwortet. Ich habe auch mit denen geredet. Und dann war das also, dass irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht eine Woche oder so, bevor die Liste veröffentlicht wurde, haben sie mir dann gesagt, dass ich da drauf stehe auf der Liste, dass ich es aber auf gar keinen Fall irgendjemandem sagen darf. Und das ist auch so ein bisschen, ich meine, wenn dir jemand sowas sagt, dann denkst du, oh mein Gott, und möchtest es eigentlich jedem erzählen, du darfst aber nicht. Naja, und dann irgendwie, wenn das dann veröffentlicht ist, dann ist es schon wieder ein alter Punkt. Aber Jochen hat natürlich die viel seriösere Auszeichnung. Ich fand das in Nature, das war jetzt erst neulich, also vor ein paar Jahren, eine der zehn Personen, die in der Wissenschaft einfach so fundamental was verändert haben. Nature ist halt schon, das ist was rechts, das ist nicht so. Das ist schon richtig cool. Und jetzt, also während wir sprechen, nochmal 28. September, das ist noch gar nicht so lange her, also wir arbeiten schon länger daran, Sie mal in dieses Wohnzimmer zu kriegen, wurde bekannt, dass Sie den Deutschen Umweltpreis bekommen werden. Ja. Jetzt haben Sie wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Interviewanfragen und wir freuen uns extra, dass Sie hier sind. Nicken der Gäste. Ich wollte noch einen. Es geht, also es war jetzt eigentlich nicht so viele im Rahmen des Umweltpreises. Das ist auch ein völlig interessanter Nebenpreis. Und dass Sie zum Beispiel, Sie waren ja noch keine 30, als Sie de facto schon Chef von so einem Institut waren dann. Das sind auch so Geschichten. War das nicht so? Nee. Wie alt waren Sie da? Also ich bin, als ich stellvertretende, stellvertretende Direktorin bin ich 2017 geworden. Da war ich 35. Oh, okay. Und dann bin ich halt ziemlich schnell Direktorin gewesen, weil dann direkt dort zurückgetreten ist und dann gab es keinen neuen. Erst 35. Naja, Sie haben gesagt, keine 30. Ich habe es mich wahrscheinlich vertan. Ich dachte, das wäre früher gewesen. Nein, das ist ganz normal. Also oft steht, also irgendwie hat sich mal in irgendeiner Biografie von mir das eingeschlichen, dass da steht, sie ist nach Oxford gekommen und wurde Direktorin. Aber ich bin ja nicht nach Oxford gegangen und bin instantan Direktorin gewesen, sondern ich habe erst mal ein paar Jahre lang Postdoc gemacht. Instantan ist ein Wort, das nur Physiker verwenden, glaube ich. Kann das sein? Ja. Kann ich jetzt hier sofort meine und ich nicken. Heimatgefühle. Heimatgefühle. Heimatgefühle, weil niemand außer Physikern sagt, instantan. Aber man versteht es. Man versteht es, aber es ist eigentlich... Instant leben. Ja. Bestimmt nicht ganz. Können Sie sich noch erinnern an den Moment, als es gekippt ist? Weil ich vermute mal, dass Sie eigentlich Englisch denken. Das kommt darauf an, worüber ich nachdenke. Also wenn ich darüber nachdenke, was ich abends zum Essen koche, dann denke ich auf Deutsch. Ja. Immer noch. Immer noch. Bei fast allem anderen. Also meistens denke ich auf Englisch, ja. Und es ist jetzt schwer zu sagen, wann genau das gekippt hat. Aber ich glaube, das ging eigentlich tatsächlich ziemlich schnell. Also ich weiß, dass das kein Jahr gedauert hat, nachdem ich nach UK gegangen bin, bis mir das Englisch überhaupt nicht mehr schwer gefallen ist. Das ging wirklich ganz, eigentlich ganz schnell. Und sind Sie auf Englisch eine andere Mensch? Ich glaube schon. Ja, ich glaube schon. Inwiefern? Ich glaube, ich bin viel netter auf Englisch. Weil die Sprache auch so ist. Oder auf Englisch kann man auch lustiger sein und selbstironischer. Es ist zumindest leichter. Es geht schneller. Es ist leichter. Ja, es ist leichter, oder es ist leichter, sage ich mal, schwierige Sachen humorvoll zu sagen. Oder zumindest fällt mir das wesentlich leichter. Also ich merke das gerade. Ich habe ein zweites Buch geschrieben und habe jetzt also Diskussionen mit dem Verlag. Und das ist ganz oft, dass sie denken, dass ich böse bin. Wo ich denke, ich bin nicht... Also mit dem Englisch, mit dem deutschen Verlag. Mit dem deutschen Verlag, ja, ja, genau. Also sie verstehen den Witz nicht. Ja, oder... Oder die Ironie nicht. Ja, oder... Ja. Also natürlich, die verstehen es alles natürlich... Ist klar, aber man diskutiert darüber. Aber ich finde es deshalb so interessant, weil das hat ja vielleicht auch mit, sagen wir mal, mit ihrem Erfolg auch irgendwie vielleicht auch zu tun. Das ist auf Englisch, dass man auf Englisch ja auch schneller... Es ist ja eine schnellere Sprache. Also man kann ja auch schneller vielleicht anders denken auf Englisch. Also zumindest gibt es halt einfach eine andere Sprache. Es gibt halt viele Sachen, die man auf Englisch, wo mir auf Deutsch nicht einfällt, wie ich das ausdrücken kann. Ich meine, das gibt es andersrum genauso. Aber dadurch, dass ich eben mein ganzes Umfeld eigentlich zum ganz großen Teil eben Englisch ist, passiert das nicht mehr so häufig. Also bei manchen Stichworten habe ich irgendwie Gedichtfetzen im Kopf, so Schillerballaden oder so, die ich nicht auswendig kann. Aber wo halt noch... Wo halt so Zeilen im Kopf sind und wo ich dann die eigentlich unbedingt sagen möchte, aber dann kann man das eben nicht erklären. Oder man kann das dann erklären, aber das funktioniert dann nicht mehr. Also das ist das, wo es mir andersrum geht. Aber alles, was mit meiner Arbeit zu tun hat oder auch mit dem größeren Umfeld, kann ich halt viel besser auf Englisch ausdrücken. Ich glaube, es wäre sinnvoll, bevor wir diesen Lebenslauf abschließen, doch mal zu erklären, ich weiß, dass das eigentlich kurz nicht geht, aber Sie sind ja Profi, in wenigen Sätzen versucht zu umschreiben. Was machen Sie eigentlich da genau? Was ist diese Attributionswissenschaft, Forschung, wie auch immer man das nennen will, die Sie da betreiben, die Sie quasi mitbegründet haben? Was ist der Witz an der Sache? Also das ist das große Ding gerade überall. Also ich kann es nur in meinen einfachen Worten. In diesen Klimaberichten, von denen man sicher mal gehört hat, ist das die wichtigste Neuerung eigentlich der letzten Jahre. Sie sind da mit Lead-Autorin jetzt und werden sozusagen von allen für diese Idee verehrt, so kann man das schon sagen. Und weil es eben so cool und neu und interessant ist, was Sie gedacht und gemacht haben da, können Sie es uns mal erklären? Man muss ja erst mal verstehen, was ist ein Klimamodell und so, was machen die da eigentlich den ganzen Tag? Und wie Ihr revolutionärer Beitrag aussieht, das versteht man wahrscheinlich dann erst. Also wir haben Zeit, aber es wäre jetzt wirklich toll, wenn Sie es in Ihren Worten einmal... Also ich würde sagen, es ist nicht die Idee, die ich hatte, die Idee hatten andere, aber ich habe sie dann umgesetzt. Und so umgesetzt, dass man es halt wirklich dann auch anwenden kann und auch einigermaßen robust. Also Miles Allen, zu dem Sie da ins Büro gestolpert sind damals, der hatte diese erste These oder Idee. Genau, der hatte die Idee und als ich nach Oxford gegangen bin, war 2011 und auch da war das schon, dass immer wenn Extremwetterereignisse aufgetreten sind, im politischen Diskurs, im Mediendiskurs die Frage aufkam, ist das Klimawandel, welche Rolle spielt der Klimawandel? Also so wie meine Nachbarn heute, ohne Witz, das ist zu warm hier, also wir wohnen auch noch am Rande von so einem, das ist wirklich so ein Wald und so, man achtet aufs Wetter, es ist so trocken und warm, was ist denn los? Genau, aber das ist halt jetzt nicht erst 2023 der Fall gewesen, sondern das ist schon, aber zu dem Zeitpunkt und eben auch ein paar Jahre früher, als Miles sein Paper geschrieben hat, da haben halt alle möglichen Leute die Frage beantwortet, mit allen möglichen politischen Meinungen, aber eben WissenschaftlerInnen haben eigentlich dazu nichts gesagt oder gesagt, naja, man kann nicht einzelne Wetterereignisse dem Klimawandel zuordnen, man kann höchstens sagen, ja, das ist so das, was wir erwarten würden. Aber das ist ja auch eine korrekte Aussage, sage ich mal, gewesen. Das war korrekt zu dem Zeitpunkt, ja. Also man war extrem, ich habe auch immer, da hatten wir richtig Streit in der Redaktion, man darf nicht sagen, jetzt ist es aber heiß im Sommer, das ist der Klimawandel, das ist gefährlich, also gefährlichstes Gebiet. Genau, also das war jetzt nicht falsch, das war halt, zu dem Zeitpunkt gab es halt keine Methode in der Klimawissenschaft, mit der man das machen konnte. Und Miles Allen hat dann dieses Paper geschrieben, wo er gesagt hat, man könnte das doch genauso machen, wie die Epidemiologen das machen. Und da sagt man halt auch nicht, dass du jetzt Lungenkrebs hast, ist so 100 Prozent ausschließlich dem zuzuschreiben, dass du dein Leben lang geraucht hast. Sondern wenn man halt das Rauchen erhöht, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man halt diesen Krebs entwickelt. Und diese Idee könnte man doch auf die Klimawissenschaften übertragen. Das war halt sein Paper. Und das hat er und zwei andere Kollegen dann 2004 einmal angewendet auf die europäische Hitzewelle 2003. Und dann ist aber ein paar Jahre lang nichts passiert zu dem Thema. Und dann gab es 2010 eine Hitzewelle in Russland. Im Anschluss daran gab es dann zwei wissenschaftliche Veröffentlichungen. Eins von einem amerikanischen Forscherteam, wo also die Conclusion, also die Schlussfolgerung so ungefähr war, dass also diese Hitzewelle hatte natürliche Ursachen. Und dann gab es eine zweite Veröffentlichung von Rahmsdorf und noch irgendjemandem, die gesagt haben, aufgrund des Klimawandels ist diese Hitzewelle fünfmal wahrscheinlicher. Also komplett widersprüchliche Aussagen. Es sah zumindest so aus, als wäre es komplett widersprüchlich. Was mich tatsächlich dann zu meiner ersten wissenschaftlichen Studie gebracht hat, wo ich gesagt habe, wie kann denn das sein, dass die sich das gleiche Ereignis angucken, aber so zu total willkürlichen oder zu sozial widersprüchlichen Aussagen kommen. Und dann habe ich eben festgestellt, aha, sie haben beide recht. Sie haben nur unterschiedliche Fragen gestellt. Denn die Gruppe um Rahmsdorf, die hat eben gesagt, eine rekordbrechende Hitzewelle. Aber egal wie heiß oder egal wie, sondern also das ist einfach nur die Wahrscheinlichkeit, dass der Hitzerekord gebrochen wird. Welche Rolle spielt der Klimawandel da? Und die andere Gruppe, die hat sich angeguckt, welche Rolle spielte, also sozusagen hätte man schon im Juni wissen können, aufgrund des Klimawandels, dass es da so heiß wird. Aber das hätte man nicht, weil natürlich noch ganz andere eben, ja, das Hochdruckgebiet muss erst mal da sein. Und insofern haben sie halt zwei unterschiedliche Fragen beantwortet und hatten beide recht. Und in dem Paper habe ich eben zusammen dann auch mit meinem Kollegen Gert-Jan von Oldenburg, über den müssen wir noch ganz viel sprechen, eben eine Methode entwickelt, wie man beides gleichzeitig angucken kann. Und das ist jetzt sozusagen die Standardmethode, mit der man eben diese Attributionsforschung macht. Und um jetzt die Frage zu beantworten, was denn die Attributionsforschung eigentlich macht, wir haben eben diese Methode jetzt, mit der man sagen kann, für ein bestimmtes Extremwetterereignis, ob und wenn ja, wie sehr der menschengemachte Klimawandel die Häufigkeit oder Intensität dieses Ereignisses beeinflusst. Und wie geht das? Also als erstes muss man rausfinden, was überhaupt passiert ist. Das hört sich trivial an, ist aber oft eines der schwierigsten Schritte. Warum? Sagen wir mal jetzt Hitzewelle in Südeuropa, eine der Studien, die wir diesen Sommer gemacht haben, ist es jetzt nicht schwierig, weil es gibt ganz viele Wetterstationen, es gibt ganz viele Messdaten. Man kann also genau sehen, okay, für Hitzewellen ist es auch relativ klar, dass Temperatur die geeignete Variable ist. Da kann man den eben relativ leicht rausfinden, okay, über welchen Zeitraum war es, in welcher Geografie außergewöhnlich heiß, sodass das eben mit den Auswirkungen zusammentrifft. Wir fangen also immer bei den Auswirkungen an, also zum Beispiel eben Infrastrukturausfall, Schäden in der Landwirtschaft und so weiter, aufgrund von Hitze. Das ist der Ausgangspunkt. Und dann, okay, welche Temperaturen, wo, wie lange haben dazu geführt. Und stimmt es denn, dass die Größe des Gebiets, das die untersuchen, hilft? Also je größer das Gebiet, desto besser? Also je größer das Gebiet, desto bessere Daten und Modelle haben wir für diese Ereignisse. So, bevor ich jetzt wieder völlig den Faden verliere. Also als erstes müssen wir herausfinden, was überhaupt passiert ist. Und also wie gesagt, bei jetzt Hitzewelle in Südeuropa zum Beispiel ist es relativ leicht. Und dann stellt man halt fest, okay, die Temperaturen waren jetzt in einem Bereich über Portugal nicht, aber Spanien, Italien, Griechenland, die ersten zwei Wochen im Juli, so fast immer über 30 Grad. Also nehmen wir das als, sag ich mal, Definition, um das Ereignis zu charakterisieren. So, das ist jetzt das Extreme Ereignis, das wir uns angucken. Und dann im nächsten Schritt finden wir raus, was ist das in dem Klima, in dem wir heute leben, das ja also schon gut 1,2 Grad wärmer ist, als es zu Beginn der industriellen Revolution war. Was ist das für ein Ereignis? Ist das eins, mit dem man alle zehn Jahre rechnen muss? Ist es ein Jahrhundertereignis? Und das können wir machen, mithilfe von Beobachtungsdaten und statistischen Modellen und eben auch Klimamodellen. Weil das Ereignis, das man hat, ist ja nur eine Realisierung möglichen Wetters. Hä, was heißt das denn? Naja, also das tatsächliche Wetter, das wir erleben, ist ja nicht das einzig mögliche Wetter, das es geben kann unter den klimatischen Bedingungen, die gerade herrschen. Sondern wenn es halt ganz kleine Änderungen, wenn das Wetter vor drei Tagen ein kleines bisschen anders gewesen wäre, dann wäre es auch heute anders. Ja, darf ich da nochmal nachfragen? Weil vielleicht hat man Schwierigkeiten, das zu verstehen. Es gibt ja nur ein Wetter, ne? Also heute ist entweder, heute sind es 26 Grad, stimmt das? Draußen sind 26 Grad. Heute sind es, es ist Ende September, draußen sind es 26 Grad. Aber es sind eben nicht 13 Grad. Also es gibt ja nur ein Wetter pro. Genau, aber in einem anderen September, der genau so hätte stattfinden können in diesem Jahr, wenn es irgendwie vor ein paar Tagen oder ein paar Monaten ein klein bisschen eine andere Wetterveränderung gewesen wäre, hätte es durchaus heute 13 Grad sein können. Also gibt es eine andere Realität irgendwo, wo eine völlig andere Welt ist, wo es heute 13 Grad hat? Ist das das Denken, ist das die Welt, in der Sie denken? Tja, nachdem wir über die Quantenphysik gesprochen haben oder so, wäre das naheliegend. Aber tatsächlich glaube ich, dass ich wesentlich banaler statistisch denke. Also um 26 Grad am 28. September zu kriegen, braucht man schon eine ganze Menge Bedingungen, die relativ ungewöhnlich sind. Also man braucht einmal den Klimawandel, der so heiß ist, wie er jetzt ist. Dann braucht man eben auch die Wetterbedingungen, die jetzt so sind, wie sie halt Ende September oft nicht mehr sind. Also dass man jetzt so Hochdruckgebiete hat mit warmer Luft von Süden, die hierher kommen. Das hat man Ende September nicht so häufig, sondern häufiger hat man September, die deutlich niedrigere Temperaturen haben. Ja, okay. Und da gibt es jetzt sozusagen, das muss ich vielleicht einmal aussprechen, auch wenn es wahrscheinlich jedes Schulkind weiß, aber man vergisst es ja gerne. Es gibt halt Klima, das ist das Wort für die Großwetterlage sozusagen, für das Überwölbende. Und Wetter ist halt das Konkrete, was man so dann wirklich, was sich wirklich realisiert. Klima ist eigentlich der Durchschnitt. Der Durchschnitt des Wetters. Und was das, diese Klimamodelle können, also so Computer, die versuchen zu prognostizieren, wie sich die Welt entwickelt. Also das langfristige Verhalten der Welt bei bestimmten Dingen, wie eben auch Temperatur. Die können natürlich nicht, die wissen eigentlich nicht, was morgen für ein Wetter wird. Die können, die wissen nicht, wie es morgen für ein Wetter wird. Also die können das natürlich wissen, denn die Klimamodelle sind genau die gleichen Modelle, die auch für die Wettervorhersage verwendet werden. Aber die Wettervorhersagemodelle wissen das eben, weil die jeden Tag mit den Beobachtungsdaten gefüttert werden. Und dadurch können dann die Wettermodelle eben ja auch nur mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten das Wetter für die nächsten zwei Wochen vorhersagen. Die Klimamodelle, die können nicht sagen, wie das Wetter in den nächsten zwei Wochen wird. Aber die können sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür, für das Wetter in fünf Jahren ist, dass es eben am 28. September 26 Grad sind. Ob das eben eine 1% Wahrscheinlichkeit ist oder eine 10% Wahrscheinlichkeit. Und das ist eben genau das, was wir wissen wollen. Wir wollen wissen, dieses reale Wetterereignis, um das es jetzt geht, was im Vergleich zu allem möglichen Wetter unter den heutigen Bedingungen, was ist das für eins? Ist das ein Jahrhundertereignis, also hat es eine 1% Wahrscheinlichkeit aufzutreten oder ist es eine Jahrzehnt Wahrscheinlichkeit? Und das kann man eben mit Hilfe von statistischen Modellen und eben den Klimamodellen herausfinden. Und dann wissen wir eben, dass zum Beispiel die Hitzewelle in Südeuropa im Juli ist in dem Klima, in dem wir heute leben, ungefähr ein 10-Jahresereignis. Das heißt, in jedem gegebenen Juli unter den 1,2 Grad und allen anderen Bedingungen, die wir so haben, gibt es eine 10% Chance, dass eine solche Hitzewelle auftritt. Und um jetzt den Attributionsschritt zu machen, machen wir das Gleiche nochmal, aber in einer Welt ohne Klimawandel. Jetzt wird es ja völlig verrückt. Dadurch, dass wir sehr genau wissen, wie viele Treibhausgase seit Beginn der industriellen Revolution zusätzlich in die Atmosphäre gelangt sind, können wir diese eben aus der Atmosphäre der Klimamodelle rausnehmen. Und damit können wir eine Welt simulieren, die genauso ist wie unsere Welt heute, also mit gleicher Landnutzung, aber eben mit weniger Treibhausgasen und dadurch eben ohne den menschengemachten Klimawandel. Also Sie können, Sie haben im Computersinn oder es gibt Leute, die in ihren Rechnern so ein schlumpfen Land haben, wo es alles nicht passiert ist. Ja, also ich meine... Idyll, keine Industrialisierung, die irgendwie... Naja, also keine Industrialisierung... Also nur ganz kurz abgewogen, was ist das für eine Welt, in der es kein... Also es ist tatsächlich eine Welt, die wahrscheinlich schwer zu realisieren gewesen wäre, denn also zum Beispiel die ganze Landnutzung, die wir ja haben, die verändern wir nicht. Wir wollen ja wissen, was der Einfluss eben der Treibhausgase sind. Das heißt, Vieh gibt es schon. Ja, 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 also und die Regenwälder sind auch genauso geschrumpft und die Städte sind auch genauso groß in der Welt, aber eben die Atmosphäre ist eine andere, die hat weniger Treibhausgas. Das heißt, wir hätten zum Beispiel Kern... Nee, was hätten wir in der Kernfusion vor 200 Jahren oder sowas oder vor 100 Jahren. Das hätte geholfen, ne? Also irgendeine... Also ich meine, man hätte auch wahrscheinlich... Ja, man hätte wahrscheinlich auch einfach Erneuerbare früher erfinden können und das damit machen. Also ich meine... Okay, also diese Welt gibt es als Simulation? Diese Welt gibt es als Simulation und in der Welt, wie gesagt, stellen wir dann genau die gleiche Frage, was für ein Ereignis ist das? Ist das auch ein Zehnjahresereignis? Ja. Gar nicht. Die ist so unglaublich selten, dass die vielleicht... Aber gar nicht gibt es ja nicht, ne? Also es gibt eine Wahrscheinlichkeit von eins zu einer Million oder sowas. Genau, genau. Das ist dann gar nicht. Oder was ist gar nicht für Klimaforscher? Gar nicht? Was ist so... Wo hat man auf zu sagen, das gibt es? Ja, also ich würde mal sagen, eine Million ist eine ganz gute... Ja, also da sind dann... Da ist es dann so... Weil man auch in den Berichten über Sie findet man oft so Sachen wie, das ist quasi, das gibt es, also es ist nicht Teil der Realität und dann kratzt man sich am Kopf. Aber Moment, das sind doch alles so Wahrscheinlichkeitsaussagen. Also es ist super, super unwahrscheinlich. Es ist ganz, ganz extrem unwahrscheinlich, ja. Und also ich meine, es ist dann halt wirklich, dass es das nicht gibt in der Welt. Aber natürlich ist eben auch unsere Computerwelt ist ja nicht... Die bildet ja nicht den Raum der Möglichkeiten komplett ab, sondern die bildet zwar mögliche, also einen viel größeren Raum der Möglichkeiten ab als eben unsere tatsächlichen Beobachtungen. Aber ich meine, man kann eben nicht ausschließen, dass wenn wir jetzt noch 10.000 mehr Simulationen machen würden, dass man es dann vielleicht auch einmal findet. Und in dem Sinne ist es dann eben, naja gut, also wir haben jetzt eben halt nicht mehr als 100.000 Simulationen. Das heißt also, da hören wir dann quasi auf zu zählen. Ja. Ich muss nur kurz unhöflich, und ich war kurz mal draußen, weil ich mich um unser Essen gekümmert habe. Es ist nämlich warm. Danke, Christoph. Deswegen wollte ich nur kurz sagen, dass Maria und ich jetzt hier gerade sehr leise hier auf diesen Tisch getragen haben. Und wir sollten anfangen zu essen, wenn wir wollen. Dürfen wir beim Essen weiter darüber sprechen? Ich würde darum bitten. Ja, ich würde einfach noch... Wir haben extra vegan, ja, also wir haben, also bitte? Nein, nein, Sie, Sie. Ich wollte das jetzt nur einmal ganz schnell zum Abschluss bringen. Dadurch, dass wir dann eben diese beiden Welten haben und in diesen beiden Welten uns mögliches Wetter in den beiden Welten angucken und eben in beiden Welten gucken, wie häufig dieses Ereignis vorkommt. Und der einzige Unterschied zwischen diesen beiden Welten eben der menschengemachte Klimawandel ist, können wir denn jeden Unterschied dem Klimawandel zuordnen und können dann eben sagen, aufgrund des Klimawandels wurde dieses Ereignis... Ich habe jetzt ein blödes Beispiel gewählt, weil da kann man keine schöne Zahl sagen, wenn es unmöglich ist. Aber zum Beispiel, wenn es jetzt ein Zehnjahresereignis in der heutigen Welt wäre, aber ein Jahrhundertereignis in der Welt ohne Klimawandel, dann kann man eben sagen, aufgrund des Klimawandels ist es zehnmal wahrscheinlicher geworden. Und das ist die Kernidee dessen, was ich mache. Also bevor wir essen, diese Verrücktheit nochmal raus zu präparieren. Also sie lassen Welten mehrfach entstehen, in denen unterschiedliche Wetter realisiert werden, aber das Klima natürlich immer dasselbe ist. Genau, das Klima ist immer das Gleiche, aber das Wetter unterscheidet. Weil das macht das Wetter ja, das macht so zufällige Sachen, die man nicht so genau weiß. Deswegen lässt man das jetzt, so oft guckt man und dann zählt man halt, wie oft kommt dieses Ereignis vor, das wir jetzt beurteilen wollen. Und dann gibt es diese Schlumpfenwelt, in der alle mit Windpropellern Energie versorgt werden und so weiter, wo das alles nicht passiert ist. Und dann guckt man, wie oft kommt es da vor, wenn wir jetzt hundertmal diese Welt starten. Ich finde das wahnsinnig toll. Das ist einfach so irre. Und das ist ja eine Art, das ist das Beste, was man, das Problem der ganzen Klimaforschung ist ja, dass sie keine exakte Wissenschaft sein kann, weil man kann kein Experiment machen. Die Erde gibt es halt genau einmal. Also das sage ich jetzt, Sie können das dementieren, aber es gibt ja nicht, wir können nicht hundert Erden laufen lassen. Zumindest kann man kein Experiment für die ganze Welt machen. Also ich meine, Wetter kann man ja schon messen. Und wir haben jetzt ja auch 200 Jahre Messdaten. Und da hat man ja schon auch eine ganze Menge, was eben nicht nur in einer Klimasimulation stattfindet, sondern wo man auch ganz viele Messdaten hat und empirische Wissenschaft. Aber das Problem ist ja, man kann nicht sagen, guckt mal, da drüben ist die Erde nochmal als Schlumpfenversion, wo die schon immer Windenergie benutzt haben. Und die haben keine 1, so und so viel Grad Erwärmung. Seht ihr, diese Welt gibt es halt nicht, um diesen Test zu machen. Und deswegen braucht man diese ganzen Modelle, die dann da immer rumrennen. Ja, wobei also ja gerade was Hitzewellen oder so angeht oder ich meine, ihre Nachbarn haben das gesagt. Aber das war unwissenschaftlich, was sie gesagt haben. Wir müssten eigentlich ihre Simulation laufen lassen, um zu sagen, was der Tag heute wirklich. Ja, aber ich wollte eben gerade sagen, dadurch, dass gerade im letzten Jahrzehnt die Emissionen nochmal so wahnsinnig hochgegangen sind und dadurch eben die globale Temperatur nochmal deutlich angestiegen ist, ist also ja auch in unserer eigenen Erfahrung, wir merken, dass Sommer jetzt anders sind, als sie es noch vor zehn Jahren waren. Also insofern ist es eben jetzt nicht mehr so, dass es, also ja, man kann auch nachweisen, dass der Klimawandel eine Rolle gespielt hat in den Hitzewellen in den 30er Jahren, während der Dust Bowl in den USA. Aber das ist nichts, was man jetzt aus eigener Erfahrung die Leute hätten mitkriegen können. Sich erinnern können oder mitkriegen können damals. Aber jetzt, heute sind die Veränderungen ja so schnell und doch auch so deutlich, dass, also ich glaube, dass das jetzt nicht mehr ganz so abstrakt ist. Ja, wir haben auf das Catering für unsere heutige Aufnahme nämlich ungefähr so lange gewartet wie auf Sie. Also nicht die Lieferzeit heute, sondern es ist eines meiner Lieblingsrestaurants aus Berlin, die Bar Normal und ein veganes Menü, weil wir mitbekommen haben, dass Sie sich vegan ernähren. Warum ganz so klein? Und ich kann einfach nur mal kurz sagen, was wir da jetzt essen. Wie das so ist in Berliner Restaurants, ist das Menü natürlich auf Englisch geschrieben. Nein, aber also es gibt Sourdough Brot von der Bäckerei Sophie. Und dann gibt es Indiven mit einer Yeast-Soße und Sweet Potatoes mit einer Bell Pepper Mole. Also einer Pfeffermole. Sieht wahnsinnig gut aus. Sieht sehr gut aus. Und da es eben warm geliefert worden ist, dachte ich, lass uns ruhig anfangen zu essen. Es gibt übrigens auch, weil dieses Restaurant ist sehr international, hat aber auch bei den Macherinnen und Machern, da gibt es auch viele österreichische Wurzeln. Und die haben uns, abgesehen vom Bier und vom Wein, es gibt hier einen Silvaner, der hier auf dem Tisch steht, aus Rheinhessen, von Christopher Barth, haben die uns auch Soda-Zitronen mitgeschickt und frisch gemacht. Als kleinen Gruß, was ja wahnsinnig nett ist. Was haben sie mitgeschickt? Soda-Zitronen. Okay. Es ist ja mein heimlicher Traum, dass irgendwann Soda-Zitronen auch in Deutschland ankommt. Ich meine, du sagst es öfter. Ja, ich habe jetzt auch vor kurzem mal darüber geschrieben, für die Kollegen von Zeit Österreich, die mich deshalb darum gebeten hatten. Und ich glaube, ich habe auf keinen einzigen Beitrag so viele Reaktionen bekommen, wie auf die Forderung, dass Soda-Zitronen auch in Deutschland serviert werden sollte. Also es ist Soda-Wasser und Zitrone und sonst nichts. Kein Zucker, gar nichts. Okay. Und es ist das erfrischendste Getränk überhaupt, also wie ich finde. Möchte jemand was essen? Ja. Also vielen Dank an die Bar nochmal, auch für diese Soda-Zitronen-Extra-Lieferung. Ja. Und Brot ist auch immer super. Darf ich Ihnen was auf Ihren Teller geben? Ja, bitte. Ja. Was wollen Sie zuerst? Oder beides? Beides. Ja. Soll ich mal ein Bier aufmachen? Also nicht für mich. Sorry, ich weiß. Ich bin aus Norddeutschland und trinke kein Bier. Das war schon immer ein Problem. Ja, Wein, ja. Okay, dann Silvana. Nein, wir sind dafür auch alles vorbereitet. Also, Christoph trinkt seine Zitronen-Limo. Keine Limo, Jochen. Siehst du, das ist deswegen der Verzweiflung. Weißt du was, ich glaube, meine Mutter hat das immer früher als Kind gemacht. Ich wusste nicht, also ich weiß natürlich, dass du ein Fan davon bist, aber dass das so ein Ding ist. Also bei uns gab es das auch in Baden. Ja, das ist vielleicht dann so heimlich rübergeschwappt, aber in Deutschland gibt es das eigentlich nicht. Und in Österreich, einfach in jedem Gasthof, in jedem Biergarten gibt es immer Soda-Zitronen. Das ist halt nicht teuer, muss halt frisch gemacht werden. Und die haben das, ich sehe das an den Zitronen-Stückchen. Das sieht sehr frisch gemacht aus. Das ist frisch gemacht. Ja, super. Extra für uns. Ich probiere den jetzt nicht, den Wein. Ich nehme da mal, Jochen, und gebe dir dann gleich. Du, ich mache das dann schon. Ja, ja. Gern, also wenn ich diese Zitronen-Limonade dann später trinke. Veganer Wein. Sie ernähren sich vegan. Man traut sich kaum zu fragen, weil Sie natürlich konsequent sind und nach allem, was Sie wissen, sich vegan ernähren müssen. Ich muss mich nicht vegan ernähren, nein. Aber es gibt keinen Grund, sich nicht vegan zu ernähren. Wenn man sich so professionell mit dem Thema Klima beschäftigt und die ganzen Faktoren, die darauf einen Einfluss haben, im Blick behält, kommt man eigentlich relativ schnell dazu wahrscheinlich, dachte ich. Also ja, aber man braucht ja also, man braucht ja gar nicht den Klimawandel bemühen. Man kann ja also auch Landnutzung bemühen, man kann Tierwohl bemühen, man kann die eigene Gesundheit bemühen, also. Und vor allem auch so, wenn man das so sieht, das ist ja wahnsinnig toll. Darf ich dir das auf deinen Teller geben? Ich kann nicht eins von dem auch, von den Angebraten stellen. Das sieht so lecker aus. Selbstverständlich. So, warte mal, noch ein bisschen. Guck mal, hier sind so, oh Gott, diese Soßen sehen so gut aus. Das Problem bei veganer Ernährung ist, man muss wirklich sowas hier finden und dann ist man für immer glücklich. Ja, also ich meine, ich bin da natürlich in der absolut luxuriösen Position, in London zu leben. Da ist es wirklich kein Problem. Allein die indische Küche, die dort einen starken Einfluss hat, ist ja sensationell, die vegane. Ja, aber also in London ist wirklich, jedes Pub hat veganes Essen, ja. Auch das an der Ecke. Ja, ja, ja. Guten Appetit und Prost. Eier, Prost. Cheers. 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 Sie kriegen nichts? Doch, doch. Maria, frage ich gar nicht mehr, weil jedes Mal, wenn ich sie die letzten sechs Jahre gefragt habe, hat sie abgewunken. Wir haben immer für sie auch was. Sie isst und trinkt aber hinterher, wenn wir endlich weg sind. Wenn die Arbeit. Oder zumindest wenn die Arbeit. Guten Appetit. Okay. Probieren wir es jetzt mal, oder? Dann schmatzen wir jetzt das Mikrofon. Was ich vorhin, also ich bin aber mit dem Lebenslauf eigentlich noch gar nicht fertig. Wir haben nicht erwähnt, Sie haben, während Sie promoviert haben, auch noch ein Kind gekriegt, ne? Ja. Also wenn wir schon über Rollenmodelle und Vorbild sprechen, das ging irgendwie oder war das eine Katastrophe? Das ging super. Das würde ich jedem empfehlen. Also das war wirklich, das war, also ich meine, ich hatte das nicht geplant, aber es war wirklich der eigentlich perfekte Zeitpunkt, weil ob ich jetzt meine Doktorarbeit, ob ich da jetzt ein halbes Jahr Pause mache oder nicht, das hatte keinen großen Einfluss, weder auf meine Karriere noch auf den Rest der Welt. und insofern war das, ja, also danach, also wenn ich mir überlegt hätte, zu irgendeinem anderen Zeitpunkt danach wäre das deutlich schwieriger gewesen und dadurch war es halt auch so, dass, ich meine, das erste halbe Jahr war, also ich bin kein Fan von Babys und das erste halbe Jahr fand ich wirklich extrem anstrengend. Aber danach war das dann gut und ich meine, also mein Sohn ist also auch seit, ja, nachdem die ersten sechs Monate überstanden waren, also ein extrem pflegeleichtes Kind gewesen. Das hilft natürlich, das hilft natürlich auch. Aber dadurch war das eben, als ich dann meinen Postdoc angefangen habe in Oxford, da war er halt ein gutes Jahr alt. Da konnte er dann halt in die Kita gehen. In England ist, also Kita geht natürlich auch von morgens um neun bis abends um fünf. Insofern war das, ich meine, kam das natürlich auch hinzu. Und ja, bei mir hat das tatsächlich dazu geführt, dass ich gelernt habe, einigermaßen produktiv zu sein in der Zeit, die ich arbeite, weil dadurch, ich konnte halt nur arbeiten in der Zeit, in der mein Sohn in der Kita war. Das heißt, ich konnte nicht am Wochenende arbeiten oder abends oder so und dadurch habe ich dann halt bloß gearbeitet und dadurch habe ich dann eigentlich gemerkt, ich schaffe viel, also ich, das funktioniert viel besser, wenn man echte lange Pausen macht, als wenn man halt die ganze Zeit über Arbeit nachdenkt und so. Und haben Sie vorher dann oft bis in die Nächte reingearbeitet? Nein, es ist gar nicht so, dass ich bis in die Nächte reingearbeitet habe, aber dass ich eben unregelmäßige Arbeitszeiten hatte und jetzt nicht so einen wahnsinnig strukturierten Tag und eben auch einfach viel drüber nachgedacht habe. Und ich meine, wenn man halt ein Kleinkind hat, dann muss man sich gezwungenermaßen relativ viel mit anderen Themen beschäftigen, die jetzt, wenn das Kind noch sehr klein ist, auch nicht so wahnsinnig interessant sind, aber zumindest was anderes, sodass dann Arbeiten auch was Erholsames, was Schönes ist. Naja, und seitdem er größer ist, ist es halt einfach, dass man sich mit was anderem beschäftigt, was aber auch interessant und spannend ist. Bei Kolleginnen sehe ich das halt ganz viel. Die haben halt in ihren späten 30ern angefangen mit Kinderkriegen, wo mein Sohn dann halt also schon fast ein Teenager war und eben, naja, also ich habe totale Freiheit. Ich kann jeden Abend ausgehen, wenn ich Lust habe und so und das ist, das genieße ich jetzt viel mehr, als ich es gebraucht habe, als ich Doktorandin war. Insofern war das für mich, also war das perfekt. Das ist richtig gut, oder? Sehr lecker. Ach so. Schmeckt es denen auch? Ja. Ja. Wie blickt denn der Teenagersohn jetzt auf seine Mutter? Was müssen Sie ihn fragen? Der sein könnte, hat mal was fallen lassen oder so. Ich hatte das Bild, das ich sofort hatte, war, also wenn ich mich mit heutigen Teenagern unterhalte, der fände das wahrscheinlich extrem cool. Also ich glaube, er findet das cool, aber er redet jetzt auch nicht so viel darüber, sondern er, also er versucht wirklich sehr, sein eigenes Ding zu machen. Ja. Also ich frage ihn manchmal, und erzählst du deinen Freunden über irgendwas zu Hause oder fragen dich, also ich meine, ich habe jetzt auch oft, dass abends bei mir Freunde zu Besuch sind oder auch Kollegen und wenn dann auch mein Sohn Freunde da hat, fragen die mal, wer die Leute sind oder so. Nö. Aber es ist ja wahrscheinlich auch sehr gesund, sich die eigene Identität so nicht so über beeindrucken zu lassen von dem, was die Eltern machen, oder? Ich denke schon, ja. Vor kurzem mal in unserem Wochenend-Podcast hatten wir Noel Gallagher zu Gast von Oasis und der hatte ja auch Teenager-Jungs und der sagte dann, der war mit dem mal im Fußballstadion und dann haben die Fußballfans Wonderwall gesungen und seine Jungs haben ihn so angeguckt, so warum singen die jetzt deine Lieder? Und dann hat er irgendwie gesagt, because I'm fucking cool. Ich bin nicht immer nur der Dad, der euch am Wochenende hier den Kühlschrank vollkauft, sondern ich mache auch interessante Sachen. Ja, die mögen meine Musik. Ja, also er fand es, ich habe ein Kapitel in Greta Thunbergs Buch geschrieben, das fand er cool. Aber das ist halt, ich meine, Greta Thunberg ist halt jemand, mit dem Leute in seiner Altersklasse was anfangen können. Alles andere, was ich mache, das ist... Abstrakt. Das ist sehr abstrakt oder sehr, sehr weit weg. Wie sehen Sie denn so die Generation, also auch diese, eben die Generation von Greta Thunberg? Wie sehe ich die? Ist es eine Generation, die Ihnen Hoffnung macht oder schauen Sie da drauf und Fremdeln mit denen? Nein, also Fremdeln würde ich jetzt gar nicht sagen. Ich finde, also ich finde es furchtbar zu sehen, wie jetzt in Deutschland die letzte Generation und in UK Just Stop Oil, wie die kriminalisiert werden und wie, also mit welchem Hass, über die geschrieben und gesprochen wird, das finde ich unglaublich schwer nachzuvollziehen. Und insofern finde ich also, ja, also ich habe einen heiden Respekt vor der Generation und was die machen und was die auf die Beine stellen. Und ich denke auch, wenn es das nicht gegeben hätte, dann würde glaube ich auch heute noch niemand über meine Forschung sprechen. Also ich glaube schon, dass diese Bewegung unglaublich wichtig und einschneidend dafür war, dass überhaupt das Thema in der breiten Öffentlichkeit ankam. Und naja, es ist ziemlich furchtbar zu sehen, wie das eben sich jetzt gerade das letzte Jahr verändert hat. Dass man eben nicht mehr die Breite, zum Beispiel es gab ja jetzt am 15. September einen globalen Klimastreik. In London gab es keinen Streik. Also es ist, also es ist, die Leute wenden sich wieder davon ab, teilweise eben, dass die gleichen Leute, die also, die zumindest, und also wenn sie nicht selber mit auf den Demos waren, doch also zumindest gesagt haben, ja, das ist gut und das muss man machen, sind jetzt, ja, regen sich jetzt wahnsinnig darüber auf, wie man also dann um Gottes Willen eine Autobahn blockieren kann. Und das, ja, insofern. Dabei sind ja, wir haben jetzt in der Zeit, also in der Woche, in der wir aufnehmen, ist in der Zeit auch eine große Vorabveröffentlichung einer ausführlichen Studie erschienen, über das, was die Deutschen denken. Und da, ich zitiere aus dem Gedächtnis, Jochen, ich weiß nicht, ob es genau stimmt, aber sowas wie knapp 80 Prozent der Deutschen machen sich extreme Sorgen wegen der Klimakatastrophe. Also es gibt, also auf der Ebene ja offenbar eine große Mehrheit. Umso erstaunlicher eigentlich. Ja, also vor allem umso erstaunlicher, dass es im Prinzip ja, es gibt einfach auch überhaupt kein politisches Angebot, das darauf irgendwie reagieren würde. Also ich meine. Sind, machen die Grünen kein Angebot? Naja, schon. Aber ich meine, auch die Grünen stellen sich nicht mehr offen hin und erklären, warum das nichts mit Verzicht zu tun hat, warum das wichtig ist, warum man eigentlich irgendwelche Heizungsgesetze oder so oder irgendwelche Gas-Terminals nicht bauen dürfte, dass das eben nichts damit zu tun hat, dass man Leuten was wegnehmen will oder so, sondern dass es eben wirklich darum geht, dass nur so wir das auch schaffen können, dass wir wieder mehr Gleichheit in der Gesellschaft haben und weniger Ungerechtigkeit auf der Welt. Und das machen auch die Grünen nicht, dass sie sich das da hinstellen und das mit Überzeugung sagen, sondern das ist auch immer so ein, naja, und Kompromisse, man kann ja Leuten nichts zumuten. Und dass aber die Zumutung, der eigentlich andersrum ist, das sagt keiner. Ich meine, bei der letzten Generation gibt es natürlich auch viel Kritik von Leuten, die sagen, also ihr, wieso wollt ihr euch beim Marathon festkleben in Berlin? So wie am Wochenende passiert, bevor wir aufgenommen haben. Also es gibt auch dann schon Aktionen, wo einfach Leute, die, sagen wir mal, grundsätzlich sich auch dafür engagieren würden, sagen, also das können sie nicht nachvollziehen. Ich habe auch nicht gesagt, dass jetzt jede Aktion brillant ist, aber im Prinzip, was sie wollen und eben auch, also einfach, ich meine, was soll man denn anderes machen, als zu stören und wirklich was versuchen zu machen, was wehtut, weil eben auf die Straße gehen und friedlich protestieren reicht nicht. Dadurch verändert sich nichts. Insofern, also kann ich das im Prinzip total nachvollziehen. Und ich meine, wenn sie bereitere Unterstützung hätten, dann hätten sie vielleicht auch mehr Leute, die ihnen helfen zu sagen, okay, welche Aktion ist denn jetzt wirklich gut und welche nicht? Also mit dem Marathon finde ich jetzt auch schwierig. Also ich meine, es gab ja auch in UK Leute, dass sie die U-Bahn blockiert haben und ich habe gesagt, also of all things, also ich meine, warum denn nicht die M25? Es gibt aber auch, ja, also es gibt viele kritikwürdige Dinge jetzt in der Symbolik oder auch nicht Symbolik dieser, ich rede ein bisschen länger, damit Sie essen können, dieser Aktion. Wir haben, Christoph und ich haben uns auch öfter mal über die Freie unterhalten, ob Kunst das richtige Objekt ist, dass man sozusagen, wo man durch Zerstörung schocken möchte, ob das das richtige Genre ist. Und das ist aber sozusagen, wo ich auch mit, was ich sozusagen mit, sagen wir mal vorsichtig, mit Interesse zur Kenntnis nehme, ist, wenn Straßen blockiert werden, was glaube ich philosophisch dann am nächsten an dem dran ist, es trifft dann schon etwas, wo man mal eine Frage stellen könnte. Also wie funktioniert der Transport eigentlich? Da wundere ich mich tatsächlich auch gelegentlich über die hohe Emotionalität des Themas. Also ich glaube, das ist auch das, was viele umtreibt. Und was ist das eigentlich für eine menschliche Verfassung eines Landes, das das eigentlich weiß? Also was Christoph eben sagt, eigentlich wissen das alle und sagen auch, das kann so nicht, wir müssen was machen, denke ich mal, das denken alle. Es geschieht womöglich nicht genug. Also es gibt ja immer wieder die Frage, ob die deutsche Klimapolitik nicht in sich schon verfassungswidrig ist und ob da nicht noch mehr passieren müsste. Und dagegen wirken dann die Dinge doch wiederum relativ klein. Ja, also sozusagen, wir haben in Deutschland schon andere Formen des Widerstands gehabt in den letzten Jahrzehnten, die erheblich radikaler waren. Ja, und ich muss auch sagen, also das mit der Kunst, ich meine, es ist ganz wichtig zu sagen, dass sie das Gemälde nicht beschädigt haben. Sie haben nur den Rahmen beschädigt. Und ich finde also die Aktion, also dass Leute gedacht haben, sie haben das Kunstwerk zerstört, fand ich eigentlich brillant. Ich meine, brillant war es, weil sie es eben nicht wirklich zerstört haben, sondern weil es nur so aussah. Denn das ist etwas, was wir also kulturell wahnsinnig hoch schätzen und wahnsinnig wertvoll finden. Und da hat also jeder sagt, das ist was, was wir schützen müssen. Aber was wir eben machen, Ökosysteme zerstören, ja eben auch mit der Politik, die wir machen, ja auch viele Menschenleben zerstören. Das zählt halt nicht. Das ist nicht, das ist halt nicht schützenswert. Und insofern fand ich also gerade zu sagen, denk doch mal drüber nach, was eigentlich wertvoll ist, fand ich das eigentlich brillant. Eben weil, ich meine, wenn sie jetzt wirklich Van Goghs Kunstwerk zerstört hätten, wäre es was anderes gewesen. Also die Idee hätte ich trotzdem noch nachvollziehen können, auch wenn ich dann nicht gesagt hätte, dass ich das gut finde. Aber dadurch, dass sie eben tatsächlich nur den Rahmen beschädigt haben und das Gemälde eben nicht, fand ich das also als, ja, also als, als, darüber muss man nachdenken. Welches Denkmal haben Sie nochmal in Berlin? Das ist mir jetzt auch entfallen. Aber es ist sehr, sehr schwer sauber zu kriegen, habe ich heute nochmal in den Nachrichten gehört. Das weiß ich nicht. Also ich habe, ich habe nur das eben mitgekriegt mit dem Just Stop Oil in London. Nein, also das Brandenburger Tor ist voller Farbe und die Farbe geht gerade nicht so richtig gut ab. Aber es gab noch einen anderen, also Farbanschlag auf ein Denkmal in Berlin. Fällt mir jetzt gerne gar nicht an. Ja, weil ich meinte, das Brandenburger Tor ist ja auch. Nein, das Brandenburger Tor ist jetzt nicht das Beispiel, was ich meinte. Ja. Also ich fremdele nur mit dem Moment, also man kann genau sagen, also in Berlin waren es dann irgendwie eine Kartoffelsuppe, die an ein Bildrahmen herangeschüttet, worfen wurde. Ich fremdele halt nur, wenn man Kultur mit ins Spiel bringt. Und das, da, ja, da tauchen irgendwie Zweifel auf. Also wenn man Kultur mit ins Spiel bringt? Also wenn man jetzt Kultur unwiederbringlich zerstört, würde ich sagen, okay. Aber ich meine, das Brandenburger Tor ist jetzt nicht weniger wert, bloß weil es orange ist. Ich finde, das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Ich meinte nicht das Brandenburger Tor. Da bin ich falsch abgeboren. Nein, ich meinte nicht das Brandenburger Tor. Ich muss leider jetzt aus dem Gedächtnis, ich schaue mir mal nach. Ja, ich hatte gerade einen völlig verrückten Gedanken, also einen Gedankensprung. Erstens, Sie haben ja die Debatte ganz neu entfacht, weil plötzlich könnten wir, wenn wir genug Rechenkraft hätten, meinen Nachbarn auf dem Land vorrechnen, wie viel von dem 26 Grad heute sind sozusagen der Klimawandel. Das ist ein Gesprächsthema. Also man kann viel konkreter sagen, das Ahrtal war halt so und so wahrscheinlich oder da gibt es die Häufigkeit in diesen Modellen, nimmt so und so stark zu. Ich weiß nicht, 1,5 bis 3 Mal so oder noch 9 Mal, was auch immer. Dann jeweils das Ergebnis, Sie lächeln, Sie wissen die Zahl genau, ich habe es vergessen. 1,5 bis 9. Ah, okay, nicht völlig falsch gelingen. Ich frage mich was anderes, weil ich frage mich ja selbst, ich könnte ja als Einzelperson viel mehr tun. Ich könnte sozusagen besser leben und sehe aber immer, naja, ich bin ja nur so ein Tropfen im Ozean. Ob ich jetzt ein E-Auto fahre, kein Auto fahre oder ein Pick-up, ein Truck, ist halt nicht so wichtig. Mögen Sie noch eine halbe Endive? Ob ich jetzt Endive esse oder ein Steak, interessiert die Welt nicht. Was ja cool wäre, wäre so eine Art Attribution. Sind Sie nicht Chefredakteur von Zeit Online? Also ich meine, wenn Sie ein Steak oder eine Individue im Podcast essen, das macht einen großen Unterschied. Ah, jetzt hat sie mich. Na gut, aber nur mal angenommen, ich würde jetzt nicht ständig in Podcasts Schnitzel essen, sondern ich würde halt, ich esse ja auch mal privat was. Kann ich eine wirklich vegane Endive noch haben, bitte? Ja, gerne. Ich finde, das Angebrannte finde ich eigentlich interessanter. Möchte das noch jemand? Ja, also die Hälfte davon oder sowas. Und Sie wollen gar keine. Das Angebrannte? Das ist toll. Nee, also die können das gerne haben. Ich bin mit dem hier sehr happy. Es gibt doch noch ein Dessert übrigens. Was anderes raus. Es würde ja helfen, vielleicht so eine Attribution von, jedes Mal, wenn ich das Gaspedal in meinem Pickup-Truck durchdrücke, passiert auf der Welt Folgendes. Das gibt es halt nicht. Ja, das ist wahrscheinlich Alba in der Gedanke. Er kam mir aber gerade. Also für einen, ja, also ich meine, theoretisch kann man das schon machen. Praktisch wäre halt für einen einzigen Pickup-Truck wäre halt die Zahl so klein, dass man sie eben nicht von den Unsicherheiten unterscheiden kann. Aber das, ich meine, das ändert sich natürlich, sobald man eben mehrere Pickup-Trucks zusammen nimmt. Und ich glaube aber, dass das sowieso dieses, dass das, was man selbst machen kann, dass es der nur Konsum ist und dass das, das ist so der, also das, das finde ich so diesen ganz schwierigen Gedanken da dran. Also ich meine, wir können ja, wir haben ja eben nicht, wir konsumieren ja eben nicht nur. Ich meine, das möchte natürlich, ganz viele möchten uns glauben machen, dass das das Einzige ist, was wir machen können und sollen. Aber, also Essen ist ja jetzt nicht nur irgendwas, was wir uns reinstopfen, sondern das ist was Kulturelles, das ist was Gesellschaftliches. Es hat ganz viel mehr als jetzt nur das reine, sagen wir mal, Protein, was man jetzt zu sich nimmt. Und, und genauso ist es eben, ja natürlich, jeder Einzelne von uns ist nur ein einzelner Mensch. Aber wir alle haben eben Sphären des Einflusses, in denen es eben jetzt über den reinen Konsum hinaus ganz viel Unterschied macht, was wir machen und was wir wollen. Und ich meine, das kann jetzt sein, man mag ein Lehrer sein, dann ist man vielleicht im Elternbeirat der Schule und kann da Einfluss darauf ausüben, was für Essen in der Schule angeboten wird oder man ist Chefredakteur von Zeit Online. Da hat man dann also ein ganz, da hat man eine ganz riesengroße Plattform, auf der man eben Einfluss nehmen kann oder, ja, oder man, man, man besitzt ein Restaurant. Und, also jeder hat ja irgendwas und das mag mal klein und mal groß sein, aber wir alle haben Sachen, die wir verändern können und die wir beeinflussen können. Und das ist das, was jeden Einzelnen mächtig macht und auch was jedem Einzelnen Agency gibt. Es ist eben nicht der reine Konsum. Ich meine, Konsum spielt insofern halt teilweise eine Rolle, wenn man eben Vorbild ist oder auch nicht. Aber es ist eben Entscheidungsstrukturen ändern, politische Strukturen ändern und eben Rahmenbedingungen ändern und eben aber auch das ändern, was normal ist. Also ich habe ja vorhin gesagt, in jedem Pub in London gibt es inzwischen veganes Essen. Und das war, also vor zehn Jahren war das überhaupt nicht der Fall, aber jetzt ist das total normal und man muss sich also auch nicht mehr ständig dafür rechtfertigen. Und so, und so schafft man halt Veränderungen. Aber solange die... Aber es ist natürlich nicht mal ein privater Konsum, sondern es ist, es ist, dass eben in der Öffentlichkeit, auch wenn die Öffentlichkeit klein sein mag, wenn es nur das Nachbarschaftspub ist, aber da ist es, wo es die Rolle spielt. Ja, Sie haben wahrscheinlich mit allem Recht, was Sie sagen. Natürlich haben Sie mit allem Recht, was Sie sagen. Ich versuche das Gefühl zu beschreiben, das mich tatsächlich überkommt, auch wenn wir viel über diese Themen berichten, dass ich als Einzelner und ich meine jetzt als Bürger, ja, den größten Hebel, den ich habe, ist, glaube ich, sozusagen als Wähler Einfluss auf Politik zu nehmen. Und es fällt mir aber schwer, zum Beispiel mir vorzustellen, wie ich Einfluss auf die Politik in China nehmen könnte, außer über die Außenpolitik. Und das ist schon relativ riesig, was alles eigentlich passieren müsste, damit es besser wird. Und es werden ja große Anstrengungen unternommen, damit etwas passiert. Aber man kommt sich schon relativ klein vor. Ob ich jetzt das Schnitzel esse heute Abend oder nicht, ist ein Symbol oder es hat eine Wirkung, es vervielfältigt sich vielleicht. Aber die Dinge, die eigentlich passieren müssen, sind auf einem Maßstab. Da könnte man schon mal als Stadtrandbewohner in Berlin oder Castro-Brauxel denken, puh. Ja, natürlich. Aber ich meine, das ist doch bei allen globalen oder großen politischen Entscheidungen so, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, dass die eigene Stimme oder so einen wahnsinnig großen Einfluss hat. Aber ich meine, wenn eben der Stadtrandbewohner von Berlin denkt, es ist egal und alle anderen auch denken, es ist egal, dann wird sich garantiert nichts ändern. Gesellschaftliche Veränderung wird immer dadurch geschaffen, dass manche wenige Menschen anfangen zu sagen, es muss sich was ändern. Und es wird dann zur Veränderung kommen, wenn viele mitmachen. Also ich meine, im 19. Jahrhundert war die Idee absolut absurd, dass Frauen Menschen sind. Und ich meine, das ist zwar jetzt immer noch mit der Gleichberechtigung gibt es doch durchaus Nachholbedarf, aber ich meine, die Idee, dass Mann und Frau und nicht binäre Personen existieren und alle gleichwertige Menschen sind, ist jetzt etwas, was niemand mehr absurd findet oder was also eine ganz, ganz kleine Minderheit absurd findet, sondern was die Norm ist. Und natürlich, ja, wie gesagt, gibt es immer noch viel, was zu tun ist, um das also auch dann in unserem Wirtschaftssystem und so weiter wiederzuspiegeln. Aber ich meine, es ist doch nie, dass gesellschaftliche Veränderung damit anfängt, dass sich alle zusammenstehen und sagen, juhu, jetzt machen wir es. Wenn Sie gefragt werden würden und in einem Traum aufwachen würden, man würde Ihnen sagen, die Weltregierungen hören jetzt auf Sie, was würden Sie sofort versuchen umzusetzen? Das finde ich eine ganz schwierige Frage, weil das setzt ja voraus, dass ich alles weiß, wie alle Zusammenhänge funktionieren, dass ich genau weiß, welche Prozesse wie schnell oder wie langsam umgestellt werden können im Wirtschaftssystem. Wie, Sie wissen das gar nicht? Das weiß ich nicht, nein. Ich weiß nicht alles, ärgerlicherweise. Aber wer bin ich Sie? Wir dachten, wir können das jetzt von Ihnen hören. Also ich meine, es gibt halt so totale No-Brainer. Ja, fangen wir doch damit mal an. Also wo man, also ich meine, wo es jetzt weder an Technologiemangel noch an Know-how und das ist eben, wie man Häuser baut. Also warum es immer noch Bauvorschriften gibt, die halt Häuser bauen, die eben nicht klimaneutral sind, die eben nicht aus nachwachsenden Rohstoffen gebaut werden, obwohl wir die Technologie haben, obwohl wir wissen, wie das geht. Und ja, also ich meine, das ist mir immer ein bisschen schwer begreiflich, warum. Also ich meine, ich weiß warum, weil große Firmen viel Einfluss haben. Und weil natürlich auch Leute, also es dann schon auch Leute gibt, die sagen, ah, warte mal, ich muss zwar mir für 40.000 Euro eine neue Heizung nächstes Jahr einbauen. Ich spitze es dir etwas zu. Naja, aber ich meine, aber es ist ja nicht, dass das zwangsläufig von heute auf morgen umgesetzt werden muss, und zwar ohne, dass Menschen Unterstützung kriegen. Also ich meine, wir geben Geld aus zur Subventionierung von Kerosin, wir geben Geld aus für allen möglichen Kram. Man könnte das Geld ausgeben, um eben Menschen unter einem bestimmten Einkommen ihre Wärmepumpe einzubauen. Ich meine, also das ist jetzt nichts, was unmöglich wäre, sondern das, ja, das erfordert ein bisschen politischen Willen und Überzeugung. Aber jetzt nicht, es ist nichts, was jetzt per se unmöglich ist. Aber es wird dargestellt, als wäre das absolut unmöglich. Und als wäre also, ja, energetisch sinnvolles Heizen nur möglich, indem arme Menschen ganz viel aus eigener Tasche bezahlen. Also ich meine, das ist... Verzweifeln Sie da manchmal an der politischen Debatte? Ja. Ich finde es so interessant, weil am Anfang von Corona merkte man ja plötzlich, was, wenn es sehr akut und sozusagen von heute auf morgen dramatisch da ist und für die Leute nachvollziehbar ist, können ja plötzlich sehr radikale politische Entscheidungen getroffen werden und umgesetzt werden. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also für mich war das im Nachhinein, wir haben auch schon in diesem Podcast öfter drüber geredet, so ein Moment, wo man denkt, es geht. Und es brauchte da, wir haben mit Luisa Neubauer, weißt du noch damals, erster Lockdown-Zoom, erste Lockdown-Zoom-Aufnahme darüber gesprochen, aber die Geschichte ist ja nicht zu Ende damit. Die zweite Erkenntnis war, das Pendel schwang auch wieder auf die andere Seite und sehr schnell haben sehr viele gefragt, ist das überhaupt nötig, was wir hier machen, warum gibt es überhaupt diese Maßnahmen. Und geht das so? Und ich glaube, das Echo der Zeit ist eigentlich dieses. Das Echo der Zeit ist, wir haben, es war eine zu undemokratische Zeit. Wir haben zu, also das ist eine Erzählung jedenfalls, die ich oft höre, wir haben das völlig übertrieben angesichts dieser Krise aus dem Rückspiegel. Und das ist halt die zweite Geschichte. Und vielleicht hat die Debatte über das Klima eine ähnliche Trajektorie schon, vielleicht sogar schon mehrfach durchdrafen. Also vielleicht ist es eher so ein Zyklus, in dem diese Debatte läuft. Ja, aber ich meine, das ist eben das Problem, dass die Maßnahmen, die man ergreifen muss, um keine Treibhausgase mehr zu verbrennen, so gesehen werden, als wäre es das Gleiche wie die Corona-Maßnahmen. Also würde man die Menschen einsperren und ihnen die Freiheit wegnehmen. Also, aber weil man eine andere Heizung im Haus hat, ist einem nicht die Freiheit genommen. Und dass wir eben, dass eben diese Idee, dass Freiheit synonym ist mit kein Tempolimit. Und dass das einzig echte, richtige Leben, wie es also normale Menschen leben, ist eben, man muss also ein Familienhaus mit Gasheizung und mindestens zwei Autos haben. Ich meine, das ist die Politik oder das sind so, als wäre das die Norm, zu der wir alle ja gesagt hätten und das ist, was wir wollen und das ist das einzig, also das ist sozusagen der Maßstab, an dem alles gemessen wird. Aber das muss ja nicht so sein, das könnte man ändern. Ja, da könnte man andere politische Diskussionen führen, da könnte man andere gesellschaftliche Diskussionen drüber führen. Also, um dieses Narrativ zu ändern, das ist das, was wir bisher nicht geschafft haben. Und das ist eben das, weswegen ich auch sagen will, also Corona ist ein Beispiel dafür, dass man politisch ganz schnell was ändern kann. Aber ich meine, beim Klima hätte man das ja, also man müsste das ja gar nicht von heute auf morgen ändern. Man kann das da so durchaus, wir haben jetzt eine Regierung mit den Grünen, eine Regierung, die gewählt wurde, wo Scholz sich als Klimakanzler, also wir haben jetzt eine gewählte Regierung, die eigentlich gute Klimapolitik sich dafür hat wählen lassen. Also die könnte das doch jetzt nutzen, um eben dieses Narrativ zu verändern und sich nicht wieder in diesem Narrativ festzuhängen. Als ganz kleine Verteidigung der Ampelkoalition, die ja nicht mehr von so vielen Leuten verteidigt wird, man muss schon auch sagen, die hatten diese großen Ziele und Vorhaben und dann kam der Ukraine-Krieg und die wirtschaftlichen Folgen, Inflation. Und das ist natürlich auch eine politische Realität, mit der die Regierung umgehen muss. Ja, und wenn ich noch eine Fußnote, um alle zu verwirren. Und natürlich hat diese Krise ja auch Dinge beschleunigt, von denen man zu Anfang nicht dachte, dass das so schnell geht. Also die Debatte über Energieversorgung hat eine völlig... Und auch die Beschleunigung, die jetzt in den nachhaltigen Energien zu sehen ist, die sogenannte Deutschlandgeschwindigkeit, die kurz mal da war und in bestimmten Bereichen auch da ist, muss man wirklich sagen, gerade bei der Veränderung der Energieversorgung, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also das ist eben plötzlich auch passiert. Man hat sehr schnell überlegt, okay, und zwar war der Krieg der Anlass de facto, also die Folgen des Krieges und nicht der Klimawandel. Das muss man natürlich zynischerweise zugeben. Aber plötzlich waren Dinge möglich, auch in dieser Krise, die man für undenkbar gehalten hatte. Ja, das stimmt. Ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass alles, was die Ampel macht, schwachsinnig ist. Aber was ich eben das große Problem finde, ist, dass sie sich keinerlei Mühe geben, eben diesen Narrativ zu ändern. Dass sie sich keinerlei Mühe geben, zu erklären, dass es nicht darum geht, Menschen was wegzunehmen, dass es nicht das Gleiche ist, wie Menschen einsperren in Corona, sondern dass es tatsächlich die Lebensqualität der allermeisten Menschen erhöht. Wir hatten Renate Künast hier in diesem Podcast auch da sitzen und wir haben mit ihr an einer Stelle über die Frage gesprochen, warum in einer Stadt wie Berlin mit so wahnsinnig vielen grünen Wählerinnen und Wählern, die Grünen es geschafft haben, diese letzte Wahl hier zu verlieren. Und ich fasse es jetzt aus meinem Gedächtnis zusammen. Sie meinte eben, wenn ich sie damals richtig verstanden habe, dass man hätte nicht mit Verbotsdiskussionen kommen müssen, sondern eben sagen müssen, also ich ziehe dir aus dem Gedächtnis, wir investieren jetzt so und so viele Milliarden Euro in den Ausbau des Nahverkehrssystems von Berlin und machen halt all diese Angebote, investieren sehr, sehr viel Geld, damit eben Autos in der Innenstadt nicht mehr so wichtig sind. Also etwas zugespitzt. Wie stehen Sie dazu? Da würde ich sagen, ja. Aber ich meine, es ist jetzt auch gemein von mir, das alles nur auf die Grünen zu schieben oder auf die Politik, sondern um eben diese Veränderung zu schaffen, glaube ich, brauchen wir halt auch einen größeren. Ja, also andere Teile der Gesellschaft müssen eben auch mitmachen, eben dieses, okay, wie wollen wir eigentlich leben? Was ist uns eigentlich wichtig? Was ist Freiheit? Das kann eine Partei nicht verändern, sondern das muss aus verschiedenen Richtungen der Gesellschaft kommen. Und ja, also das, also was mir zum Beispiel total fehlt, ist irgendwie gute Kunst zu dem Thema. Also ich meine, wenn ich jetzt in die Tate Modern gehe, dann gibt es da also ein Video, eine Installation von Olafur Einersson, wo er also Eis aus Grönland auf den Platz vor der Tate gelegt hat und gefilmt hat beim Schmelzen. Das ist jetzt so das Klimakunstwerk. Ja, es gab zum Beispiel, aber es gab zum Beispiel in London in der Serpentine Gallery in diesem Sommer eine fantastische Ausstellung von Thomas Sarrazeno, der, die Serpentine Gallery ist ja im Hyde Park und ist ein sehr offenes Museum ohne Eintrittsgeld und liegt mitten in diesem Park und wird aber normalerweise natürlich von Klimaanlagen gekühlt. Und Thomas Sarrazeno hat die Türen alle aufgemacht. Also Teil seiner Ausstellung war, dass er gesagt hat, wir holen die Natur jetzt rein und machen die Türen auf und die Tiere können raus und reinlaufen und deshalb schalten wir die Klimaanlagen aus. Und alleine die Tatsache, dass das sozusagen zum Nachdenken geführt hat, zeigt eben das, was Kunst schon auslösen kann. Genau, aber davon gibt es viel zu wenig, meiner Meinung nach. Aber es gibt es. Ja, ich wollte jetzt nicht sagen, dass es gar nichts gibt. Aber das meiste, was man so sieht, ist eben sowas wie schmelzendes Grönlandeis oder so Sachen, die eben sehr vorhersagbar sind. Auch schon ein paar Jahre alt. Ja, natürlich. Muss man fair enough sagen, die Arbeit ist schon ein paar Jahre älter. Ja, natürlich. Und ich habe noch nie ein Climate Fiction gelesen, die ich richtig toll fand. Ja, also ich glaube, da könnte einfach noch viel mehr passieren, dass es eben ganz unterschiedliche Sachen gibt, die einen eben auf ganz unterschiedliche Weise zum Nachdenken. Was müsste in einem spannenden Roman zu dem Thema stehen? Was sollte da vorkommen aus Ihrer Sicht? Keine Ahnung. Spannende Charaktere wäre ein Starting Point. Ja, also ich glaube, es geht nicht darum, dass es jetzt den einen perfekten Roman gibt, sondern eben es müsste, ja, Romance und Thriller und Science Fiction und eben alles geben, das sich irgendwie mit dem Thema beschäftigt und irgendwie eben damit es eben… Haben Sie Frank Schätzing der Schwarm gelesen? Nein, glaube ich nicht. Ich kann es sehr empfehlen, aber man muss wirklich aufpassen. Es gab, ich weiß das, weil ich öfter den Debatten der Literaturredaktionen bei uns im Haus zu höre, es gibt wohl schon, und ich bin jetzt blank, tolle Literatur, in denen das Thema Klimakrise reflektiert wird. Das war ja immer ein Vorwurf, es gibt ja nur diese minderwertigen, ich sage es jetzt in meinen bösen Worten, Science Fiction und diesen ganzen, das können wir nicht ernst nehmen, aber es gibt wohl ernstzunehmende Literatur, die das auch ganz gut reflektiert mittlerweile. Ich habe ja auch gesagt, ich habe noch keine gelesen. Ich bin jetzt auf dünnem Eis. Das heißt nicht, dass es keinen gibt, aber es ist eben nichts, wo es ganz viel gibt. Wenn wir bei Science Fiction sind, William Gibson, der Autor, den ich am meisten verehre, auf diesem Planeten, in diesem Genre, William Gibson hat The Peripheral geschrieben, kann ich es empfehlen, auch wenn man viel Welten-Theorien interessant findet, wo eben der Plot ist, dass die Erde eine Krise erlebt hat. Das wird die ganze Zeit nicht klar, was für eine Krise das ist, gewesen ist, aber offensichtlich war irgendwas mit Klima auch beteiligt und quasi durch eine globale Veränderung ein Großteil der Menschheit ausgestorben ist. Der Rest lebt noch in sehr luxuriösen Verhältnissen und kann zurückkommunizieren in die Vergangenheit. Klingt ein bisschen weird, ist aber, hat zum Beispiel Gibson selbst geschockt, weil er sowas wie Trump vorhergesehen hat in dem Roman. Er hat dann kurz aufgehört zu schreiben, weil er das nicht ertragen hat. Da gibt es ein tolles Interview von einem. Da gibt es ein super Interview von 48 Jahren mal. Das Buch ist immer noch toll. Also wenn man über Klima, postklimatische, wie wäre eine Welt, sozusagen ein globales Ereignis, die Gesellschaft radikal verändert und dezimiert hat und dann nochmal weitergedacht mit den Technologien, die heute schon sich ankündigen, wie wäre diese Welt? Ich habe das mit Gewinn gelesen. Also gerade, weil es eben doch Literatur ist in meinen Augen und das so ein bisschen als Vision schildert. Das ist echt ziemlich cool. Also ich bin sicher, dass es Sachen gibt. Und ich muss sagen, ich habe ein, auch wenn das jetzt ein bisschen embarrassing ist, ich habe eine Trilogie gelesen, das ist ein Young Adult Mystery Romance. Wahrscheinlich mehr Einfluss als vieles andere. Das von Joss Sterling. Vordergründig geht es um Teenager, die eben UV-Licht anders wahrnehmen können und dadurch dann übernatürliche Fähigkeiten haben und dann gejagt werden und dann gibt es Romance. Aber es spielt halt... Ja, sorry, die Pots sind meistens ja nur nicht so kompliziert. Aber es spielt halt in einer Welt, die eben vom Klimawandel total verändert ist. Also wo sich die Küstenlinien ganz verändert haben, wo eben was Wetter ist, ganz anders ist. Und das ist immer nur eigentlich so ein Hintergrund. Es führt dann auch immer wieder zu extra Hindernissen. Und das, also das fand ich toll. Aber wie gesagt, das ist mir bisher, habe ich bisher einmal, wo das eben nicht so... Mit dem erhobenen Zeigefinger erzählt wird. Genau, ja, mit dem erhobenen Zeigefinger oder wo es sich nicht so nach harter Arbeit anfühlt, sondern wo es eben halt... Also wie gesagt, es ist jetzt nicht, dass es das gar nicht gibt, aber ich denke, dass von diesen Seiten der Gesellschaft einfach... Ich meine, sonst hat eine Partei auch keine Chance, wenn sie das ganz alleine machen müssen. Ich würde noch mal ganz kurz... Deswegen kann man sich aber trotzdem viel Mühe geben als Partei. Ich muss noch eine, bevor du abbiegst, ich wollte noch eine Bemerkung fallen lassen, weil wir jetzt so über Deutschland und die deutsche Regierung gestimmt haben. Ich wollte nur mal sagen, sie leben ja in Großbritannien. Und da gibt es ja diesen Premierminister, der während wir das aufnehmen, ist es zwei Wochen her gefühlt, auch mal eben noch mal ganz forsch über die Klimaziele nachgedacht hat. Und natürlich das tut, weil er merkt, er braucht mehr Support und er verliert diesen Support. Und das ist ja immer ein Muster. Und auch kritische Gäste, bitte entgegnen. Also er tut das in der wilden Hoffnung, dass dadurch er irgendwie Tory-Wähler kriegen kann. Ja, also das eben, indem er jetzt, also ja ganz aktiv eben diese, oh, die Klimaziele, die wir hatten, die sind ja viel zu teuer für die kleinen Leute. Das ist ja der Narrativ, den er jetzt bringt. Und das ist, also ja, das ist ganz klar, weil er hofft, dass dadurch dann irgendjemand noch Tory wählen wird. Aber auch in Deutschland, es gab eben mehrere Kommunikationspunkte, wo plötzlich klar wurde, okay, wenn wir weiter in diese Richtung gehen, werden wir immer mehr Support in der Bevölkerung verlieren. Wir müssen jetzt umdrehen. Aber ich glaube, bei Sunak ist es wirklich so, dass die Bevölkerung hat überhaupt kein Problem mit dem Klimaschutz, mit der Klimapolitik. Das ist ein verzweifelter Versuch der Tories, die ja jetzt, also die letzten zwei Jahre in den Umfragen ganz, ganz tief unten sind. Also ich meine, Klimawandel war ja in UK lange Zeit kein Kulturkampfthema. Und das ist jetzt wirklich, die Tories springen jetzt auf den, oh, in den USA und im Rest Europa ist das ein wunderbares Kulturkampfthema. Gucken wir doch mal, ob wir das nicht vielleicht auch machen können, damit uns mal wieder jemand wählt. Also es gab in der Bevölkerung keine Schwierigkeiten mit den Klimaschutzgesetzen. Das war ja was, was also der Climate Change Act, den gibt es ja schon seit 2008, dass es eben gesetzlich verankert ist. Das ist etwas, was also, was sowohl Labour als auch die Tories akzeptiert haben und verteidigt haben. Das war jahrelang wirklich Common Sense, das müssen wir machen und unsere Kulturkämpfe machen wir über andere Sachen. Das ist jetzt wirklich, ja. Ich wollte es nur erwähnen, weil es eine offensichtliche Diskrepanz ist, weil sie so gerne in Großbritannien sind, musste man es zumindest mal erwähnen. Entschuldige bitte, Christoph. Ich bin gerne in Großbritannien, aber nicht der Politik wegen. Guter Satz. Ich wollte noch eine Klammer für mich schließen, weil sie vor ungefähr siebeneinhalb Minuten über einen Kollegen von Ihnen gesprochen haben, Gerd Jan van Oldenburg. Sagen Sie den Namen bitte einmal, wie man, also weil es ist ja... Gerd Jan van Oldenburg. Danke sehr. Natürlich im Original. Naja, also ich bin auch kein Holländer. Aber es klang in meinen Ohren. Ich habe lange genug, ich habe sehr intensiv mit ihm zusammengearbeitet. Weil ich habe nur in der Vorbereitung gelesen, dass eben entscheidend für den Erfolg der Attributionsforschung ein Besuch in einem Starbucks in San Francisco war, der fast schiefgegangen wäre. Ja, also der... Das könnte der Anfang eines Romans sein. Also ja, die Geschichte mit dem Starbucks in San Francisco, das war... Ich habe ja vorhin erzählt von dem Paper, das ich geschrieben habe, zu der russischen Hitzewelle. Das war 2010? Die Hitzewelle war 2010. Mein Paper ist 2012 veröffentlicht. Und dann habe ich zusammen mit noch ein paar anderen Kollegen, wir haben noch also zu anderen Ereignissen, also eben auch auf, sag ich mal, normaler wissenschaftlicher Basis, also mit sich Zeit nehmen für die Studien und dann einreichen in einem Journal und dann Veröffentlichung, also zum Beispiel zu Regenfällen im Kongo, habe ich ein Paper geschrieben. Und in San Francisco findet oder fand in jedem Jahr die größte Konferenz von KlimawissenschaftlerInnen statt. Und da haben sich also zumindest vor Corona, also wenn man das konnte, dann hat man sich da getroffen. Das war also der Zeitpunkt im Jahr, wo die Community zusammengekommen ist. Und da hat Heidi Cullen, die damals Chief Scientist bei der Non-Profit Climate Central, das ist also eine amerikanische Non-Profit, deren Hauptanliegen ist es, den Wetterberichterstattern im Fernsehen es zu ermöglichen, über den Klimawandel zu sprechen. Also die versuchen eben, Erkenntnisse der Klimawissenschaften so aufzubereiten, dass sie eben für Fernsehmeteorologen benutzbar sind. Und deswegen war das für die natürlich, wenn man eben zu konkreten Extremwetterereignissen was sagen kann, das wäre natürlich perfekt. Und deswegen hatte sie mich und Miles, meinen damaligen Chef, gefragt, ob wir uns nicht mit ihr treffen könnten in San Francisco. Also halt im Rahmen, also am Rande dieser Konferenz. Und sie hatte gesagt, im Starbucks auf, ja, Fourth Street. Und naja, zu einer bestimmten Zeit, ich habe vergessen, welche Zeit, und Miles und ich waren halt in einem Starbucks auf der Fourth Street. Und Heidi kam nicht und kam nicht und kam nicht. Da haben wir schon gedacht, okay, also jetzt, okay, wird wohl nicht. Sie will nicht mit uns reden. Sie will doch nicht mit uns reden. So wichtig sind wir doch nicht. Genau, und dann gingen wir halt wieder raus und sahen dann, oh, da weiter hinten ist noch ein Starbucks. Und dann sind wir da hin und da war sie dann gerade, hatte sie dann auch gerade aufgegeben und kam dann raus und dann haben wir uns eben doch unterhalten und sie hat eben gesagt, könnt ihr das nicht schneller machen. Sie hat also im Prinzip die Idee für World Weather Attributions für das Projekt, was ich jetzt, oder für die Initiative, die ich jetzt nach wie vor leite. Also das war der Schlüssel. Gebracht, genau. Könnt ihr das nicht schneller machen. Als sie den Satz gesagt hat, ist ihnen das dann sofort durch den Kopf gegangen, dass sie dachten, da stimmt sie halt recht. Also es war ziemlich so, das war ein, ja warum eigentlich nicht? Also... Es ist ja manchmal so im Leben, dass man plötzlich so einen Satz hört und der klingelt und löst irgendwas in einem aus, worüber man selber eigentlich auch schon so unbewusst vielleicht auch nachgedacht hat und plötzlich hört man das von jemand anderem und denkt eigentlich, stimmt. Ja, also das war so, das war so ein bisschen so. Also es war zumindest, wir haben dann uns halt ein bisschen unterhalten und es war eben jetzt kein Grund irgendwie zu sehen, warum man das nicht im Prinzip machen könnte. Und ja, the rest is history. Und dann sind sie beide, und dann sind sie beide nach Hause, die wir auch gerne erzählen können, aber... Ja, und dann sind sie beide nach Hause geflogen und haben losgelegt? Nicht ganz. Dann sind wir nach Hause geflogen und haben gesagt, okay, also das müssen wir, wenn wir das machen, müssen wir auf alle Fälle mit Reat Jan reden. Also weil Reat Jan, der hat also ja auch schon an meinem ersten So holländisch, ja. Paper mitgearbeitet, der... Danke, erstmal nicht, sonst schlafe ich gleich ein. Und der war halt absolut brillant, was Beobachtungsdaten angeht. Also du konntest dem irgendeine Wetterstation der Welt geben und er wusste, also konnte dir die Geschichte erzählen, wann die umgezogen ist vom Flughafen in die Innenstadt und ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Er hatte also, ja, also zu... Nicht, nicht literally alle Wetterstationen der Welt, aber wirklich also in ganz vielen verschiedenen Ländern wusste er eben ganz genau die Geschichte von Wetteraufzeichnung und so und damit hat er also ein unglaubliches intuitives Gespür dafür, welche Daten gut sind, welche man verwenden kann und er war ein absoluter Workaholic, der hat also unglaublich schnell gearbeitet und wir haben also gesagt, also mit dem müssen wir unbedingt reden und er war sofort game und hat gesagt, ja, weil eben das, was Heidi halt auch dazu bewegt hat, aber uns auch schon, wir hatten uns auch schon intern drüber unterhalten, dass es halt unglaublich frustrierend ist, dass WissenschaftlerInnen eben nie wirklich Evidenz in eben diese öffentliche Diskussion einbringen können, die ja immer stattfindet, wenn Extremwertereignisse stattfinden, also das war jetzt, zwar Heidi hat gesagt, könnt ihr das nicht schneller machen, das hat uns sozusagen die Idee gegeben, im Moment vielleicht könnten wir das tatsächlich ändern, aber dass es ein Problem war, war uns auch schon vorher aufgefallen. Und aber eigentlich, also, oder Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht, ich komme hier so, ihr habt ein bisschen Dessert geholt und wir haben gerade beraten im Hintergrund, Christoph darf das nicht essen, weil Christoph, wie wir seit sechs Jahren in diesem Podcast wissen, eine Sojaallergie hat und es gibt die nicht völlig widerlegte Hypothese, dass da vielleicht Soja drin ist. Aber Maria, der ich zu tausend Prozent vertraue, ist sich nicht sicher. Aha. Bist du zu hören eigentlich? Weil das erste ist ja so. Pressekonferenz. Und hat unsere Kollegin angerufen während der Aufnahme und hat gesagt, sie ist sich nicht hundert Prozent sicher, ob in diesen Keksen Soja drin ist oder nicht. Und deswegen habe ich für dich aber ganz viele andere Süßigkeiten noch geholt, damit du auf jeden Fall nachzutausch hast. Das ist sehr sweet. Ja, dann genieß mal bitte den Nachzutausch. Also wir dürfen das Dessert essen. Christoph ist wie immer nicht böse, wenn wir die ganze Zeit Sushi essen und er kann nicht. Natürlich nicht. Ich bin auf Soja allergisch. Es muss hart sein. Es tut mir leid. Ja, natürlich. Es ist so schlimm wie Erdbeerallergie. Sind Sie auf Erdbeeren allergisch? Nein, nein, nein. Haben Sie irgendeine Allergie? Ich kriege Bauchschmerzen von Quinoa. Das kann man relativ gut vermeiden. Das ist ja nicht überall drin. Jochen, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, ich wollte jetzt nur nicht zu schnell vorspulen, aber das Ergebnis dieser Geschichte, die ich jetzt nur von der Küche aus verfolgt habe, die ich aber auch ein bisschen kenne durchs Lesen, Sie sind jetzt, was Sie heute machen, ist, Sie sind so eine Art schnelle Spezialeinheit für Extremwetterereignisse. Und Sie haben ja mehrere Dinge dafür über Bord werfen müssen, nämlich zum Beispiel diese Gletschergeschwindigkeit mit der Wissenschaft unterwegs ist, aus gutem Grund. Also man forscht, man veröffentlicht, dann lesen es andere Leute, dann sagen sie, ja, da müssen Sie nochmal korrigieren, das sind ja hier, diese Fußnote. Können wir das nochmal kurz erklären, die sogenannte Peer-Review? Weil ich glaube, das ist vielen Leuten nicht klar, was da eigentlich passiert. Seit der Pandemie wissen es fünf mehr als vorher? Ja, ich weiß. Aber bitte nochmal erklären, wirklich guter Punkt. Ja, also Peer-Review heißt, dass wenn man eine wissenschaftliche Studie veröffentlichen möchte, dann macht man das normalerweise nicht auf seiner Website, so wie wir das machen. Jetzt habt ihr mal was ins Internet gestellt. Sondern man reicht sie ein bei einem wissenschaftlichen Journal und die haben dann ein, ja, ein Editorenteam und die gucken sich das dann erstmal an und sagen, also wenn es totaler Blödsinn ist, dann geben sie es gleich zurück und sagen, nee, sorry, also nicht bei uns oder das kannst du nochmal machen. Aber wenn es jetzt halt im Prinzip nach einer sinnvollen Studie aussieht, dann suchen diese Editoren, ja, sag ich mal, bis zu sieben, habe ich festgestellt, kann man kriegen, andere Wissenschaftler aus dem gleichen Feld, die eben diese Studie begutachten und sich angucken, okay, haben die Methoden, haben sie die vernünftig angewendet, ist da genug Informationen drin, dass also klar ist, was sie gemacht haben, sind eben die Schlussfolgerungen sinnvoll begründet und so weiter und in den allermeisten Fällen, nein, also nicht in den allermeisten Fällen, also und entweder kriegt man dann eben zurück, nein, dann wird es abgelehnt, das Paper und dann muss man halt, also entweder sich hinsetzen und es nochmal machen oder eben bei einem anderen Journal einreichen und es nochmal versuchen, aber, oder eben, man kriegt, ja, Kommentare, also, Revisions, also im Prinzip ist das schon okay, aber hier, also da müsste man noch ein bisschen ergänzen und hier, also da, da verstehe ich nicht, wo kommt denn diese Formel her, könnt ihr nicht nochmal die Herleitung dazu tun und so und dann, und dann kann man das verbessern und danach wird es dann veröffentlicht und das ist, ich meine, das ist eben, das ist der Kern dessen, was Wissenschaft ist, also ich meine, ansonsten, das ist halt das, was die wissenschaftliche Methode ausmacht und deswegen ist es wichtig und naja, auch so eine Art Heiligtum, dass eben nur etwas, was peer-reviewed ist, ist eben echte Wissenschaft in dem Sinne, damit eben nicht jeder einfach irgendwas veröffentlicht und irgendwelche Behauptungen hinstellen kann, ist es, also ist es halt auch, es ist total wichtig und es ist auch die beste Methode, die wir bisher so hatten, aber natürlich funktioniert die auch nicht immer so wahnsinnig toll, also ich meine, es gibt auch Reviewer, die sich eben keine Mühe geben und Fehler nicht finden oder politische Interessen haben und Forschung verhindern wollen von der Konkurrenz oder die Autoren nicht leiden können oder Ach, gibt es sowas unter Wissenschaftlern? Auch das haben wir in der Pandemie gelernt, also die Wissenschaftler, die sind gar nicht so rein, wie wir immer dachten. Okay, aber ich frage das ja nur deswegen, wir kamen darauf, das haben Sie alles, das, was Sie gerade so geloben, weggeworfen? Nein. Entschuldigung, ich würde nicht sagen, dass wir es weggeworfen haben. Also es wird im Nachhinein reviewt, aber Sie machen etwas, was man eigentlich nicht macht. Wir machen etwas, was man eigentlich nicht macht, genau. Wir veröffentlichen wissenschaftliche Studien zu neuen Extremwetterereignissen, bevor dieses Peer-Review-Verfahren durchlaufen ist. In der Pandemie gab es etwas Ähnliches, da wurden immer Preprints rausgehauen, weil es halt auch dringend war, weil es halt auch dringend war, Erkenntnisse sofort zu zirkulieren, weil es schnell gehen musste. In diesem Fall ist es ja eher so eine Art, ob ich jetzt in drei Jahren erst weiß, ob das Ahrtal zu Faktor 9 oder Faktor 3 wahrscheinlicher war, ist inhaltlich ja gar nicht so wichtig. Also für den, also die drei Jahre hat der Klimawandel, aber es ist eher so eine Art Public Relations Problem der Diskussion, weil niemand interessiert sich in drei Jahren noch dafür, wie das. Genau, also der Grund, warum ich nach wie vor denke, dass wir das weiter so machen müssen, das ist es eben, weil man nur in diesem schnellen Zeitrahmen das schaffen kann, die Erfahrung der Menschen, des Ereignisses, das gerade stattgefunden hat, eben mit der relativ abstrakten Idee des Klimawandels zusammenzubringen. Wenn man es halt zwei Jahre später macht, dann ist die Erfahrung nicht mehr akut. Es geht nur um Kommunikation im Grunde. Fast. Der zweite Aspekt ist auch, dass also gerade so in dem, das ist dann, also für die Kommunikation ist es eben wirklich, das ist eine Woche, zwei Wochen oder so oder wenn es halt was ganz Großes ist, dann geht es auch mal ein bisschen länger. Aber es ist ja dann auch so, dass in den Wochen und Monaten nach einem Ereignis stellen sich ja die Fragen nach dem Wiederaufbau. Und da sind... Dass ja im Ahrtal auch immer noch ein Problem ist. Das ist immer noch in der Diskussion, wie das da funktioniert. Ja, und erste Entscheidungen werden halt in den wenigen Monaten danach getroffen. Und wenn man dann zum Beispiel feststellt in einer Attributionsstudie, dass ja, der Klimawandel spielte eine Rolle, aber eine viel größere Rolle spielte zum Beispiel, dass also die ganze Landschaft versiegelt war, dass das Wasser nicht abfließen konnte. Was in dem Fall so war. Was in dem Fall so war. Dann ist das unglaublich wichtige Information zum Wiederaufbau. Dann das heißt also, da muss man dann was anders machen, wenn man eben verhindern möchte, dass sowas wieder passiert. Also das ist der zweite Grund, warum es eben gerade für diese Entscheidung auch wichtig ist, dass man solche Informationen eben schnell zur Verfügung hat. Aber also, was uns davon unterscheidet, von diesen oft schnell eben auf dem Preprint-Server veröffentlichten Papern in Corona, ist, dass wir die Methoden, die wir anwenden, die sind nicht neu. Also wir machen eher so ein bisschen sowas wie die Wettervorhersage. Ich meine, die Wettervorhersage macht man auch jeden Tag, dass man im Prinzip die gleiche wissenschaftliche Methode jeden Tag wieder anwendet und man hat nicht jeden Tag eine peer-reviewed Veröffentlichung davon. Es ist nicht ganz das Gleiche, aber es ist eben, wir haben also, bevor wir die erste, bevor wir eben die erste schnelle Studie veröffentlicht hatten, hatten wir halt wissenschaftliche Paper, die mit den Methoden auf einem anderen Ereignis getestet haben und dann haben wir eben die gleiche Methode auf ein anderes Ereignis angewendet. Und es ist insofern nicht ganz die Wettervorhersage, weil wir dann doch immer wieder was Neues lernen, manchmal doch wieder was Neues machen und dann eben nicht nur uns auf ein Methoden-Paper beziehen, sondern irgendwie auf fünf verschiedene Methoden-Paper uns beziehen. Aber wir geben uns eigentlich sehr, sehr viel Mühe, eben nichts zu machen, was nicht methodisch schon peer-reviewed ist und dann, naja, wenn wir halt ein bisschen was anders machen, dann reichen wir, also unsere Studien fast immer auch zum Peer-Review ein und bisher alle, die wir eingereicht haben, sind auch veröffentlicht worden, also keine, die permanent abgelehnt wurde und die Zahlen haben sich nie verändert. Was sich immer verändert, ist die Prosa. Können Sie das nochmal genauer erklären und das ist ja wohl hier, die Formel muss nachgereicht werden, die Herleitung der Formel muss nachgereicht werden. Genau, also hier braucht man doch bitte noch ein bisschen mehr Kontext und kann man das nicht noch ein bisschen besser erklären und so, insofern, ja, also. Darf ich, Entschuldigung, Christoph, ich würde gerne noch einen Schritt tiefer in diese dunkle Geheimwissenschaft gehen, die Sie da betreiben, weil das ist ja nicht nur, naja, es gibt diese Klimamodelle und die machen irgendwelche Vorhersagen oder berechnen die die Häufigkeit von Wetterereignissen. Da ist ja auch ganz viel so Erfahrungswissen dabei, um so ein Modell hinzuschnubbeln. Also da müssen Sie wirklich mal aus Ihrem Alter berichten. Sie machen das ja nicht selber zwingend, aber es gibt ja Leute, die dann versuchen, diese Modelle auch anzupassen an die Realität. Ich hoffe, ich sage das richtig. Also ein gutes Modell hat ja nicht nur irgendwie Supermathematik und Physik Engines im Hintergrund, sondern da das ja immer nur so eine Annäherung an die Welt ist, muss man ja auch relativ viel rumbasteln, bis es dann eine Form der Realität ziemlich gut widerspiegelt und sozusagen aus der Vergangenheit betrachtet, dass die Welt ziemlich gut darstellt. Ja, also da gibt es ja so ein Handwerk. Ich würde mich sehr wehren gegen die Geheimwissenschaft, denn ich meine, das andere, was wir machen, außer dass wir eben unsere Methoden alle schon peer-reviewed haben, ist, dass wir all unsere Daten veröffentlichen. Also jeder kann sich unsere ganzen, unsere gesamten Daten runterladen und unsere Formeln und unsere Skripte und nachmachen, was wir machen, um eben also maximal transparent zu haben. Ich habe bewusst das Wort gewählt, um es vielleicht ein bisschen zu überhöhen, aber es gibt da so ein Handwerk. Das ist halt nicht nur, man muss auch so ein bisschen so Erfahrungswissen mitbringen, wie man das jetzt macht. Genau, also ich meine, ich modelliere nicht selber. Ich mache die Klimamodelle nicht selber. Also als ich in Oxford war, da haben wir tatsächlich in dem Team ein altes Klimamodell vom UK MedOffice gehabt, mit dem wir auch selber gearbeitet haben. Wobei wir aber natürlich auch jetzt eben nicht, sag ich mal, die grundlegenden mathematischen Formeln reingeschrieben haben, sondern eben nur Veränderungen. Und ja, also das ist, was Klimamodelle zum Beispiel von wirtschaftswissenschaftlichen Modellen unterscheidet, ist, dass sie eben im Kern auf den Grundsätzen der Physik beruhen. Also die Klimamodelle haben die Energieerhaltung, die haben die Masseerhaltung und die haben die Impulserhaltung. Aber da wir eben nicht die Welt in infinitimal kleinen Abständen messen, kann man eben nicht die reine Mathematik verwenden, sondern man muss, damit es also auch noch überhaupt rechnerisch möglich ist, das zu machen und mit den Messungen, die wir haben, möglich ist, muss man halt Vereinfachungen vornehmen. Und die werden eben empirisch gemacht. Das heißt, da werden dann, da sind teilweise, also zum Beispiel Regen in Klimamodellen wird nicht durch die physikalische Impulserhaltungsformel, sondern das sind empirische Formeln, die eben gewonnen wurden, indem man das Modell immer wieder hat laufen lassen und mit Beobachtungsdaten von Niederschlag verglichen und dann die Formeln verändert, solange bis eben den Niederschlag der Vergangenheit. Das meinte ich mit dunkler Wissen. Plötzlich sind die Regentropfen keine echten Regentropfen mehr, sondern sind so groß wie eine Faust oder was auch immer. Das finde ich jetzt aber so. Man schnubbelt halt rum, bis es aber, das ist ja das Tolle daran ist, dann stimmt es mit der Realität überein. Also man hat sozusagen, man hat einfach nicht alle Daten der Welt und selbst dann wäre es ja schwierig, weil die macht ja trotzdem immer noch im Kleinen was anderes und so. Also man kann gar nicht genug Daten haben, rein theoretisch schafft man das nicht und muss halt ein bisschen mit so Schmutz arbeiten. Und wenn man das aber richtig cool macht, dann gibt das Modell ganz toll die echte Realität wieder. Ja, also ob ich das jetzt Schmutz nennen würde, ich weiß es ja nicht. Entschuldigung, ich habe Experimentalphysik gemacht. Sämtliche Wirtschaftswissenschaftler werden Pieps beleidigt, die machen nämlich also nur Schmutz. Nur Schmutz. Ja, das haben Sie jetzt gesagt. Ja, das muss man machen. Mit meinem Team jetzt, wir machen nicht die Modelle, wir benutzen die Modelle, die eben in anderen, und das ist wahnsinnig viel aufwendige Arbeit, solche Modelle zu machen und eben dieses zu machen. Da braucht man nationale Rechenzentren für mit ganz vielen Menschen, die sich darum kümmern. Das könnte mit so einem kleinen Team wie meinem, könnte man das niemals machen. Und das ist auch ein Problem. Denn man kriegt es zwar hin, dass die Modelle dann für Niederschläge zum Beispiel über Großbritannien richtig, richtig gut sind. Aber man kriegt es eigentlich nie hin, dass sie so richtig gut überall auf der Welt sind. Sondern da ist immer ein Trade-off zwischen, okay, also kriegen wir jetzt eine richtig gute Monsun hin? Oder Regen über London. Oder Regen über London. Was ist uns wichtiger? Genau, und wenn es eben das Modell des UK Met Office ist, dann ist Regen über London wichtiger. Super. Wenn es das Modell der NASA ist, dann sind also die Hurricanes im Nordatlantik das Wichtigste und die Regenfälle davon. Und wenn es das japanische Modell ist, dann ist es eben der Pazifik, der am wichtigsten ist. Und es gibt keine großen Rechenzentren in Afrika. Es gibt keine Klimamodelle, die in Afrika entwickelt werden. Das heißt, es gibt keine, die optimiert sind dafür, die Wettersysteme über Afrika darzustellen. Und die Messstationen sind auch nicht gleich verteilt. Die Messstationen sind auch nicht gleich verteilt. Und das ist ein echtes Problem. Ich würde noch mal gerne auf ein Beispiel zu sprechen kommen, das wir auch einmal schon kurz erwähnt haben. Nämlich das Hochwasser im Ahrtal 2021. Sie haben gerade mit den Augen gerollt. Warum haben Sie mit den Augen gerollt? Weil Sie wahrscheinlich schon 40 Mal. Mindestens. 400, 1000 Mal. Wir können trotzdem kurz drüber reden. Ja, weil ich glaube, das haben alle Hörerinnen und Hörer noch so sehr präsent. Das ist noch nicht so lange her. Und damals war es ja so, dass deutsche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch der deutsche Wetterdienst, sie kontaktiert hat und gebeten hat, könnte da nicht mal kommen und es erforschen. Wir wollen jetzt mal wissen, warum ist das passiert? Also Sie waren da beteiligt an der Erklärung oder Einordnung eines für Deutschland Jahrhundertereignisses, was die Debatte über das Klima betrifft. Ja, wir haben die Studie gemacht. Wir haben die Studie, also wir haben... Das war ein Riesenschock. Und die Erklärung kam von Ihnen. Also sozusagen die Einordnung des Ereignisses kam von Ihnen. Ja, aber eben auch in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wetterdienst. Also die haben wirklich... Ich meine, wir haben... Die hatten schon vorher uns kontaktiert und gesagt, könnt ihr uns nicht beibringen, wie man das macht. Aber waren halt zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit, dass sie es alleine hätten machen können. Und darum haben wir das halt zusammen gemacht. Warum nervt Sie das? Nein, das nervt mich nicht. Es ist nur... Es nervt mich nicht wirklich, nein. Also eigentlich ist es ja genau das, warum ich diese Forschung mache. Weil eben die Ereignisse, die Menschen wirklich erleben und die sich in die Erfahrung einbrennen. Und wenn man zu denen was sagen kann, das kann eben tatsächlich Debatten verändern. Und das ist ja genau das, was ich will. Also das nervt mich nicht. Aber es ist halt das Ereignis in Deutschland. Und jeder deutsche Journalist, mit dem ich in den letzten zwei Jahren geredet habe, möchte halt über das Ahrtal reden. Ich fand es deshalb auch so interessant, nur in der Vorbereitung, ehrlich gesagt, bin ich darüber gestolpert, weil es gab ja Probleme bei dieser Untersuchung. Denn das Gebiet war eigentlich zu klein, oder? Also das Gebiet war sehr klein, um es jetzt mit den State-of-the-Art, also mit den Standard-Klimamodellen, die halt frei zur Verfügung sind, die KlimawissenschaftlerInnen einfach benutzen können, wirklich sinnvoll zu untersuchen. Also da hätte man eigentlich andere, also und wir haben auch andere, es gibt Modelle, in denen der Niederschlag tatsächlich nicht, wie wir das gerade erklärt haben, empirisch, das nennt man parametrisiert ist, sondern wo also tatsächlich die Konvektion, also dass die Feuchtigkeit verdunstet und dann lokal eben Wolken bilden und sich runterfallen, dass das wirklich physikalisch im Modell ist. Aber das passiert halt auf ganz kleinen Skalen. Das heißt, diese Modelle kann man nicht für die ganze Welt rechnen. Das wäre einfach technisch nicht möglich. Und man kann es eben auch nicht tausende Mal machen, sodass man rausfinden kann, okay, was ist denn normales Wetter und was ist extremes Wetter. Das heißt, die kann man eben zumindest noch nicht so verwenden, wie wir die anderen Modelle für diese Attributionsforschung verwenden. Das heißt, die konnten wir verwenden, um zu gucken, ist das, was wir mit den Modellen, die eigentlich zu grob in der Auflösung sind, rauskriegen, sieht das trotzdem noch realistischer aus, wie Regen aussieht. Aber dadurch ist eben das Ergebnis, dass der Klimawandel dieses Ereignis anderthalb bis neunmal wahrscheinlicher gemacht hat. Das ist ja eine relativ breite Spanne. Also es ist ein großer Unterschied, ob irgendwas sich nicht mal verdoppelt hat in der Wahrscheinlichkeit oder ob es zehnmal wahrscheinlicher geworden ist. Also dass eben das Ergebnis so relativ, dass wir es eben nicht feiner, nicht enger fassen können, liegt eben daran, dass es ein relativ kleines Gebiet war und wir nicht die optimalen Modelle dafür haben. Darf ich nochmal eine Frage zu diesen Modellen stellen? Ihre Promotion ging ja eigentlich darum, wenn man es jetzt zusammenfasst, dass es nicht so einfach ist, mit Computermodellen etwas über die Realität zu sagen. Das ist ja sozusagen das Leitmotiv. Das ist die Frage. Und das ist ja eigentlich auch eine Art, das ist jetzt meine Interpretation, eine Art Schrift, die zur Vorsicht mahnt, was diese Modelle über die Realität aussagen können. Also sehr philosophisch natürlich, streng philosophisch. Jetzt sind Sie ja quasi auf der anderen Seite, wenn man so will. Sie haben ja, ich weiß nicht, ob Sie das auch ständig gefragt werden, aber Sie sind ja genau das geworden, was Ihre Promotion eigentlich hinterfragt auf einem natürlich hohen philosophischen Niveau. Wundert Sie das gelegentlich auch selber? Also Sie sind sozusagen, Sie machen genau das, wo Sie eigentlich eine Theorie, theoretischen Frage gestellt haben, ob das der richtige Weg ist, über die Welt nachzudenken, über die Realität nachzudenken. Also wenn denn tatsächlich diese Ergebnisse, die wir hätten, ausschließlich auf den Modellen beruhen würden, wäre das in der Tat bedenklich. Dann sollte ich meine Dissertation nochmal lesen. Aber der Grund, warum wir zum Beispiel im Fall des Ahrtals oder auch in anderen, also wir haben jetzt auch gerade eine Studie zu den Regenfällen in Libyen veröffentlicht, wo die Unsicherheiten noch größer sind und wo wir trotzdem uns entschieden haben, die zu veröffentlichen. Wir haben ja nicht nur die Information, die in den Klimamodellen steckt. Es ist ja nicht nur ein rein statistisches Unterfangen, was wir machen, sondern wir haben ja auch noch andere Informationen. Und zum einen ist es einfach Physik. Also wir haben jetzt gerade, was Extremniederschläge angeht, das physikalische Verständnis, eben das aus Grundlagen für sie kommt, nichts mit Klimamodellen zu tun hat, dass eben wärmere Luft, mehr Wasserdampf aufnehmen kann und dass der dann eben als Regen und zwar als Starkregen wieder runterkommt. Das ist also, dazu braucht man niemals ein Klimamodell auch nur anzufassen, um das zu wissen. Das haben Clausius und Kleperon, also lange bevor es das erste Klimamodell gab, erforscht. Und insofern haben wir das Wissen und dann haben wir ja natürlich auch noch Beobachtungsdaten. Und die Beobachtungsdaten, gerade in Deutschland, gibt es sehr gute Wetterbeobachtungsdaten, also sehr, sehr viele Wetterstationen, die also, sodass es ein enges Netz von Wetterstationen gibt und die haben also auch fast alle lange Datenreihen, sodass man also auch wirklich die Entwicklung des Wetters lokal über lange Zeiträume sich angucken kann. Und da haben wir eben auch im Prinzip die gleiche Entwicklung gesehen wie in den Klimamodellen. Und dann haben Wetterdaten natürlich auch, da kann man eben nicht das Klimawandelsignal rein rausziehen, weil natürlich Wetterbeobachtungen auch alle anderen Veränderungen, also zum Beispiel, wenn jetzt eine Wetterstation im Regenwald stand und dann ist der Regenwald plötzlich weg, dann ist das Wetter ganz anders. Das hat aber nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern mit dem, oder Mit der Abholzung des Regenwalds an der Stelle. Oder was in vielen Fällen passiert ist, ist, dass Wetterstationen umgezogen sind, also dass Wetterstationen mit dem gleichen Namen mal von der Innenstadt auf den Flughafen umgezogen sind, was natürlich Was Ihr holländischer Freund alles gewusst hat. Genau, genau. Redian wusste das alles. Und da ist aber im Ahrtal, in der Gegend, haben wir eben, wissen wir, kennen wir diese Wetterstationen sehr genau. Wir wissen genau, was mit denen passiert ist, wir wissen genau, was damit, das heißt, wir sehen die gleichen Trends da drin, wie in den Modellen und wir wissen eigentlich auch, es gibt nichts, was da passiert ist, was das anders ist. Insofern haben wir also damit schon also drei unterschiedliche Beweislinien, die wir in der Studie zusammenbringen, die Modelle und die Beobachtung und die Physik und nur deswegen sind wir uns sehr sicher, dass der Klimawandel da eine Rolle gespielt hat, aber wie groß die jetzt exakt ist, das können wir eben nicht sagen. Christoph? Ja, ich wollte es gerade sagen. Wir kennen es so, wir sind ja ein altes Ehepaar, wir haben meistens dieselben Gedanken. Es ist zeitverwendig. Ja, haben Sie eigentlich jemals, ich habe nicht gefragt, das frage ich Ihnen, haben Sie jemals unseren Podcast gehört? Ja. Sie dürfen auch Nein sagen, es ist nicht schlimm. Ich würde Nein sagen, wenn Nein die richtige Antwort wäre, aber ich habe ihn mir angehört. Ich habe mir die Folge von, jetzt kürzlich, die von Kim Delorizon angehört. Die war cool, das hat Spaß gemacht. Danke schön. Liebe Grüße an Kim. Ich habe mir die von Dunja Hayali angehört und ich habe mir die von Rezo angehört, das ist schon ganz schön lange her. Ja, das ist sehr lange her. Ja, aber schon eine lenkende Folge. Lange auf, lange auf die längste Folge. Und lange die längste Folge und die auch, meist gehörte jetzt nicht mehr, aber wir sagen ja nie, war es über Zwei. Aber jedenfalls gibt es ja ein Spiel. Ach, dann wissen Sie, dann muss ich jetzt nicht den ganz langen Anlauf, oh, sie hat es nicht zu Ende gemacht. A oder B. Es gibt immer ein Spiel in diesem Podcast. Das ist gemein, das darf man jetzt nicht nachfragen. Nein, das Spiel heißt A oder B oder weiter und eigentlich jede Person, die jemals in diesem Podcast war, ich muss mal überlegen, vielleicht ein oder zwei nicht, haben dieses Spiel gespielt und es ist ganz einfach und wir würden Sie herzlich bitten mitzumachen, weil es ist wirklich ganz einfach. Ich würde Ihnen Wortpaare nennen, auf die Sie, das wäre die herzliche Bitte, sehr schnell antworten, nämlich mit der Entscheidung für das eine oder andere Wort. Also wenn ich sage Hund oder Katze, dann würden Sie ganz schnell sagen Beides. Typischer Fall, dafür gibt es eine Sonderregel, Sie können nämlich auch weitersagen, wenn Sie sich nicht entscheiden wollen. Okay. Das Problem ist, Sie können nur, endlich kapiert jemand diesen Satz, endlich oft weitersagen. Endlich oft heißt 10 Prozent Instantant. Nee, Instantant, Christoph, aber das hat damit überhaupt nichts zu tun. Sie können endlich oft weitersagen, das ist eigentlich ein Mathematikerwitz, den ich seit sechs Jahren mache, nur den kapiert immer keiner. Ich habe 124 Fragen und Sie dürfen nur 10 Prozent abgerundet dieser Fragen weitersagen, also zwölfmal. Ich zähle mit. Es ist noch niemand dafür beschimpft worden, wenn er die Regeln außer Kraft setzt, aber wir freuen uns wahnsinnig, wenn sich jemand einhält. So, und weil wir System A des Gehirns benutzen wollen, das schnelle Denken, wäre die Bitte schnell zu antworten. So, jetzt könnte ich loslegen mit dem Wortpaar. Okay. Snooze Aufstehen Aufstehen Achtsamkeit oder keine Zeit Weiter Eins Ja oder vielleicht Ja Sein oder nicht sein Sein Ordnung oder Chaos Ordnung Teilen oder haben Teilen Drinnen oder draußen Draußen Gott oder kein Gott Kein Gott Sisyphus oder Icarus Icarus Speziell oder allgemein Speziell Räucherstäbchen oder Fenster Auf Fenster Auf Mann oder Frau Frau Mutter oder Vater Mutter Patriarchat oder Matriarchat Weiter Ideal Ideal oder Real Ideal Erfolg oder Respekt 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 oder Glück Respekt Respekt oder Liebe Liebe Sparen oder Verprassen Verprassen Wissen oder Nichtwissen Nichtwissen Wissen oder Googlen Googlen Physik oder Philosophie Philosophie Mathematik oder Physik Mathematik Vielwelten oder Kopenhagen Vielwelten Vielwelten oder Kopenhagen Vielwelten Monogam oder mir doch egal Mir doch egal Alt oder Neu Alt Scham oder Wut Wut Augen zu oder Augen auf Auf Schach oder Go Go Helm oder kein Helm Kein Helm Sterbehilfe oder keine Hilfe Sterbehilfe Impfpflicht oder Nicht Impfpflicht Mieten oder Kaufen Kaufen To do or not to do To do Online oder Offline Offline An oder Aus Weiter Frühmorgens oder Nachts Frühmorgens Sicherheit oder Freiheit Freiheit Anfang oder Aufhören Anfang Reden oder Schweigen Reden Geld oder kein Geld Weiter IOS oder Android IOS WhatsApp oder SMS WhatsApp WhatsApp oder Anruf WhatsApp Vegetarisch oder Vegan Vegan Bio oder Regional Regional Eingeschweißte Bio-Gurke oder Plastikfreie Normale Gurke Normale Gurke Vegane Wurst oder Keine Wurst Vegane Wurst Soja oder Hafer Hafer Zucker oder Fett Fett Bier oder Wein Wein 0,1 oder 0,2 Weiter Kommunismus oder Kapitalismus Weiter Bargeld oder Bitcoin Weiter Globuli oder Aspirin Aspirin Maske oder keine Maske Maske Waffel oder Becher Waffel Aufschneiden oder Wegschmeißen Aufschneiden Flugscham oder Zugstolz Zugstolz Kleben oder Reden Reden Rollkoffer oder kein Rollkoffer Rollkoffer TV oder Netflix Netflix TV oder YouTube YouTube Messi oder Kondo Messi Messi oder Ronaldo Messi Abwaschen oder Abtrocknen Abtrocknen Winnetou oder Old Shatterhand Winnetou Winnetou oder kein Winnetou Kein Winnetou Abi oder Nee Nee Jetzt kommt wieder so ein Moment Hat CM3 oder Hat Gem1 Hat Gem1 Aladdin oder Cosmo CLM Cosmo CLM Quark Gluron Plasma oder Bose Einstein Kondensat Bose Einstein Kondensat Laplassischer Dämon oder Maxwellscher Dämon Laplass E-Auto oder kein Auto Kein Auto Berlin oder Kiel Weiter Fischbrötchen oder Falafel Falafel London oder Oxford London ECI oder IC IC 30 Prozent oder 50 Prozent 50 Abschreiben oder Abschreiben lassen Abschreiben lassen Homeoffice oder Office Home Office Home Nach Namen oder nach Datum Name Nach Namen oder nach Farben Farben Nach Namen oder nach Geschlecht Namen Buch oder E-Reader Buch E-Reader oder gar nicht lesen E-Reader Buch oder Hörbuch Buch Podcast oder Hörbuch Podcast Nabel oder Zunge Zunge Nabel oder Nippel Nippel Genderneutrale Toilette oder keine Toilette Genderneutrale Toilette Sternchen oder Doppelpunkt Doppelpunkt Kyoto oder Paris Paris Zeitung ohne Internet oder Internet ohne Zeitung Zeitung ohne Internet Spotify oder Platte Spotify Platte oder CD Platte Harry oder William Harry Catherine oder Meghan 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 Luke oder Han Luke Bei Rot oder bei Grün Grün Rot oder Grün Grün Gelb oder Grün Grün Gelb oder Schwarz Schwarz Schrödinger oder Heisenberg Heisenberg Luisa oder Greta Luisa Maggie Nelson oder Siri Hustved Maggie Simone oder Jean-Paul Simon Simone oder Judith Simon Sonntag oder Tolentino Emma oder Missy Mac Emma oder Missy Mac Missy Mac A Room of One's Own oder Le Dösium Sex A Room of One's Own A Room of One's Own oder Orlando A Room of One's Own Elizabeth oder Charles Elizabeth Charles oder William William Thatcher oder Truss Thatcher Thatcher oder Truss Thatcher oder Truss Oh sorry, ich hatte Thatcher gesagt Achso, Entschuldigung Entschuldigung Das war so in Fragen Ja, ich war nicht sehr überzeugt von meiner Antwort aber ich habe geantwortet Entschuldigung, das war mein Fehler Truss oder Johnson Johnson Michelle oder Barrack Barrack Melania oder Donald Melania Melinda oder Bill Bill Hillary oder Bill Hillary Marie oder Pierre Marie Habeck oder Baerbock Habeck Merkel oder Scholz Merkel Trump oder Putin Weiter Zähl Das war Knapp Das ist immer die letzte Frage Trump oder Putin Da war jetzt so viel Gesprächsstoff den wir natürlich eigentlich darf man den ja nicht aber da waren schon ein paar tolle Sachen Christoph, du hast viel mehr Kunst Nein, nein, nein Haben Sie jemals geglaubt? Also waren Sie jemals gläubig? Ich habe versucht zu glauben aber ich habe mich nicht so richtig davon überzeugen lassen Also als älteres Kind Jugendliche hätte ich das toll gefunden wenn ich es wenn ich wenn es irgendwie ja so ein Glaubensgebäude wo man irgendwie reingehört wo man dazugehört das das ja das habe ich versucht ob das nicht funktioniert aber es ich habe dann festgestellt es funktioniert Wurden Sie evangelisch getauft? Also ja aber eben erst mit ich weiß nicht zwölf oder so Also vor der Konfirmation Genau weil ich eben das war eben ich wollte also wie gesagt ich wollte eben gerne dazugehören ich wollte auch dass es irgendwie jemand gibt der auf mich aufpasst ja also Das ist ja eigentlich ganz schön also Ja aber ich meine wenn man wenn man halt sich nicht selber davon überzeugen kann dass das Und sind Sie dann in den Konfirmationsunterricht gegangen oder sind Sie dann vorher schon haben Sie sich vorher schon Ich bin in den Konfirmationsunterricht gegangen und ja hab also dass ich dann aus der Kirche wieder ausgetreten bin das habe ich erst ja weiß nicht in meinen 20ern irgendwann dann gemacht Wie waren Sie so als Teenager? Einser Ja? Ach Inwiefern? Naja Einsam halt Ich war Schule war kein schöner Ort und meine Schwester und ich und meine Eltern haben in einer sehr romantischen Karte in the middle of nowhere gewohnt das heißt also ja also die nächste Bushaltestelle war fünf Kilometer entfernt aber es fuhr eben sowieso nur dreimal am Tag ein Bus Was als Teenager natürlich ein Horror ist weil man denkt man kommt nicht weg man das Leben findet woanders statt Ja Ja wobei also wie gesagt ich hab ja ich also Teenager war nicht gut Ja wobei Ja wobei Ja wobei Wann ist das besser geworden? An der Uni tatsächlich geglaubt hab Freunde gefunden studiert hat Es geht nur Es geht nur immer um den Inhalt und die Gleichung oder was auch immer dann gerade oder die Philosophie hinter der Physik oder so es war einfach Wurst wie du aussahst zum Beispiel Ja Und bei den Juristen die waren ja auch hochintelligent aber die sahen halt super aus Man wusste schon okay du kannst dein Plädoyer vor Gericht halten ich nicht Ja Wir können das nicht aber wir wir sind doch also es war eine völlig andere Atmosphäre Naja Ja es war es war eine völlig andere Atmosphäre es war egal wie man aussieht es war egal ähm ja mit mit wem man rumhing äh da war jetzt also oder mit welchen Leuten man sprach oder nicht sprach das war das war das war alles völlig egal Ja Was war wichtig in der unter den PhysikerInnen Ich weiß nicht was unter PhysikerInnen wichtig war ähm aber also wichtig war dass man sich gegenseitig half Ja dass jemand der die Aufgaben gelöst hat dass der die nicht dann alleine für sich behält sondern ähm dass man halt die mit anderen teilt zwar nicht du darfst einfach abschreiben da ist nur in Ausnahmefällen sondern halt auch so versucht zu helfen aber ähm das war wichtig und ansonsten musste man eine sehr hohe Toleranz für äh D&D und Rollenspiele haben Ja das war wichtig aber ansonsten D&D ist Dungeons & Dragons Dungeons & Dragons ja aber ja also ansonsten war halt relativ egal ja die letzte Gästin die obwohl also was auch natürlich ganz wichtig war absolut keine Nazis aber ich meine das ähm die letzte Gästin die letzte Gästin die auch sehr begeistert äh ist von von Rollenspielen äh bei uns war Marina Weisband stimmt an die habe ich auch gerade ja haben sie sich mal kennengelernt nein nein also ich weiß dass sie existiert ja sie sagt immer coole Sachen auf Twitter aber ansonsten weiß ich extrem wenig von ihr ja die hat auch sehr viel in ihrem Leben Rollenspiele gespielt also an diesen Events teilgenommen was ist denn das Tolle an Rollenspielen ähm dass man dass man ganz offiziell in einer anderen Welt sein darf und ja und völlig rumspinnen also je ja je besser je besser die Einfälle je je kreativer desto besser aber das ist eben wenn einem halt mal nichts einfällt ist auch egal dann spielt man halt einen Charakter der der eben schlechten Tag hat also ja und ist das auch eine also ein Weg sozusagen den Kopf mal abzuschalten von den Dingen mit denen man sich normalerweise beschäftigt ich denke schon also ich muss sagen ich selber hab das wenig gemacht ich hab halt also mit vielen Leuten die das halt sehr sehr viel gemacht haben und das ist auch was wo mein Sohn sich jetzt wahnsinnig für begeistert das heißt also wir reden also jede Abendessen Diskussion nachdem er also mich ausgefragt hat wie mein Tag war und also minutiös erzählt hat wie sein Tag war dann wird also über Charakterentwicklung im Rollenspiel geredet für mich persönlich waren das halt eher dann also Fantasy-Romane oder ja mir fehlt so ein bisschen die Geduld für das Rollenspiel also ich find das ich find das toll für so zwei Stunden und dann muss ich was anderes machen und das ist eben nicht das funktioniert nicht so richtig weil für die anderen für die anderen dann fängt's halt gerade erst an aber ich also ich kann also Sie sind auch nie in den Wald gegangen als was war nein ich hab keine Lapa nein okay irgendwie so sowas in der Art obwohl als ich in Oxford war da bin ich mit so einer weiß nicht wenn man das auf Deutsch sagt klingt das so komisch Tanzgruppe aber Ballest ne oder Contemporary wo wir uns immer samstags morgens getroffen haben und in der gleichen also unter anderem samstags morgens und in der gleichen Gemeindehalle waren dann also auch die örtlichen Lapa also die Live-Action-Roleplays ach so insofern hab ich da viel gesehen aber das hab ich nie selber gemacht was ist das Tolle am also Sie tanzen Ballett Sie lieben Zeit Zeitgenau also natürlich Contemporary also das ist natürlich ein großer Unterschied zu dem klassischen Ballett aber was ist das Tolle daran also was ist das Tolle daran also zum einen ist es wirklich es ist so schwierig dass man nicht über irgendwas anderes nachdenken kann das heißt also man muss also wirklich abschalten und sich darauf konzentrieren was mache ich jetzt wie um Gottes Willen kriege ich jetzt diese Körperteile dahin wo sie hin müssen und dann ist es aber auch ja es fühlt sich also es ist halt eine Art von Bewegung wo man den ganzen Körper braucht und wo man dann also ich meine es ist ja schon eine Art Kunst wo man halt Sachen ausdrücken kann die man eben mit Worten nicht ausdrücken kann und das ja also ich bin jetzt nicht wahnsinnig begnadete Tänzerin aber es macht mir ja es macht mir viel Spaß und es ist auch was wo ich also wirklich da mache ich wenig Kompromisse also da sage ich dann auch Meetings für ab und so bin und darf ich nochmal also ein ein Wortpaar was ich mir gemerkt habe war viel Welten oder Kopenhagen das ist natürlich völlig kryptisch würde das auch ungern erklären aber dahinter steckt natürlich die viel Welten Interpretation der Quantenphysik wo wir vorhin kurz waren darf ich sie dazu was fragen weil sie ja sozusagen das auch mit Leidenschaft verfolgt haben sie haben glaube ich viel Welten geantwortet also um das jetzt ich glaube haben wir nicht mit Ferdinand von Schira auch zuletzt darüber gesprochen also regelmäßige Hörer dieses Podcast wissen jetzt genau wovon wir sprechen wir sind da nicht so weit gekommen bei A oder B erinnerst du dich ja nee aber wir haben ich glaube wir haben über viel Welten Theorie kurz das angetippt also sie müssen das erklären was die viel Welten Theorie ist sonst mache ich es und das ist viel schlechter das würde ich jetzt nicht so sagen also ich meine es heißt halt also die Viel-Welten Theorie ist eben dass es naja wenn man also ich weiß nicht Spider-Man The Multiverse muss man sich angucken den Film also ich finde dann hat man das verstanden dann hat man das verstanden also es gibt eben nicht nur diese eine Realität in der wir leben sondern eben ganz ganz viele andere in denen durch kleinste Unterschiede die Welt halt sich ein bisschen anders entwickelt hat aber also ich weiß nicht wie ich das sonst anders erklären soll also Moment es gibt es gibt ja aber einen Grund warum man warum man zu dieser Interpretation kommen könnte also die wie Quantenphysik funktioniert ist halt die beste Beschreibung der Welt die man hat ist man hat eine Wahrscheinlichkeits Gleichung über das Verhalten der Dinge ja und die ist auch noch so verrückt die ist halt nicht einfach im realen Zahlenraum sondern im komplexen Zahlenraum und das erspare ich mir jetzt das zu erklären aber es ist nicht mal einfach nur so Wahrscheinlichkeiten die man vorhersagt nämlich nicht echte Ereignisse sondern man kann halt Wahrscheinlichkeiten nur berechnen die sind auch noch in einer Welt die relativ seltsam ist also es nicht die normale 3,5 oder 9 sondern es ist eben es hat einen komplexen Anteil was man sich eben nicht vorstellen kann man kann sich das nicht vorstellen und jetzt ist die Frage wann wird das eigentlich Realität was man da berechnet und da gibt es verschiedene Theorien man hat halt irgendwann gemerkt diese Welle oder Teilchensache die Sie vorhin erwähnt haben also das Licht ist beides wenn ich es aber frage dann entscheidet sich ob es das ein oder andere ist also je nach Experiment entscheidet es sich sozusagen für das ein oder andere und genauso entscheidet sich irgendwie das Universum in dem Moment wo ich hingucke oder nicht mal ich sondern etwas es misst für eine Version dieser Wahrscheinlichkeit also sozusagen welches Wetter heute ist jetzt in Klimasprache Klimamodell Sprache diese Quantenwelt entscheidet sich in dem Moment wo ich hingucke für eine Form von Realität und man kann sich jetzt fragen was ist denn mit den anderen passiert ja und das ist halt die Multiverse und das ist eben die Theorie die anderen gibt es auch nur nicht hier wir leben hier nur in der einen Version in der das Photon das gemacht hat und in der anderen hat es das andere gemacht was auch nicht unwahrscheinlich war das zu tun das das ist das verrückt eigentlich also sozusagen gar keine so seltsame Annahme aber das hieße ja dass alle Versionen der Realität auch existieren irgendwo ja das kann man sich halt nicht vorstellen also ich meine das ist wenn ich eine Sache im Physikstudium gelernt habe ist dass man das nur machen kann wenn man eben nicht versucht es sich vorzustellen sondern wenn man wenn man überlegt was was kommt halt aus der aus der Mathematik raus und ist das nicht das Problem diese Verbindung zwischen Physik und Philosophie ist ja an der Stelle so ein bisschen problematisch weil man kann es nicht verstehen man kann es halt ausrechnen ist natürlich das Gegenteil von in meinen kleinen Augen von einer philosophischen Frage nämlich was bedeutet das eigentlich das ist ja eine verbotene Frage für Physiker dann ja wobei also ich meine man kann ja in der Philosophie dann sagen okay also wenn ich es mir nicht vorstellen kann sondern das nur ausrechnen was sind denn die Konsequenzen und wenn ich meine wenn die Konsequenzen sind gar keine dann ist es auch egal aber es wäre schon eine interessante philosophische Frage was die Konsequenzen davon sind auf die ich jetzt keine Antwort habe aber also würde ich jetzt nicht sagen dass das ein Problem ist es ist vielleicht nur nicht ganz so offensichtlich welches die nächste philosophische Frage ist stimmt sie das melancholisch dass das so sein könnte oder ist es eher ein Trost weder noch also da es für meine Lebensrealität keine Rolle spielt das hat Schirach auch gesagt ist es eigentlich also es ist spannend darüber nachzudenken und es ist also wie gesagt ich habe jetzt gesagt ich habe keine Antwort auf die Frage was die Konsequenzen sind aber vielleicht gibt es Konsequenzen dann würde es schon wieder sehr viel mehr relevanter werden aber im Moment sehe ich keine Konsequenzen insofern ist es jetzt beeinträchtigt das meine Emotionen nicht sondern meine Neugier oder meine ja ja damals gefragt ob es denn eine reale Vorlage gab wie er überhaupt auf diese Idee gekommen ist für diesen Roman den irgendwann in seinem hohen Alter zu schreiben und er hat dann die Geschichte erzählt dass er bei den Pfadfindern war und diese Pfadfinder in einer Gruppe in einen Regen reinkamen und hintereinander gegangen sind und durch einen unter einem wenn ich es richtig erinnere durch einen Metallzaun durchgehen mussten und dann ist der Blitz eingeschlagen und der ist in den Jungen vor ihm eingeschlagen und das hat er dann so erinnere ich mich das so erzählt dass das für ihn natürlich die prägende Ereignis seiner Kindheit war oder seiner Jugend und er seitdem sich immer mit der Frage beschäftigt hat was wäre gewesen wenn ich einen Schritt weiter vorne gewesen wäre beschäftigt Sie das auch manchmal so die Frage was wäre gewesen wenn ich an der Stelle anders abgebogen wäre kein Brief nach Oxford nein also die nein die Frage beschäftigt mich nicht also was fragen die mich öfter beschäftigen sind zum Beispiel jetzt weil ich gerade wieder drüber gelesen habe deswegen ist es jetzt es gibt diese Idee des effective altruism und die Gruppe die ja so ein bisschen so eine Sekte sind und zwar eigentlich eine gute Idee hatten wie kann man eben wie kann man welchen Beruf muss man ergreifen um möglichst viele Veränderungen auf der Welt machen zu können aber dann die Schlussfolgerung die sie gezogen haben ist so viel Geld wie möglich zu verdienen damit man halt dann Geld für gute Zwecke geben kann ohne aber jemals darüber nachzudenken dass damit zementiert man doch absolut den Status Quo und die haben halt also welche die diese Bewegung mit gegründet haben waren zu der gleichen Zeit wie ich in Oxford und waren da PhD Studenten ganz viele krumme Geschäfte gemacht und wo ich gesagt hätte hätte man nicht irgendwas machen können damit die eben nicht so groß werden und so wahnsinnig einflussreich in solchen Sachen denke ich drüber nach hätte man nicht was anders machen können aber es ist selten oder nie ernst dass ich drüber nachdenke was wäre gewesen wenn ich nicht nach Oxford gegangen wäre gehen sie auf Abi treffen ich weiß nicht ich war noch nie auf einem ich weiß nicht ob es welche gibt ich wäre mal neugierig zu wissen was aus meinen Mitschüler geworden ist aber also wenn es welche gibt weiß ich davon nichts die nächste Einladung bitte an allesgesagt der spät.de darf ich nochmal ganz anders abbiegen ich finde ganz interessant ich habe neulich irgendwo gesehen was ich auch ein gutes Gedankenexperiment finde ist beweist mir jetzt bitte dass die Erde keine Scheibe ist also wir sitzen hier in einem gemütlichen Wohnzimmer irgendwo in Berlin und und bitte ich möchte gerne einmal bewiesen haben ich glaube ja die Erde ist eine Scheibe wie können wir in diesem Raum oder wir gehen raus und machen irgendwas oder so wie können wir jetzt auf für mich nachvollziehbare Weise herleiten dass die Erde keine Scheibe ist ist doch klar ist doch eine Scheibe sieht doch jeder die Sonne ist untergegangen hinter diesem flachen Horizont so das nur als Anlauf ja ich finde es gar nicht so einfach wollte ich nur mal sagen man kann das schon machen aber mit dem Pendel kann man dann bestimmte ich finde es relativ schwierig man kann selbst als Diplomphysiker müsste man jetzt sehr lange nachdenken um eine einfache Herleitung zu wir kriegen es wahrscheinlich viel Ärger und ganz viele Mails sagen Wegner du Schnubbi das ist doch so ganz einfach ich finde es nicht so einfach dasselbe denke ich mir immer mit diesen Klimadebatten ich bin jetzt jemand der nicht so ganz sicher ist ob das alles stimmt mit diesem Klimawandel sagen ja immer alle jetzt und die Nachbarn reden auch schon drüber aber verstanden und so richtig nachvollziehen konnte ich die fundamentalen dinge übrigens einfacher geht es nicht Jochen selbst du kannst verstehen das ist nicht nur ein Zufall dass die Erde halt jetzt gerade sich erwärmt das glaube ich natürlich sehe ich ja weiß ich auch sondern dass die Menschen dran schuld sind wie kann ich das wie könnte man mir das möglichst einfach herleiten so wie das also ich weiß die Erde ist rund ist auch nicht so einfach einfacher Weg ist aber also ich meine also wir sind uns einig dass es eine Atmosphäre gibt ja bin ich dabei okay und wir sind uns auch einig dass die also wir können wir können auch berechnen wie viel wie viel Energie von der Sonne kommt und wie viel Energie wieder raus geht ja also ich meine wenn wir das können dann also dann stellen wir fest okay also die Erde müsste ungefähr eine Durchschnittstemperatur von minus 18 Grad haben also wenn wir in der Atmosphäre nicht irgendwas haben was auch noch so wie eben die Erdatmosphäre auch Wärmestrahlung absorbiert okay also die Erde wäre ein kalter Ort wenn es keine Atmosphäre gäbe die irgendwas mit Wärme wenn es keine Atmosphäre gäbe in der Treibhausgase wären aha okay ja kann ich verstehe also das heißt wir brauchen Treibhausgase in der Atmosphäre um das auszutreten damit es warm bleibt also damit eben die Temperatur auf dem Mond ist das nicht so deswegen ist das so kalt auch extrem heiß auf der Seite aber wir waren auf dem Mond und da war das anders genau da war das anders und und wir wissen eben auch dass es dass nicht alle Bestandteile der Atmosphäre das machen können sondern dass das eben nur die Treibhausgase machen können was sind so Treibhausgase Treibhausgase sind Moleküle also sind die die auf der gleichen Frequenz schwingen wie wie die langweilige wie die langweilige wie die langweilige Energie die von der Erde zurückstrahlt das habe ich jetzt nicht verstanden also wenn das Sonnenlicht durch die Atmosphäre auf die Erde kommt dann kommt ja fast alles Sonnenlicht an außer der Ultraviolette also ein Großteil des Ultravioletten Anteils aber ich kriege doch Sonnenbrand das ist doch diese UV-Strahlung genau aber man kriegt eben nur Sonnenbrand wenn man lange in der Sonne ist und auch nur im Sommer und draußen wenn ich jetzt Astronaut wäre und kein Filter hätte wäre das schlimmer wäre das wäre das viel schlimmer würde man also sofort verbrennen und der Grund dass eben diese UV-Strahlung nicht ankommt liegt daran dass es Moleküle in der Atmosphäre gibt Ozon deren Moleküle sind ja also einzelne Atome die aus verschiedenen Verbindungen zusammenhängen und diese Verbindungen schwingen also die stehen nicht still sondern die schwingen und die schwingen in verschiedenen Frequenzen und die Ozonmoleküle die machen das so dass sie eben auf der gleichen Frequenz wie dieses sehr hochfrequente UV-Licht schwingen das heißt das UV-Licht kann die Ozonmoleküle anregen dass diese höhere Energie kriegen und dadurch aber das UV-Licht weniger Energie hat und von dem also erstmal von dem Ozonmolekül aufgenommen wird und dann wieder abgestrahlt wird aber mit weniger Energie das heißt die verhindern dass dieses Ozonlicht aber alles andere Sonnenlicht kommt erstmal wieder durch erreicht den Erdboden wird da absorbiert und dann strahlt die Erde langwellige Energie also Energie ab aber eben nicht Licht die Erde sieht man ja leuchtet nicht sondern aber man spürt es kommt Wärme und Wärme ist langwelliges Wärme ist das gleiche wie Licht nur mit weniger Energie und das heißt die Strahlung wo wir wieder bei Welle und Teilchen sind ja ich wollte es nicht sagen aber danke das heißt die Wellen sind länger das heißt die Energie ist niedriger und damit schwingen sie in einer anderen Frequenz das heißt die können mit anderen Molekülen also die interessieren sich nicht für Ozon durch das Ozon gehen die einfach durch aber Treibhausgase haben die gleiche Frequenz die gleiche Schwingung und darum absorbieren die dieses Licht das heißt die nehmen es auf und das wird dann also nicht dieses Licht sondern diese Wärmestrahlung und die nehmen das auf und strahlen sie dann wieder ab und dadurch gerät ein Teil der Wärmestrahlung wieder zurück auf die Erde das heizt die Erde auf also wie so ein Reflektor oder so genau dass eben nicht alles sofort wieder ins All geht sondern es bleibt ein Teil in der Atmosphäre geht wieder zurück und kann das Ganze dann nochmal machen und erst wenn es eben so wenig Energie hat dass es nicht mehr mit den Treibhausgasen intergeht dann ganz verschwindet das Ganze und deswegen haben wir überhaupt nur diese netten Lebensbedingungen die wir auf der Erde haben das ist super und jetzt also wir waren ich wollte ja wissen ob ich schuld bin genau ich wollte ja wissen ob ich schuld bin und jetzt müssen wir noch gucken was passiert wenn man Kohle, Öl oder Gas verbrennt was sind die zusätzlichen Effekte also was passiert wenn man Öl und Kohle und Gas verbrennt dann kommen wie eben auch wenn man Holz verbrennt oder wenn man alles andere verbrennt kommen die Kohlenstoffe die eben in diesen Brennstoffen gespeichert sind kommen raus und das passiert wenn wir fossile Brennstoffe verbrennen und die gelangen dann in die Atmosphäre und dadurch haben wir das ist die einzige Erklärung die wir dafür haben wieso es plötzlich mehr Treibhausgase gibt ja das weiß man dass es mehr Treibhausgase gibt als vor 500 Jahren sag ich mal woher weiß man das eigentlich aus Messungen vor 500 Jahren hat doch keiner gemessen also man kann doch in Sedimenten man kann den Eisbohrkern also man kann man kann rausfinden wie die Atmosphäre vor 500 Jahren aussah indem man das Eis anguckt das vor 500 Jahren entstanden ist oder genau aha ich frage ja nur ich bin ja noch es fühlt sich an als wäre das hier mein Weiber okay und das heißt jetzt verbrennen wir das alles und es gibt immer mehr von diesen Gasen und deswegen reflektiert immer mehr Wärme genau und es wird immer Wärme ja also solange wir die Anzahl der Treibhausgase in der Atmosphäre erhöhen solange wird die Atmosphäre Wärme werden und es ist eben ich meine wir haben auch natürlich bevor wir angefangen haben und das Problem mit den Fossilen ist also ich meine es werden auch Treibhausgase frei wenn man Holz verbrennt aber das Holz ist eben gerade erst gewachsen und beim Wachsen des Baumes der Baum nimmt eben CO2 aus der Atmosphäre auf ein Treibhausgas genau ein Treibhausgas das wichtigste Treibhausgas nimmt es aus der Atmosphäre auf baut es in sich ein und wenn dann der Baum verbrennt dann kommt eben die gleiche Menge an CO2 und nicht wie bei Kohle wieder raus wohingegen die Kohle ja CO2 von Millionen vor Jahren die aus der Atmosphäre rausgenommen sind dann jetzt wieder freigelassen werden und das ist das warum die Fossilen ein Problem sind Sie haben 2019 in einem Interview gesagt aus Sicht des Klimas kommt der Atomausstieg zu früh mag sein habe ich auch gesehen und also ich hoffe dass ich das im Kontext genau ich wollte Ihnen noch einen zweiten Satz hinterher vorlesen den Sie da wahrscheinlich nicht bei den Kollegen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung es wäre sinnvoller gewesen den Kohleausstieg vor dem Atomausstieg zu machen ja okay das war der Kontext das heißt der Atomausstieg der damals als Folge von Fukushima beschlossen worden ist war ein Fehler nein zu dem Zeitpunkt nein also der der Atomausstieg der Atomausstieg ist kein Fehler aber den Atomausstieg ganz schnell dann umzusetzen ganz schnell umzusetzen aber nicht gleichzeitig oder nicht also nicht mindestens mit genauso viel Effort auch einen Kohleausstieg zu machen das ist der Fehler also ich denke schon die Antwort auf den Klimawandel ist nicht nukleare Energie aber eben zu sagen ja wir steigen aus Atomenergie aus aber aus der Kohle nicht das ist das ist das das ist das was ich nach wie vor als falsch ansehe als die Jochen jetzt gerade so beschrieben haben wie die Erde so funktioniert und warum wir hier überhaupt leben und warum wir nicht verbrennen weil es die ja die Atmosphäre um uns herum gibt habe ich so habe ich Ihnen so kurz habe ich Ihnen so zugehört und dachte kurz was ist denn das eigentlich für ein Zufall diese Erde das ist eine gute Frage aber darauf habe ich keine Antwort also glauben Sie denn dass es mal Leben woanders gegeben hat warum warum sprichst du Perfekt ja das wäre also eine interessante Frage aber also ich weiß es nicht und ich nach allem was ich weiß und das ist jetzt nicht so viel wissen wir ja aber auch nicht so ganz wirklich warum Leben entstanden ist und ich meine solange ich meine vielleicht werden wir das auch nie wissen weiß ich nicht aber würde ich schon gerne wissen und ich meine dann kann man also die Frage ob ob eben das so ein wahnsinniger Zufall war dass es sehr unwahrscheinlich ist oder nicht viel besser beantworten aber also ich zumindest weiß nicht warum Leben entstanden klären sie mich auf wenn sie es wissen naja aber das ist ja eine riesenfrage also darüber haben wir in dem Podcast schon gesprochen ja ja immer wenn man dann so neue oder irgendwelchen neuen Messdaten vom Mars hört gab es ja vor kurzem mal wieder irgendeine Nachricht dass es eben doch Indizien gibt dass irgendwie vor keine Ahnung wie viele Millionen Jahren es da doch irgendwie Flüssigkeit gegeben haben könnte wir hatten mal den Wissenschaftsdirektor der NASA zu Gast der ein Budget von ich hoffe ich habe es richtig im Kopf 7,9 Milliarden US-Dollar zur Verfügung hatte damals Thomas Zurbuchen jetzt inzwischen nicht mehr er ist jetzt an der ich bin mir nicht sicher an der ETH gelandet aber war eben der Wissenschaftschef der NASA und hat das Ganze gesteuert dieses Teleskop was da jetzt hochgeschossen wurde genauso wie das Jet Propulsion Laboratory und wir haben lange mit ihm darüber geredet warum wir eigentlich keine Aliens finden obwohl alle so viel Geld dafür ausgeben Aliens zu finden und vielleicht gibt es uns nur einmal ja vielleicht ich weiß es nicht vielleicht gibt es eben keine Version von Erden die anders abgebogen sind vielleicht gibt es nur diese eine Erde und naja also bloß weil wir keine Aliens finden muss es ja nicht heißen dass es das Multiverse nicht gibt aber ich meine das ist ja nicht die Erde sondern das ist ja das Universum aber in dieser Version des Universums gibt es uns vielleicht nur einmal das kann sein ja also weiß ich nicht dazu weiß ich zu wenig über darüber was der ganz aktuelle Stand der Forschung zu dem ist warum Leben entstanden ist und wer das was mich jetzt wurmt jetzt möchte ich nachlesen warum Leben entstanden ist warum guckt ihr mich jetzt so an ich kann die Frage nicht beantworten ich weiß es nicht also ich kann jetzt nur ich habe zufällig einen nicht mehr Teenager Sohn der gerade die ersten Schritte in Life Sciences macht und mir lange 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 Vorträge über die Wahrscheinlichkeitstheorie der Entstehung von Leben hält und die ganzen verschiedenen Mechanismen und die wie heißen diese schwarzen Raucher diese Schlote da am Grund der Ozeane wo ganz bestimmte Bedingungen herrschen und so weiter wo man dann so wahrscheinlichkeitstheoretische Berechnungen machen kann dass das ein Ort sein könnte wo das alles losging ich finde es unfassbar schwer nachvollziehbar also rein so von der Wahrscheinlichkeitsrechnung dass in so kurzer Zeit auch wenn es jetzt viele 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 Milliarden also einige Milliarden Jahre waren dann plötzlich sowas einfach so sich selbst multipliziert und sich ja dann irgendwie selbst erschaffen hat also ab einem bestimmten Punkt Leben ist ja stemmt sich ja gegen die Entropie ist ja quasi es stemmt sich ja gegen das was eigentlich passieren müsste ich finde das total faszinierend ich finde das auch sehr faszinierend aber ich weiß halt nicht den ganz aktuellen Stand der Forschung also aber wir sind ja hier nicht in einem Seminar wir reden auch mal so Sachen einfach vor uns hin weil wir es interessant finden also ja ich habe ich finde das auch interessant aber ich ja das letzte Buch was ich zu dem Thema gelesen habe nicht zu dem Thema aber zu einem ähnlichen Thema was ich wahnsinnig interessant fand und wo ich mir wünschen würde dass jeder das liest ist Bitch ein Buch ja also das eben aufzeigt dass die Idee dass also die viktorianische Gender Vorstellung wie die über Darwins Theorie gestülpt wurde und wie dadurch eben für fast 100 Jahre jegliche Evidenz dafür dass eben nicht alle Weibchen passiv sind und also dass es ganz ganz unterschiedliche Methoden der Partnerwahl und Fortpflanzung gibt und mal sind die Männer dominant und mal sind die Weibchen dominant und mal ist es ganz was anderes wie das halt alles ignoriert wurde und wie so ganz langsam in der Biologie in der Evolutionsbiologie angefangen wird dazu zu forschen und da war ich so oh mein Gott wieso das war ja also das aber das war das letzte was ich gelesen habe zu neueste Erkenntnisse zu warum es Leben gibt habe ich das fand ich übrigens auch faszinierend in dem Vorwort ihres Buchs wütendes Wetter ich habe mir das nochmal rausgeschrieben weil mir war das überhaupt nicht klar da beschreiben sie oder erzählen die Geschichte der Treibhauseffekt 1856 von der amerikanischen Wissenschaftlerin Eunice Newton Forte beschrieben worden ist schon ich glaube Food ist ihr Name hier steht Forte ich habe mir Forte aufgeschrieben eigentlich wie ist die damals da drauf gekommen naja durch die Eigenschaften dadurch dass man zu der Zeit halt eben die Eigenschaften von Molekülen erforscht hat und dann der Zusammenhang mit den Fossilen das wurde dann von Arhus später hergestellt aber sie hat eben diese Grundlagen da kam dann 40 Jahre später habe ich das ja genau diese Grundlagen dass eben überhaupt diese Treibhausgase zur Erwärmung führen ja also ich weiß jetzt nicht mehr genau welche Experimente sie gemacht hat sorry ist lange her dass ich das Vorwort geschrieben habe nein aber ich meine es nur so verrückt weil dass dann so lange nichts passiert ist naja aber ich meine das wissen wir warum so lange nichts passiert ist das lag nicht daran dass es an wissenschaftlicher Erkenntnis mangelt eine Sache über die wir noch gar nicht gesprochen haben auf die Sie auch oft angesprochen werden ist mit Ihnen hat sich ja auch die Gerichtsverwertbarkeit von Klimawandel total verändert es gibt ja weltweit man liest es auch ständig Gerichtsverfahren die jetzt das ist noch nicht so alt eben versuchen individuellen Schaden einklagbar zu machen durch sozusagen Attributionen ich wohne an einem bestimmten Ort der sehr stark vom Klimawandel betroffen wird ich verklage jetzt mal den schlimmsten Klimasünder in irgendeinem anderen Land und das ist ja ein neues Genre eigentlich noch relativ neu das durch sie einen kompletten Aufschwung genommen hat den es früher einfach nicht hätte geben können also niemand konnte ja vor Gericht gehen und sagen dass mein Gletscher kollabiert hier vor der Haustür daran seid ihr Mitschuld und zwar zu einem erklecklichen Anteil deswegen verklage ich euch ich sag jetzt mal leihenhaft auf Schadenersatz ist das eine Revolution die da gerade stattfindet also ich hoffe es ist das sozusagen der eigentlich größte Hebel der jemals entstanden ist also sozusagen weil Politik durch Gerichtsbarkeit natürlich auch gezwungen werden kann siehe in Deutschland nochmal neu nachzudenken ja wobei in Deutschland man jetzt ja auch wieder sieht naja dass die zwar vom Gericht gezwungen wurden aber ob man man sinkt nicht so richtig hin genau also ob das denn ob das denn auch tatsächlich eingehalten wird remains to be seen es gab halt bisher noch keinen erfolgreichen also keinen erfolgreichen Fall tatsächlich gegen einen Energiekonzern und ja ich war jetzt gespannt Sie stellen die Uhr oder was mit dem Urteil gegen RWE hoffentlich also Urteil gegen RWE hier in Deutschland passieren wird kurz erklären bitte also in Deutschland ist zurzeit gerade ein Fall anhängig wo ein peruanischer Bauer namens Luya RWE verklagt dafür dass RWEs Beteiligung am Klimawandel dazu geführt hat dass ein Gletscher in den peruanischen Anden deutlich abgeschmolzen ist und dadurch den Gletschersee also am Fuße dieses Gletschers erheblich vergrößert hat und damit die Gefahr von sogenannten Gletscher Lake Outburst Floods ich habe keine Ahnung wie man das auf Deutsch übersetzen kann aber jedenfalls sehr starke abrupte Überschwemmungen wenn eben also im Prinzip der Damm eines Gletschersees bricht dramatisch erhöht hat und warum RWE gleich warum RWE gleich und und das also RWE sich darum an den Kosten beteiligen soll anteilig ihres Anteils am globalen Klimawandel für Anpassungsmaßnahmen also um sich davor zu schützen aber das ist gar nicht so weit weg von meinem Recht ich bräuchte eine Attribution wenn ich das Gaspedal durchdrücke also so von der ich sehe es für ein paar Treibungsflächte also sozusagen weil die Skala ist ja auch nicht so die ist ja auch ein bisschen verrückt wie wollen wir jetzt RWE den Anteil zurechnen den sie am Klimawandel am globalen haben ja und das kann man eben bei RWE und anderen der großen Energiekonzerne ganz gut machen weil die halt ich meine die haben ganz brav Buch geführt wie viel Gas, Kohle, Öl sie ausgebuddelt und verkauft haben und man kann auch nachvollziehen was damit passiert ist und das heißt damit weiß man also welcher Anteil an der zusätzlichen Treibhausgasatmosphäre eben und das ist bei RWE es ist 0,5% was sich jetzt nicht viel anhört was aber doch schon also die größten der globale Anteil genau die größten sind Exxon, Chevron, Saudi Aramco die haben irgendwie zwei oder drei Prozent und das kann man sehr genau berechnen und ich meine das ist eben das weswegen der Fall so natürlich ist für jeden einzelnen Konzern und für jedes einzelne Gaspedal die Zahl die am Ende rauskommt vergleichsweise klein aber ich meine alle zusammen ist ein wahnsinnig großer Effekt und wenn halt ja wenn halt niemand schuld ist weil es ganz viele schuld sind ich meine dann funktioniert irgendwie die Verantwortung ja die Idee von Verantwortung nicht und das ist in den Fällen die es bisher gab die sind halt alle bisher gescheitert und zwar nicht jetzt daran dass irgendwie die wissenschaftliche Evidenz nicht da war oder dass eben diese Kausalkette nicht aufgezeigt werden konnte dass eben die Treibhausgase oder die ja die der Anteil die Kohle das Öl das Gas eines bestimmten Konzerns zu so viel Treibhausgasen geführt hat zu so viel globale Erwärmung zu so viel Schäden also die Kausalkette wurde bisher nie hinterfragt sondern die sind eigentlich die sind alle an juristischen Hürden gescheitert also weil Gerichte gesagt haben das ist eine politische Frage das gehört nicht vor Gericht ja wieso ist es nicht verboten das Zeug zu verbrennen so was ist das Problem und darum auch RWE weil es nämlich in deutschem Recht so ist dass ein Konzern auch Verantwortung dafür übernehmen muss wenn er Schäden im Ausland verursacht wohingegen zum Beispiel in den USA man kann keinen amerikanischen Konzern dafür verklagen was sie in Peru gemacht haben aber in Deutschland das deutsche Recht lässt es eben zu aber es ist auch wichtig es geht nicht darum dass RWE das Gesetz gebrochen hat also indem es eben ihr Geschäftsmodell durchgeführt hat und Kohle verkauft hat denn das ist ja wie gesagt legal total erlaubt sondern es geht darum dass sie eben die Schäden die dadurch verursacht sind beseitigen müssen nach deutschem Recht also die Idee kommt eigentlich von so Nachbarschaftsklagen also wenn wenn in meinem Garten ein Baum steht wo dann ein Ast in deinen Garten fällt und deinen Schuppen kaputt macht dann muss ich ihnen Geld geben dafür dass ja dass man die Schuppen wieder aufbauen kann und das also aber es ist total erlaubt dass ich in meinem Garten einen Baum habe so also das ist die juristische Idee dahinter Sie schildern in Ihrem Buch ja also das prominente Beispiel ist glaube ich also die Klage gegen Exxon den erwähnten Konzern der wahrscheinlich den größten Hebel hatte beim Klimawandel mit dem was er tut dort wurde ja in Frage gestellt in dem Prozess in dem Prozess den Sie in Ihrem Buch schildern ob sozusagen ehrlich kommuniziert wurde was beim aktiennotierten Unternehmen ja irgendwann ein Thema ist ob man nicht wieder besseres Wissen was offensichtlich gut nachweisbar ist eigentlich die ganze Zeit ich vereinfache das jetzt dramatisch die Leute verarscht hat also das ist würde ich sagen das ist ziemlich genau exakt das was passiert ist also man wusste schon sehr genau auch schon sehr lange was man tut hat aber eine andere Kommunikationsstrategie und auch dokumentiert sozusagen eingeschlagen um strategisch sozusagen das Business zu retten oder zu verlängern genau also die fossilen Konzerne Exxon etc. haben sich zusammengetan und gesagt dass sie eine große Kampagne starten um Zweifel zu sehen in der Bevölkerung über die Glaubwürdigkeit der Klimawissenschaften und die Ursachen des Klimawandels das ist also das ist sehr gut dokumentiert da gibt es überhaupt keinen Zweifel es ist keine Verschwörungstheorie oder so sondern das ist genau das was passiert ist und das ich meine die waren wahnsinnig erfolgreich damit denn also wir alle glauben heute immer noch dass Klimawissenschaften also ja viel unsicher ist als alle anderen Wissenschaften Sie würden ja haben Sie mal gesagt als Gutachterin auch vor Gericht aussagen wenn man sie einladen würde vorladen würde ja ist das aber noch nicht passiert bisher ne ich kann ja nicht über laufende Verfahren sprechen aber sind die nicht öffentlich oder also ist es bei keinen passiert wo die Vorladung schon also schon hinter mich gebracht aber das ist ein Trend ne also sozusagen den Sie mit sozusagen zumindest begründet haben die Art von Arbeit die Sie machen weil man jetzt halt jemanden der lokalen Problem hat vorrechnen kann was der Anteil von jemandem aus unsere Arbeit erlaubt es eben diese diese Kausalkette komplett zu machen von eben dem Verbrennen der Kohle bis hin zu den konkreten Schäden und das bis hin zu den konkreten Schäden war eben das was bevor wir diese Attributionsstudien gemacht haben fehlte und das also insofern ja und also ein ich weiß von einem Fall wo also auch eine unserer Studien schon bei einem erfolgreichen Fall als Beweismittel verwendet wurde aber eben nicht gegen einen Energiekonzern sondern das war in Australien von einer NGO die nannte sich Bushfire Survivors also eine Gruppe von eben Überlebenden der Bushfire 2019 2020 die EPA also die australische Umweltbehörde verklagt haben dass sie eben nicht genug zum zum Klimaschutz tun und also ein Teil der Beweise die sie aufgeführt haben war eben die Attributionsstudie die wir gemacht haben die gezeigt hat dass der Klimawandel diese Bushbrände mindestens 30% wahrscheinlicher gemacht hat ich habe eine ganz banale Frage weil sie ja immer wieder auch sagen 1,5 es kann alles noch erreicht werden also also zumindest haben sie es gesagt sie haben mich gerade so zweifelnd angeschaut glauben sie das noch also es kann erreicht werden ja wenn wir das denn wollen aber das große ist ein großes wenn wir das denn wollen glauben sie als wir muss da auch harte Arbeit leisten glauben sie dass wir Menschen das überleben werden ja also als Menschheit auf alle Fälle ja was macht sie so sicher also das die Folgen des Klimawandels sind für Individuen extrem dramatisch und zerstören Ökosysteme erhöhen extrem die Ungleichheit in Gesellschaften das heißt also gerade was was Konflikte also es wird sicherlich zu dramatischen Umstürzen in unsere Menschen und wie unsere Gesellschaft zusammenlebt wird sich dramatisch ändern inwiefern aber naja also ich finde man sieht das so ein bisschen jetzt schon dass ja also oder zumindest kann man eine Idee davon kriegen dass also die Polarisierung in vielen Gesellschaften jetzt wieder extrem zugenommen hat was eben auch einhergeht mit der deutlich zunehmenden Ungleichheit also ich meine bis in die 70er Jahre hinein haben sich die Lebensverhältnisse der verschiedenen Teile der Bevölkerung angeglichen seitdem tun sie das nicht mehr sondern seitdem ist es halt dass die Reichen immer reicher werden aber eben für den Rest der Bevölkerung ändert sich nichts und das hat eine ganze Weile gedauert bis das so klar war aber also ich finde also gerade was wir jetzt eben politisch sehen mit den wieder ganz starken rechts und links und diesen Kulturkämpfen das ist eben eine Antwort auf diese starke Ungleichheit und der Klimawandel verstärkt das und das ist das weswegen also ich meine der Klimawandel ist jetzt nicht ja das jetzt also morgen der globale Waldbrand kommt der uns alle verbrennen wird das sind nicht die Folgen des Klimawandels sondern es sind halt eben die sich verändernden Intensitäten und Wahrscheinlichkeiten von Extremwetterereignissen die immer von denen die am vulnerabelsten sind bezahlt werden das heißt es sind immer diejenigen die die sowieso am wenigsten Geld wenigsten Informationen schlechteste Häuser und so haben bezahlt werden und wenn wenn jetzt zum Beispiel diesen Sommer in Griechenland gesehen hat wo es erst eine Hitzewelle dann Waldbrände dann Extreme Überschwemmungen gegeben hat wenn man genug wenn man genug Informationen wenn man genug Geld hat dann stört einen das nicht aber es sind eben all diejenigen die das nicht haben die dann eben überhaupt nicht wieder da rauskommen und das wird denke ich ja also extreme politische Konsequenzen haben und darum glaube ich dass ich wenn wir eben nicht 1,5 oder irgendwas in der Nähe haben dass der Klimawandel dramatische Folgen haben aber die Folge ist eben nicht dass die Menschheit ausstirbt und warum also wenn es genau so ist wie Sie es beschrieben haben jetzt gerade was mir so spontan einleuchtet warum ist die gegenwärtige politische Debatte eigentlich eher so geführt dass man sagt naja die Privilegierten sind dafür Dinge in der Gesellschaft also die Grünen sind eine Partei der Privilegierten die können sich das leisten die haben nicht diese Finanzprobleme ich spitze das etwas polemisch zu während Parteien die sich an Menschen die viel weniger Geld haben viel weniger privilegiert sind ja eigentlich mit Antiklimapolitik Stimmen sammeln denn es ist ja nicht so dass die Menschen die das stimmt so wie Sie es jetzt gerade beschreiben die Menschen die zuerst davon betroffen sein werden sind nicht die Menschen sagst du mal ganz vereinfacht die grünen Wellen das stimmt ja das ist verrückt also es ist verrückt aber es ist ich meine ähm die der Grund wir haben ja gerade darüber gesprochen dass eben wir nichts gegen den Klimawandel getan haben dass das ein Kulturkampf Thema ist ist ja nicht weil das intrinsisch so sein muss das ist nichts was die Physik hergibt sondern das ist aktiv politisch gewollt und zwar eben ursprünglich von Konzernen die davon profitieren den Status Quo zu erhalten die haben nach wie vor wahnsinnig großen Lobby-Einfluss und die haben eben dieses ich meine wir haben vorhin schon über das über das Narrativ geredet also aber liegt das nur an den Konzern also ich frage es wirklich offen keine Antwort drauf liegt das nur an der erfolgreichen Lobby-Arbeit von Konzernen oder gibt es dann was anderes also ich weiß es nicht aber warum möchten ja eben Menschen die nicht grün wählen die in extrem miserablen Häusern leben warum insistieren die darauf dass also das bestmögliche Leben ist also wenn sie mit ihrem mit ihrem Auto überall hinfahren können und das ist also keine dass sie weiterhin ihr ganzes Geld für Gasrechnungen ausgeben müssen warum also das macht das macht wirklich keinen Sinn ich hätte ein Angebot das wäre die Gelbwesten Antwort ihr redet über das Ende der Welt wir reden über das Ende des Monats ich finde das einen sehr 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 starken Satz immer noch weil was waren nochmal die Gelbwesten es gab in Frankreich es gibt in Frankreich eine Protestbewegung die genau aus die ihre Energie schöpft genau aus dieser Diskrepanz zwischen einer Politik die natürlich langfristig denken will und den kurzfristigen Problemen die viele Menschen haben ja aber das ist eben das ganze Problem es geht im Klimawandel nicht um das Ende der Welt es geht darum der Klimawandel ist deswegen ein Problem weil er die Lebensgrundlage um das jetzt mal ganz platt zu sagen armer Menschen zerstört aber das ist eben nicht das wie wir über den Klimawandel reden ja genau aber das ist jetzt genau die Frage die ich versucht habe jetzt gerade mit Ihnen so anzufinden zu diskutieren aber warum tun wir das nicht also sagen wir mal die Klimabewegung also ich wie man sie so wahrnimmt darf ich nochmal drauf rumreiten wenn ich nicht weiß wie ich den Monat das ist ja ein ernsthaftes Problem in den letzten acht Tagen des Monats kein Geld mehr habe na total die Realität auch in Deutschland ja von vielen oder auf einer anderen Ebene ich habe mir mühsam diese Altbauwohnung erspart und jetzt habe ich Angst weil ich muss 50.000 Euro für Wärmedämmung ausgeben das ist jetzt kein verrückter erfundener Fall sondern das ist jetzt halt eine Debatte auf verschiedenen Ebenen habe ich so konkrete Probleme im Jetzt dass eine Politik die natürlich langfristig denkt um irgendwann ein Ziel zu erreichen wo ich in einer besseren Welt leben kann aber ich meine die Wärmedämmung also warum sage ich dann nicht Politik bezahl mir meine Wärmedämmung dann habe ich also die nächsten Monate viel mehr Geld übrig warum 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 sage ich Politik bitte macht dass ich niemals mein Haus dämmen muss damit ich also meine Gasrechnung für den Rest meines Lebens wahnsinnig hoch ist das ist also ja vielleicht ich glaube nur da ist da ist schon ein Teil der Erklärung ist schon ich habe vielleicht betreibe ich das aber im Konkreten einfach so viel Drama und nicht das Gefühl dass das gehört wird dass mich das andere Thema was ja auf anderen Zeitskalen passiert vielleicht nicht so interessiert gerade ja natürlich also natürlich interessiert mich das Thema nicht wenn das Thema eben so diskutiert wird dass es um das Ende der Welt gibt dass es um irgendwelche Ziele geht die irgendwelche wahnsinnig privilegierten Menschen wie wir jetzt um diesen Tisch rum sitzen wollen und dass das eben nichts mit den Realitäten zu tun hat da wir die Diskussion so führen ist es überhaupt nicht verwunderlich dass das die Reaktion ist aber ich meine ich verstehe nicht warum wir immer noch diese Diskussion so führen es geht nicht ums Ende der Welt wir versuchen ja nur zu verstehen warum wir eigentlich warum die Menschheit ist um großes Wort zu nehmen wieder besseres Wissen nicht so handelt wie sie es aufgrund der Datenlage tun sollte das ist wahrscheinlich eine der interessantesten Fragen des 21. Jahrhunderts Das ist meine Frage ob das einfach nur ob man das nur mit erfolgreicher PR erklären kann da weiß ich nicht also ob das die ganze Wahrheit ist letztlich arbeiten sie ja an Kommunikation also sie sind sozusagen die Kommunikationsexpertin bei diesem Thema sie machen etwas was den wissenschaftlichen Standards die die sozusagen neu interpretiert um kommunizieren zu können um vielleicht doch was verändern zu können um das Denken über das jetzt verändern zu können insofern ist das schon eine relevante Frage also wie wir darüber reden wer darüber redet ist eine relevante Frage ist auf alle Fälle eine wahnsinnig relevante Frage und ich denke auch dass das also gerade die Klimawissenschaften auch ganz viel falsch gemacht haben jetzt völlig unabhängig davon was eben einflussreiche Lobbygruppen gemacht haben also nochmal so in meinen Worten zu sagen könnte es nicht sein dass diese Klimadebatte immer doch nach dem Motto geführt wurde wir müssen die Welt retten und nicht unter der Frage wenn wir jetzt nichts tun wird die soziale Ungerechtigkeit noch viel extremer werden und die Armen werden noch ärmer und die Reichen werden weiterhin keine Probleme haben das ist genau das was ich meine wir führen die Debatte falsch und wir machen das nach wie vor falsch und ich denke auch viele WissenschaftlerInnen machen das falsch ich meine das zum Beispiel für so wahnsinnig lange Zeit der Eisbär das Symbol der Klima also ich meine nichts gegen Eisbären aber ich meine das ist natürlich für jetzt wenn am Ende des Monats kein Geld übrig ist dann ist mir der Eisbär egal verständlicherweise aber wenn meine Großmutter Riesenprobleme hat die nächste Hitzewelle zu überstehen weil sie in einer nicht isolierten nicht klimatisierten Wohnung lebt und mit 85 einkaufen gehen muss bei 35 plötzlich 35 oder 40 Grad das ist vielleicht eine Geschichte ja also das ist ja es ist eine Geschichte die ich versuche zu erzählen aber es ist halt eine Geschichte die die noch mehr Leute erzählen müssen und vor allem gibt es dann halt auch wieder die Geschichten wie Kipppunkte oder was sind nochmal Kipppunkte soll ich Sie gucken streng Sie haben wahrscheinlich schon ich verfluche mich Sie haben es gerade Sie haben es gesagt Sie müssen es erklären auch wenn Sie ich glaube Sie haben es schon mal erklärt aber gut nicht hier Kipppunkte sind Was ist allein die Sprache natürlich ist so eine Wissenschaftssprache die hat natürlich Einzug gehalten aber ich denke dass das halt unglaublichen Schaden angerichtet hat in der Art und Weise wie wir über den Klimawandel reden weil es eben diese Katastrophenszenarien heraufbeschwört und ob es Kipppunkte gibt oder nicht ist völlig irrelevant dafür dass wir gegen den Klimawandel was tun müssen eben weil hier und jetzt die soziale Ungleichheit verstärkt und ihre Großmutter in Lebensgefahr bringt und das ist vollkommen unabhängig davon ob und wann es Kipppunkte gibt aber Kipppunkte klingen halt wieder so als ginge es darum die Welt zu retten in irgendeiner fernen Zukunft und darum geht es halt nicht aber um jetzt die Frage zu beantworten was sind Kipppunkte also es gibt im Klimasystem es gibt verschiedene Teile des Klimasystems die in mehr als einem Zustand existieren können also ein Beispiel ist der Amazonas Regenwald also entweder gibt es den Regenwald oder wenn also eine bestimmte Größe des Regenwaldes im Amazonas unterschritten ist dann regeneriert sich der Regenwald nicht mehr selbst sondern dann entsteht da im Prinzip nur eine Savanne dadurch dass der Regenwald viel CO2 aus der Atmosphäre rausnimmt und außerdem viel Wasser speichert und damit viel Wasser verdunsten kann hat der Regenwald im Amazonas einen großen Einfluss auf das Weltklima und wenn der Regenwald Savanne ist dann ist das Klima halt ganz anders so und das ist also dieser Mechanismus ist das Kippelement also Regenwald oder Savanne und der Zeitpunkt ab dem der Regenwald so klein ist dass er in eine Savanne kippt ist eben der Kipppunkt und das ist und also es gibt solche Kippelemente im Klimasystem und das ist unbestritten aber was eben extrem unsicher ist und was also auch keiner irgendwie seriös sagen kann ist bei welchen Bedingungen sie kippen und vor allem auch was so die Zeitskalen des Kippens sind also ich meine wenn ich das jetzt so sage klingt das so als würde das von einem Tag auf den anderen passieren aber das ist natürlich nicht so sondern das passiert also auch im Zeitraum von Jahrzehnten und ich meine natürlich wir sollten verhindern solche Kipppunkte zu kippen ein weiteres gutes Argument dafür warum es warum es sinnvoll ist dem Klimawandel Einhalt zu gebieten aber ja also auch wenn es die nicht gäbe müsste man trotzdem dem Klimawandel Einhalt gebieten und dadurch dass eben diese Kipppunkte jetzt so also gerade in Deutschland so dieser ein wahnsinniger Teil der Diskussion sind ist halt Klimawandel wieder sowas wie ein Asteroid wie heißt das Asteroid der einem auf den Kopf fällt so irgendwas das von außen kommt was irgendwie groß und gefährlich ist aber eben auch weit weg und mit meiner Realität nichts zu tun hat und das ist denke ich dafür für die Maßnahmen die wir machen müssen extrem unhilfreit Ist es so als müssten wir einem Kettenraucher sagen also es hilft schon wenn du nur halb so viel rauchst jede einzelne Zigarette die du weniger rauchst ist super ist das die Art der Kommunikation die besser wäre Jochen du hast jetzt 50 Jahre Kette Zigarillos geraucht ist trotzdem noch gut wenn du mit 50 aufhörst Zigarillos zu rauchen der Kipppunkt vergisst Kipppunkte ist das die Art der Kommunikation also ich finde diese Vergleiche mit dieser Gesundheitssache ganz gut weil das ist was was ich mir viel besser vorstellen kann also wir hatten kürzlich einen Beitrag der ein Mediziner bei uns in der Redaktion ist der Frage nachgegangen ob das was ist eigentlich dran an der These wenn man mit 30 aufhört zu rauchen reicht es auch noch sehr interessant sehr interessant aber da wäre nämlich so ein Kipppunkt und diese diese Geschichten sind ja mindestens so wichtig für die Motivation die wir erzählen für die Motivation wissen was wir tun also ich glaube schon dass man einen Raucher also zumindest habe ich also Zeit meines Lebens versucht meinen Vater vom Rauchen abzubringen erfolglos und bin immer mit Katastrophenszenarien gekommen und bin also immer davon überzeugt gewesen dass er morgen sterben wird das hat zu nichts geführt also ich glaube dass das dass das bei den wenigsten Menschen dieses Katastrophenszenarien dazu führen dass man handelt es führt eher dazu dass man den Kopf in den Sand stecken ich meine das sei sogar ein Topos in der Psychologie dass wenn das so eine 1-0-Denke ist mache ich natürlich nichts ja aber wenn man sagt also zum Beispiel wenn du jetzt aber guck mal es ist jetzt nicht nur dass du dann vielleicht nicht wenn du 50 bis Lungen kein Lungenkrebs hast sondern stell dir vor wie schön das wäre nicht außer Atem zu geraten wenn du die Treppen steigst oder so halt und das kann man eben auch erreichen wenn man schon weniger raucht so und jetzt ich habe hier vor mir ich beschreibe das jetzt nur weil das ist mir jetzt peinlich hier Charts zu zeigen aber es gibt ja diesen Weltklimabericht also es gibt ein Klimarat IPCC heißt das die geben habe ich schon gehört ja alle ja und die geben diesen wirklich mit großer Aufmerksamkeit verfolgten Bericht heraus der eigentlich aus mehreren Teilen besteht die über mehrere Jahre publiziert werden und sie sind eine der Leitautorinnen und in diesem Bericht gibt es eine Zusammenfassung für Leute wie mich die den nicht unmöglich ganz durcherkann wollen so eine Art Mini-Kondensat da gibt es auf Seite 33 im Executive Summary hey Politiker guck mal das sind die Maßnahmen die ihr machen könnt die wenig kosten also so auch bewertet was ist eigentlich am billigsten und bringt am meisten das habe ich mir angeguckt Solarenergie ist super billig und Rieseneffekt Wind auch ziemlich billig Rieseneffekt das habe ich nicht so genau verstanden Reduce Conversion of Natural Ecosystems heißt das Regenwald bitte nicht mehr abholzen wahrscheinlich ja super macht es also aber nicht nur Regenwälder sondern eben auch also hört auf die Welt immer mehr in eine Betonwüste zu verwandeln in eine Industrie das sind schon die Riesenbalken da gibt es noch so ein paar andere habe ich mir auch also es gibt so Cluster von Themen macht bessere Gebäude bauen ist echt blöd so wie wir das gerade machen ne und hört auf nehmt anderes Fuel also versorgt euch auf andere Seite das sind die großen Balken ja ich habe jetzt ein paar ausgelassen vielleicht zwei, drei aber das ist ja nicht so schwer nein also ich meine das ist echt nicht so schwer da könnte ich sofort da könnte ich mich sofort ranbegeben ja könnte ich eigentlich machen das klingt jetzt nicht so dramatisch und so oh Gott oh Gott ich muss also komplett nie wieder darf ich ein Flugzeug nach London besteigen und solche Dinge sondern hey lass mal wirklich jetzt mit dem mit alternativen Energie anfangen das bringt echt was ja also ich meine das ist ja also das ist die die Kernaussage des IPCC Bericht ist wir haben alle Technologie wir haben alles Know-how was wir brauchen um das umzusetzen und es ist nicht alles ist wahnsinnig teuer manches schon ja also Stahlwerke die nicht mehr mit Kohlenstoff verbrennen ist das so richtig gesagt sondern das mit Wasserstoff machen wahnsinnig teuer ja also manche Sachen sind wahnsinnig teuer manche Sachen wissen wir auch noch nicht so richtig wie es funktioniert also zum Beispiel Luftverkehr aber die Lufthansa fliegt habe ich gelernt in der Vorbereitung nach San Francisco mit 30% ich hab's ich sag's jetzt richtig irgendwie super Treibstoff es gibt Forschung daran und so also aber wir hängen uns eben an der Debatte auf dass niemand mehr fliegen darf und machen die ganzen einfachen Sachen nicht und warum das ist nämlich ein gutes Beispiel mit diesem dass niemand mehr fliegen darf das Thema Verbot ich wusste dass sie jetzt die Augen schließen würden und denken oh Gott jetzt kommt das aber tatsächlich also weil wir neben der erfolgreichen PR von Konzernen die sicher stattgefunden hat stattfindet stattfindet gibt's eben glaube ich auch immer dieses genervt sein von Verboten also man möchte mir jetzt vorschreiben wie ich zu leben habe ohne dass ich Unterstützung bekomme dass der Staat mich so unterstützt dass ich eben jetzt mir keine Gedanken machen muss warum jetzt meine neue Heizung so teuer ist weil ich mir dann mein Häuschen gerade abbezahlt habe und das ist natürlich schon ein Problem dass die Grünen historisch haben und ich glaube das ist auch der Grund warum wir von den Grünen dazu nichts hören gerade weil sie natürlich gemerkt haben durch diese misslungene Heizungsgesetz Geschichte ist ihnen das klassische Ding wieder passiert was ihnen alle paar Jahre passiert ist dass man sagt es ist eine Verbotspartei die wollen uns vorschreiben wie wir zu leben haben ja also ich würde sagen die FDP schreibt mir viel mehr vor wie ich zu leben habe weil ich also nämlich nicht über die Straße gehen kann ohne um mein Leben zu fürchten aber die Story erzählt keiner würden sie in die Politik gehen ich entnehme ihrem Gesicht dass sie schon mal gefragt worden sind ich bin nicht oft gefragt worden aber ich habe tatsächlich schon öfter drüber nachgedacht aber also ich glaube schon dass man in der Politik dass man zumindest ohne die Hebel in der Politik wirklich zu bewegen wird es halt nichts ohne die politischen Rahmenbedingungen und naja zu sagen macht mal fühlt sich irgendwie also fühlt sich nicht gut an aber ja also ich kann mich nicht in der Politik sehen ich kann mich ja warum nicht weil mir sämtliches Geschick für Diplomatie fehlt ja ja also ich glaube ich ich fände das wahnsinnig schwer und ich glaube auch nicht dass ich besonders gut daran wäre eben Kompromisse zu finden und das ich meine das ist mir schon klar dass man das muss das heißt sie sind noch nie gefragt worden also meinen sie jetzt also aus der Politik nein 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 also nur von Journalisten oder so wäre es ja nein 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 wie oft werden sie von Politikern eingeladen wie zu beraten also von Regierungen Parteien was auch immer es sei zunehmend mehr also in Deutschland vor allem oder wo anders vor allem in Deutschland was immer so ein bisschen ärgerlich ist weil ich halt nicht in Deutschland bin und es ist dann immer ja also sie sagen doch also es ist wichtig sich mit ihrer Forschung zu beschäftigen dann müssen sie doch jetzt hier in NRW im Landtag übermorgen bitte wo ich dann so nee aber ja also ich meine in Großbritannien auch aber aber das ist mal gut zu hören dass sozusagen es gibt Nachfrage sie haben das mal beklagt also wir haben ja ein langes Archiv dass Deutschland jetzt nicht so alert sei und die EU würde stärker regieren erinnere ich mich dunkel und sie wundern sich dass eigentlich niemand fragt jetzt sind es immerhin so viele Anfragen aus allen Bereichen dass sie eher Probleme haben die zu befriedigen also ich habe ganz große Probleme die Anfragen aus Deutschland zu befriedigen weil also ich jeden Tag E-Mails von irgendwem aus Deutschland kriege dass ich doch bitte morgen in Pose muckel auf ihrem ja und ich meine meist es sind alles irgendwie Veranstaltungen die sicher die sicher Mehrwert haben aber das kann ich halt nicht machen ich lebe in London und ist ja eigentlich schön es ist schön aber es ist auch unbefriedigend wenn man immer nur absagen muss also finde ich aber ich kann also ich kann es einfach nicht also ich meine international oder so habe ich halt immer noch mein Team wo es also ja noch ein paar andere Leute gibt aber in Deutschland muss es dann halt auch deutschsprachig sein und und ist das nicht aber auch die wichtige B-Seite ihres Jobs also da wir ja jetzt schon analysiert haben dass das auch eine kommunikative Aufgabe ist oder aufgrund der Kommunikation überhaupt das was sie gerade machen entstanden ist Christoph Eiswürfel in Wein wow sehr sommerlich aber es ist heute ja auch sommerlich aber ihr könnt doch nicht in diesen Wein da kann ich auch einen haben der stand ja jetzt schon drei Minuten hier auf dem Tisch ja das macht man gar nicht obwohl wäre das nicht ein wichtiger nächster Schritt also wenn jetzt zum Beispiel Stiftungen zuhören die dringend noch ihre Arbeit unterstützen wollen das in die Welt zu tragen mit Personen die tatsächlich in was haben sie gesagt Pose Mucke ja also wir brauchen unbedingt mehr Menschen die darüber sprechen die sich zutrauen darüber zu sprechen ja also ich meine ich habe schon um wieder ganz am Anfang des Abends zu kommen wir haben ja darüber geredet dass immer so ein bisschen Außenseiter zu sein oder von außen zu kommen hilfreich war ich meine eine Sache die ich halt ich habe halt nie Angst davor gehabt mit JournalistInnen zu sprechen ich habe nie Angst davor gehabt mit den Medien zu sprechen ich habe das immer als einen wichtigen Teil ich meine sicherlich auch dadurch dass ich gern selbst Journalistin geworden bin aber war das für mich halt immer ein selbstverständlicher und wichtiger Teil der Arbeit wo ich auch sage das gehört zu meinem Job absolut dazu also nach wie vor sind die allermeisten WissenschaftlerInnen haben unglaubliche Angst mit JournalistInnen zu reden oder oder eben auch mit PolitikerInnen oder ja oder eben außerhalb der Wissenschaft und das und dadurch also ich meine das ist ein Grund warum ich das Gesicht dieses Forschungszweiges bin weil ich halt den von Anfang an auch immer nach außen getragen habe und also auch jetzt ich meine in meinem Team ich habe tolle Leute aber die sagen halt also sobald Journalisten oder JournalistInnen irgendwas wollen das jetzt nicht unmittelbar mit einer Studie zu tun hat die wir gemacht haben dann wollen sie nicht mit denen reden und dann ich meine was ja okay ist also wenn jemand sagt ich bist nicht mein Ding natürlich ist es okay aber wenn man halt 90% der Leute hat die sagen das ist nicht mein Ding dann ist es halt das ist halt unglaublich das ist halt einfach dann ja also ich bin im Moment in dieser Situation mit der ich echt nicht happy bin dass wir unendlich viele Anfragen haben es ist super also wir wollten ja dass das Thema in die Öffentlichkeit geht aber wir können also wir können sagen okay ja wir machen Press Briefing und wir machen Briefing für Juristen oder so aber wir können halt also diese und ich meine so viele Leute haben sehr wichtige und legitime und Anliegen wo man sagt ja das wäre toll wenn man da jemanden mit denen sprechen haben würde aber das können wir einfach nicht machen Sie brauchen einen Podcast auf der anderen Seite fragt man sich Teil der Wissenschaft die öffentlich finanziert ist dass sie sich erklärt und zwar also müsste es nicht in jeder Job Description eingebaut sein also darf es ein Institute for Advanced Study geben wo ich einfach nur sitze und arbeite und niemand fragt was ich tue und ich bin Albert Einstein akzeptiert ja aber Einstein war ein super Kommunikator fällt mir dabei ein also wer ist nicht eigentlich Teil des Jobs von Physikern die sich wohl dabei fühlen dass niemand fragt was ich heute anhabe auf der anderen Seite dann doch ist man nicht wenn man so ein öffentliches Amt nämlich öffentlich finanzierte Forschung hat dass nicht Teil davon ist Teil des Berufs Berufsqualifizieren dass man kommuniziert über das was man tut ja also ich würde sagen ja also ich denke schon dass also wenn man halt steuerfinanzierte Forschung macht dann hat man irgendwie auch eine Pflicht darüber zu reden und die Ergebnisse der Forschung zu interpretieren im ja im gesellschaftlichen Zusammenhang aber andererseits kann man ich meine genauso wie ich ja ich meine es gibt ja ganz viele so ein Akademikerjob da sind ja ganz viele so Sachen die die man also ich meine um Geld betteln ist auch was was man ganz viel machen muss was einem auch niemand beibringt und naja das liegt halt auch nicht jedem oder jeder und man kann die Leute nicht dazu zwingen ich meine mit dem Geld ist dann halt irgendwas das Problem dass wenn sie dann halt niemanden finden der das macht und sie einstellt dann aber also ich denke schon dass das ein dass das ein echtes Problem ist dass halt eigentlich Akademiker oder Wissenschaftler in Jobs deutlich mehr sind als die reine Wissenschaft aber das Auswahlkriterium ist halt ist man gut in der reinen Wissenschaft und sollten diese Kriterien geändert werden es ist eine schwierige Frage eigentlich würde ich sagen ja aber ich meine dann würde man die Leute verlieren die halt die halt das die halt richtig gut in Wissenschaft sind aber in dem anderen nicht das wäre auch blöd und was halt viele Institute und so machen ist halt so diese Art von Jobshare das ist eben sie haben halt ein Kommunikationsteam und dann WissenschaftlerInnen aber aber die meisten JournalistInnen die meisten PolitikerInnen wollen halt mit den Wissenschaftlern direkt reden und nicht über über Mittelpersonen also ich weiß nicht vielleicht haben sie ja gute Ideen wie man das Problem lösen kann ich weiß nicht ich glaube nicht über also bitte jetzt liebe Kolleginnen und Kollegen entschuldigt aber nicht allein über Pressesprecher die dann nach vorne geschubst werden ich glaube das wäre ganz falsch was sie sagen finde ich total richtig die Person die die Forschung macht und das sind ja viele das ist ja nicht nur eine in der Regel sondern ganz viele die müssen drüber reden ja also ich finde auch also ich finde mit Zwang wird man das nicht erreichen aber eben dass man also vielleicht ich meine wir werden gezwungen ja alle zwei Jahre Training zu machen welcher Feuerlöscher für welches Feuer zuständig ist und solche Sachen und und ich meine also zu sagen okay also man muss zumindest das Media Training machen fände ich jetzt nicht verkehrt und ich meine wenn man dann immer noch nur unter ganz bestimmten Umständen mit Journalistinnen redet okay aber zumindest also das eben als mehr als selbstverständlichen Teil des Jobs vorzuleben wäre schon wäre glaube ich schon echt ein großer Schritt andererseits natürlich auch sagen ja gut also so jemand wie Christian Drosten der ist in die Öffentlichkeit gegangen der hat alles das gemacht was man was wir jetzt beschrieben haben der hatte einen öffentlich-rechtlichen Podcast der ist in die Öffentlichkeit gegangen hat sich auch ähm getraut Positionen einzunehmen und ist dafür so heftig angefeindet worden ähm auch persönlich dass er sich aus der Öffentlichkeit zumindest in meiner Wahrnehmung bis auf wenige Ausnahmen weitgehend zurückgezogen hat ohne ihm jemals begegnet zu sein was ich vermute irgendwie in einem Zusammenhang steht also man könnte ja auch andersrum argumentieren man kann jeden verstehen der nicht in die Öffentlichkeit geht auf alle Fälle und ich meine also gerade ähm ja also gerade KlimawissenschaftlerInnen was also die sich oft was die sich oft anhören müssen ja also ich kann das nie mit bedenken der das nicht machen möchte was hört man sich an naja also von ähm Beleidigung bis Morddrohung ähm also ich persönlich und ich möchte bitte dass sich das nicht durch diesen Podcast ändert auf keinen Fall durch diesen Podcast der klauschigste Podcast ähm krieg relativ wenig davon aber also gerade also vor allem also Kolleginnen in den USA ähm und aber auch andere Kolleginnen die ich in äh in UK kenne also ja wie gesagt also von Beleidigungen von ja also ich meine was was wir ganz viel kriegen sind halt das einfach wirklich Weirdos die dann mit irgendwelchen Theorien kommen und warum das dann doch alles doch nicht funktioniert und so aber es gibt eben auch viele die eben persönliche Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen und ich meine das kann ich total verstehen dass man das dann nicht mehr machen möchte also wie gesagt ich krieg relativ wenig davon also jedes Mal wenn ich im deutschen Fernsehen was sage dann krieg ich am nächsten Tag also äh viele Mails von diversen deutschen Männern die also mir sagen was denn an meinem Aussehen oder an meiner Sprache oder an meiner Betonung noch zu verbessern ist Sie haben betont, dass es Männer sind? Ja okay ich frage ja nur ja ähm aber ansonsten hält sich das bei mir in sehr aushaltbaren Grenzen aber wie gesagt ich weiß eben dass das durchaus nicht nicht bei allen so ist es gibt so eine Frage die so eine Frage die wir immer wieder stellen in diesem Podcast und ich habe auch schon Ärger dafür bekommen wäre es also haben Sie jemals drüber nachgedacht ob ab einem bestimmten Punkt es nicht schick wäre ich versuche es jetzt möglichst radikal zu formulieren für eine Weile eine Diktatur zu haben um die Welt zu retten nein Sie haben nie darüber nachgedacht oder Sie lehnen die Idee von Grund auf ab was ich total verstehen würde also ich lehne die Idee ab und ich habe drüber nachgedacht weil manche Leute die Frage stellen es gab eine Phase da dachte man es hat sich dann auch nicht bewahrheitet dass sagen wir mal Staaten die ein bisschen effektiver organisiert sind als Demokratien mit der Pandemie besonders gut umgehen können das hat sich als Trugschluss erwiesen interessanterweise es gab aber eine Phase es gab eine Phase auch wir haben Berichte geschrieben Mensch guckt mal dort gibt es Länder die das sehr effektiv und mit harter Hand viel besser organisieren und das war dann doch nicht so das ist auch so ein Thema Gott sei Dank wo das öfter gefragt wird und ich ehrlich gesagt ich frage mich das schon ob es sozusagen diesen Diskurs Diskurs den wir die ganze Zeit führen wissend dass wir eigentlich was tun sollten wir reden aber drüber und tun dann doch nicht so viel das wird halt das führt ja nicht dazu dass sich die Welt verbessert gerade und da ist ein Problem ja aber das Problem denke ich nicht dass sich das Problem mit Demokratie abschaffen und Diktatur einführen löst sondern das Problem ist glaube ich eher dass die Demokratie eben naja also Demokratie hat viele also wie sie umgesetzt ist hat viele Elemente die jetzt nicht so rasend demokratisch sind dass eben doch Menschen mit mehr Geld mit mehr wirtschaftlicher Kraft haben auch mehr Einfluss auf Politik also ich glaube solche Sachen ändern könnte schon viel ändern viel mehr als wenn also ich meine was man jetzt mit der Diktatur wo es ja oh ja China macht das so viel besser mit der Pandemie und dann ups China kann aber nicht zugeben dass sie einen Fehler gemacht haben und deswegen kann sie nicht den Kurs ändern und deswegen klappt das dann doch nicht insofern also das da sind dann die die Kollateralschäden wenn die Diktatur schief geht sind so unglaublich viel größer als wenn in der Demokratie Fehler gemacht werden dass ich also ja also ich kann ich kann nicht sehen wie man eine dicke also also ich meine wir möchten doch ich meine der Grund darum warum wir uns um den Klimawandel scheren ist weil er eben das Leben und die Lebensgrundlage von Menschen beeinträchtigt und zwar negativ und und wir möchten dass das Leben möglichst vieler Menschen möglichst gut ist und ich ich sehe nicht wie wie in einer Diktatur das irgendwie besser sein soll als in einer Demokratie also zumindest wenn wir davon ausgehen dass Menschen mündig sind und davon gehe ich aus aber natürlich muss man muss man Möglichkeiten dafür geben mit Bildung mit ja echt freien Medien und und so weiter darf ich darf ich noch eine zweite Fundamentalfrage dieses Podcasts stellen weil ich die ganze Zeit darauf brenne die noch loszuwerden kann man Aussagen über die Welt treffen jetzt ganz allgemein formuliert unabhängig von der Sprecherposition also von der unabhängig von der Person die diese Aussage trifft haben wir oft diskutiert also und für eine Wissenschaftlerin ist es eine besonders interessante Frage natürlich deswegen wollte ich sie das mal fragen also meinen sie kann ich etwas gibt es überhaupt kann ich etwas objektiv sagen genau ohne dass ohne dass ich dass die die Position der Sprecherin oder des Sprechers das wusste ich dass sie das sagen und darüber können wir darüber kurz sprechen also ja darf ich eine ganz andere fundamentale Frage stellen ist es erlaubt auf die Toilette zu gehen ohne den Podcast zu beenden nein ich hoffe ich dachte wir hatten das wir reden einfach weiter wir warten auf das ist überhaupt kein Problem dum di dum die dum und wie findest du es ein Traum wird wahr ich finde es natürlich super jetzt esse ich doch von dem bis her Maria wie findest du es spannend es ist eine offizielle Frage Christoph richtet das Mikro aus ich finde immer so lustig dass ihr immer ein paar Fragen stellt wo ihr dann so sagt wir stellen die jetzt mal so mit Absicht so als wüssten wir die nicht und ich fast jedes Mal denke ja ich wusste die nicht also gut dass ihr das fragt ich stelle die Fragen eigentlich immer nur weil ich es auch nicht weiß was für eine tolle Gästin es hilft halt wenn man so viele also Perspektiven auf die Welt hat das ist schon beeindruckend oder es geht nur der Wein aus habe ich ach Gott Maria hat noch welche ich habe jetzt gerade von diesem Dessert probiert das du nicht essen kannst ich glaube nicht dass ich das nicht essen darf aber aber wir sind doch also ich meine das finde ich sehr fürsorglich oder? ich meine ja das wollte ich gerade sagen das ist sehr fürsorglich von euch weil hier steht es nirgendwo ich habe auch keine Nachricht von euch ja aber also finde ich sehr deswegen finde ich es sehr fürsorglich herzlich willkommen zurück das Dessert ist ja toll ich habe das jetzt erst probiert danke schön ja das Dessert war super also wie ist das jetzt mit mit den Aussagen über die Welt danke liebe Maria unabhängig von der Sprecherposition die es nicht geben kann naja ich kann ja also ich kann ja nicht aus mir raus ich kann ja nur ich kann ja die Welt nur sehen durch das Gedankenkonstrukt oder das Ideenkonstrukt dass ich zu dem Zeitpunkt dass dass ich habe okay ich bin ein Mensch also dadurch sehe ich natürlich die Welt durch meine Augen und nicht unabhängig von allem ja und eben aber auch durch durch meine Augen und durch mithilfe der Theorien die zu diesem Zeitpunkt eben am plausibelsten erscheinen und das ist nicht das ist nicht objektiv das ist nicht es ist intersubjektiv also ich kann versuchen meine persönlichen sag ich mal biases so weit wie möglich Abstand zu nehmen aber ich meine das kann man eben auch nur begrenzt denn man kann sich Mühe geben möglichst sich möglichst viel dieser bewusst zu sein aber man kann eben nicht ja also man kann nicht vollkommen rauskommen ja darf ich da noch ein bisschen präziser nachfragen weil vielleicht meinen wir genau dass selbe vielleicht aber auch nicht das glaube ich sofort also ich bin ein Mensch ich kann natürlich die Welt nur auf eine gewisse Weise anwahrnehmen und kann natürlich nicht unabhängig davon denken auch nur ja ich habe ein Gehirn das funktioniert auf eine bestimmte Weise es ist dadurch auf eine gewisse Weise beschränkt also kann ich über die Welt nur beschränkte Aussagen naja aber es ist ja also auch ich habe ich lese gerade ein ein tolles Buch das heißt Looking for Theophrastus Looking for Theophrastus ja es werden wir kriegen am meisten Mails wenn Leute Bücher empfehlen und wir haben nicht nochmal genau gesagt wie das Buch heißt okay wirklich das ist ein Problem okay Laura Bates ist die Autorin Laura Bates ist die Autorin wir schreiben es nicht in die Shownotes weil wir schreiben es nie in die Shownotes Leute aber in den Newsletter den ihr abonnieren könnt wenn genügend Menschen fragen unter www.zeit.de slash allesgesagt kann man Newsletter abonnieren der war ein Zeitgenosse von Aristoteles und hat mit ihm also viel mit ihm zusammengearbeitet und aber von seinen Schriften ist sehr wenig sehr wenig übrig geblieben und in dem Buch geht es eben darum dass die Autorin versucht zum einen ja rauszufinden was von den Schriften die es noch gibt die alle irgendwie Teile anderer anderer Schriften geworden sind also wo andere Autoren dann teilweise zitiert haben aber dann eben auch in andere Kontexte gesetzt und sie versucht halt sozusagen die Idee ist wie wer war Theophrastus was hat er gedacht was waren seine Ideen und das Buch fängt an damit dass sie nach Lesbos reist wo er geboren ist und sich versucht vorzustellen was man alles nicht wusste zu der Zeit als er gelebt hat also zum Beispiel man wusste eben man hatte keine Ahnung von Molekülen man hatte keine Ahnung davon dass also aus Samenpflanzen wachsen und es war total spannend zu lesen wie unglaublich schwer das ist sich überhaupt nur zu überlegen was es denn eigentlich alles ist das wir als sag ich mal Gedankenkonstrukt Ideenkonstrukt mit uns mitbringen und durch das wir die Welt angucken und wie schwer das ist überhaupt sich nur dessen bewusst zu machen let alone dann eben davon abzusehen und sagen okay was was kann also das also ja das das meine ich vor allem jetzt nicht nur dass das reine Mensch sein sondern eben auch dass das Mensch zu diesem Zeitpunkt als weiße gebildete Frau aus Akademiker Haushalt kommt natürlich auch noch mal ganz viel dazu das wäre nämlich meine Frage gewesen dass ja die Ebene auf der die Debatte oft geführt wird zum Beispiel aus so einer Gender Perspektive und da war ich gedanklich immer ausgestiegen und dachte sie sind die perfekte Person um mir das einmal zu erklären die Relativitätstheorie egal welche spezielle Relativität man kann keine Relativitätstheorie erklären schon gar nicht nein gar nicht aber ist es relevant also ist Wissenschaft nicht der permanente Versuch Aussagen über die Welt zu treffen unabhängig von Personen ist es nicht dass der Kern von Wissenschaft ist doch ob ich das jetzt aufschreibe oder sie das aufschreiben oder Christoph die Relativitätstheorie aufschreibt das ist ein großer Unterschied wenn ich versuchen ich wusste deswegen habe ich es gesagt Christoph dass du das jetzt sagen das wäre keine gute Idee das ist doch Wumpe die Theorie ist dieselbe Theorie und das ist ja das Ziel ich will etwas finden in der Welt was unabhängig von mir irgendwelchen Startbedingungen immer gilt es gilt immer und ich kann zum Mars fliegen gilt immer noch ein Marsmensch kann dieselbe Gleichung wenn er wüsste wie sie zu interpretieren nehmen und sagen ja stimmt ich habe es nachgebrückt gilt genauso es gilt auch auf dem Sirius und in einem schwarzen Loch bis zu einer gewissen Grenze das ist doch das Ziel von Wissenschaft oder? Jein also ich meine in der Physik ist ein Teil der Physik tatsächlich rauszufinden was sind die fundamentalen Gleichungen die überall gelten oder die fundamentalen Gesetze die überall gelten aber ich meine zu Newtons Zeiten war also das was Newton aufgeschrieben hat das Fundamentale und wenn jemand mit Quantentheorie gekommen wäre und ich meine wir haben ja vorhin darüber geredet wie funktioniert Wissenschaft Wissenschaft funktioniert dass diejenigen die Wissenschaft machen gucken ob das was andere Menschen die Wissenschaft machen wollen wissenschaftlich korrekt ist das heißt wenn die Idee zu weit weg ist dann kann sie noch so der objektiven Wahrheit entsprechen aber wir werden oh shit wir werden niemals in der Lage sein sorry das macht gar nichts es ist nicht in meinen Laptop direkt gelaufen nur indirekt das mache ich selbst normalerweise mit Käse haben wir die Käsegeschichte in diesem Podcast schon erzählt ne also eigentlich in jedem anderen mittlerweile aber wir erzählen sie mal wir hatten mal eine Liveaufzeichnung im Audimax der Uni während Christoph den Tisch putzt vor weiß ich eineinhalbtausend Leuten mit Uli Wickert diesem Fernsehmoder ganz bezauberner Herr war der das nicht mit ich wünsche ihm eine geruhsame Nacht ja genau absolut exactly und habe ihn neulich zufällig auf einer Party getroffen er sprach mich genau darauf an mir ist Käse wer hat ein Käse dabei weil Uli Wickert ein Experte für französischen Käse ist das ist auch in irgendeinem Orden also als einziger Deutscher oder so ähnlich im französischen Käse Orden oder was Chevalier Chevalier Chevre wahrscheinlich genau ist sehr schön mir lief dieser Käse der so ein bisschen wie ein Gehirn aussah in den Laptop rein ja und ich da sind ja was keiner weiß hier sind ja und ich sah nur ich sah nur wie Jochen plötzlich der die Kreide bleich geworden ist jemals vorher Jochen so auf seinen Laptop drauf tippt Laptop waren nicht mehr es ging nicht mehr ging nicht mehr und daraufhin sagte Uli Wickert nehmen Sie Rotwein dann geht er wieder putzen Sie mal mit Rotwein und er ging wieder wow er ist zu Recht heute noch stolz drauf und es war natürlich eineinhalbtausend Leute begeistert und so ich dachte ich ich muss jetzt aus dem Gehirn 100 Google Docs Seiten rekapitulieren also wie die Farbe wieder in dein Gesicht zurückgekommen ist in dem Moment insofern Sie können hier Wein ausschütten so viel Sie wollen ich wollte den nicht ausschütten aber jetzt habe ich vergessen ich habe gerade ich wollte was Wichtiges sagen ja eben genau es war wirklich wirklich und das also das ist tatsächlich ähm was Wissenschaft ist wird von denjenigen bestimmt die Wissenschaft machen und das heißt auch wenn irgendjemand die objektive Wahrheit was auch immer das sein mag gefunden hat wird es nicht wenn es nicht einigermaßen seamless oder einigermaßen konstruktiv mit dem dem Stand der derzeitigen Wissenschaft zusammenpasst wird es nicht als als Wissenschaft erkannt werden weil eben diejenigen die Wissenschaft machen bestimmen was Wissenschaft ist und wenn wenn eben wissenschaftliche also da müsste man eben schon so einleuchtende Beweise finden dass das was man gefunden hat eben obwohl sämtliche andere Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen das ablehnen dass das der Wahrheit entspricht und das das ist nicht wie Wissenschaft funktioniert und deswegen ist eben auch die Genderfrage unglaublich wichtig denn für Forever waren diejenigen die Wissenschaft gemacht haben weiße Männer und die entscheiden was es sind wissenschaftliche Theorien was sind akzeptable Methoden was sind nicht akzeptable Methoden und das ist also heutzutage ein riesengroßes Problem dass also mit anderen Methoden der Wahrnehmung der Welt der Wissensvermittlung der Wissens aus ja jetzt mal nicht westlichen Wissenstraditionen die finden keinen Zugang in sage ich mal diese westliche Wissenstradition weil die eben nach wie vor alle wissenschaftlichen Journale hat und bestimmt was Wissenschaft ist und wie könnte sich das ändern also einmal müsste man viel mehr Bewusstsein dafür schaffen also vielen Menschen auch Wissenschaftler ist das überhaupt nicht die denken nie darüber nach dass eben was Wissenschaft ist bestimmt wird von denjenigen die traditionell Wissenschaft gemacht haben und das heißt also dass immer die Älteren bestimmen was Wissenschaft ist und damit dann eben Ideen auch einfach draußen lassen und ganz viele Leute eben gerade wenn das Denken neu und anders ist nicht Teil der Wissenschaft werden lassen die dann eben was anderes machen und also einmal überhaupt ein Bewusstsein dafür schaffen glaube ich ist ganz wichtig denn das ist nicht da also ich habe das was ich gerade gesagt habe habe ich in einem Buchkapitel aufgeschrieben das Buch heißt Unlearn Patriarchy und das Kapitel heißt dann Unlearn Wissenschaft und ich habe ganz viel von anderen Doktorandinnen oder Wissenschaftler in E-Mails gekriegt die gesagt haben oder habe ich noch nie darüber nachgedacht das ist glaube ich einmal der erste Schritt überhaupt ein Bewusstsein dafür schaffen und dann eben ja viel ernsthafter als wir das jetzt machen zu versuchen eben unterschiedlichere Menschen in die Wissenschaft zu kriegen und eben nicht ja und ich meine gerade damit dass man zum Beispiel wenn es halt der tollste und schönste Wissenschaftler ist wer den höchsten Age Index hat das eben genau nach diesem System bewertet wurde wenn das das einzige Kriterium ist dann ändert sich halt erst mal ganz lange gar nichts sondern da muss man sich halt andere Kriterien überlegen und was ja jetzt auch nicht unmöglich ist aber eben naja schon ein bisschen Anstrengung erfordert totale Laienfrage der Review Prozess ist nicht doppelt blind sozusagen also zunehmend ist er doppelt blind also zunehmend ist es tatsächlich so dass die Reviewer nicht wissen wer die Autoren oder Autorinnen sind aber traditionell war es nur dass man nicht wusste wer die Reviewer sind aber dass die Autorinnen gesehen wurden was natürlich für Mobbing jede Tür geöffnet hat weil die Konkurrenz natürlich dann das Paper der Konkurrenz beurteilt hat und niemand wusste wer es war aber man selber hat sich natürlich präsentiert und jeder wusste wer man ist wenn man das einreicht weil das wäre natürlich der naheliegendste Gedanke weder weiß ich welchem Geschlecht du angehörst noch weiß ich wo du publiziert hast ich gucke mir nur das Paper an ja also das ist tatsächlich einer der naheliegendsten Schritte den ganz ganz langsam die Journale jetzt machen und jetzt behaupte ich sofort das Gegenteil wieder oder versuche das zu hinterfragen wenn ich nicht weiß in welchem Kontext die Person arbeitet das geht bestimmt bei einem philosophischen Papier oder bei theoretischer Physik oder Mathematik aber nicht wenn ich Genforschung betreibe wo es dann drauf ankommt was für eine Infrastruktur habe ich überhaupt zur Verfügung also wo ich einfach wissen muss mit was arbeiten die da gerade oder also Papier zu verhängen da muss ich ja sehr viel über den Kontext verstehen einer Forschung ja wobei man das ja in das Pipe reinschreiben kann ja na gut und dann weiß man relativ schnell wer es war das ist sowieso das Problem also ich gestern Abend war ein Event im Imperial College wo ich mit zwei aus ganz anderen Feldern gesprochen habe und da ist es ganz genauso dass die Communities sind nicht so groß also die also wenn natürlich auch nicht jeder jeden kennt weil natürlich Doktoranden und Postdocs und so doch relativ viel durch wechseln wo die Forschungsgruppen sitzen oder wie viele das sind überschaubare also dieses ja also dieses Double Blind ist jetzt nicht perfekt aber es ist immerhin ein Anfang und Sprachräume sind kein Problem das ist eine rhetorische Frage also wenn ich eigentlich in China publiziere die ganze Zeit habe ich da nicht ein Problem in westlichen also nicht umsonst gibt es ja den Versuch sozusagen auch was weiß ich Nature oder so auch auf chinesisch sozusagen Journals anzubieten damit man diese Community besser erreicht natürlich ist das ein Problem Russland riesige Forschungstradition völlig nochmal ein eigener Kosmos China ja oder ich meine auch die ganze spanisch sprechende Welt ist auch also jetzt in den Naturwissenschaften ist es halt oft nicht so wichtig wie schön das Englisch ist da ist es vielleicht weniger ein Problem aber halt in allen Human oder Sozialwissenschaften ist das ein wahnsinnig großes Problem und natürlich also in Klimawissenschaften auch ja warum bei Klimawissenschaften naja weil halt also ich meine alles was irgendwie dann wenn es um um realweltliche Kontexte geht und nicht nur in reinen Modellwelten dann 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 spielt dann spielt der Kontext und damit auch die Sprache immer eine Rolle also ich meine das wo es in den Klimawissenschaften wirklich die großen vielen Fragen sind das eben in den sozialwissenschaftlichen Anpassungen in den interdisziplinären Feldern Wie sieht eigentlich weil sie das gerade erwähnt haben das Imperial College wie sieht eigentlich ihr ganz normaler Alltag aus wann geht denn der so los und wie hat man sich das vorzustellen sind sie da jeden Tag dort oder wie läuft das ab 4 Uhr aufstehen joggen 5 Uhr Flugzeug ich hoffe das ist nicht jeden Tag 4 Uhr nein das ist tatsächlich extrem selten also um 4 Uhr joggen zu gehen ist ein bisschen seltsam aber ja also normalerweise stehe ich um 6 Uhr auf und gehe joggen und dann um 7 Uhr frühstücke ich mit meinem Sohn eine Stunde ich frage nochmal Respekt Respekt Christoph läuft auch eine Stunde nee nee nicht eine Stunde nicht eine Stunde ungefähr aber ich meine das hört sich jetzt also ich meine dadurch dass ich dass ich den Hund dabei habe muss man halt immer öfter mal stehen bleiben und so also das ist glaube ich entspannteres Joggen als ich habe das Gefühl das ist wieder so ein rhetorischer Trick von mir aber 30% Respekt eingespart reiner Zufall alles dann sind sie um 7 Uhr sind sie dann wieder zurück und gehen und frühstücken mit ihrem Sohn genau und ja also meine Postdocs die wohnen alle ein bisschen außerhalb Londons wie groß ist nur in Klammer wie viele Leute sind es eigentlich mit denen sie arbeiten im Moment also die um deren Gehalt ich mir einen Kopf machen muss sind vier beste Definition geht ja aber das sage ich mal das enge Team mit dem ich zusammenarbeite das sind so ungefähr 10 wovon aber die da aber teilweise in in den Niederlanden in Schweden und in New York das ist diese schnelle Rechengruppe genau genau ja was ist denn die schnelle Rechengruppe na World Weather Attribution ja das das die Leute die schnell ausrechnen ich sage jetzt nicht wo bei Extremwetterereignissen versuchen also sich ein Thema nehmen und sagen okay das könnten wir machen und das dann machen das sind 10 Leute ungefähr ja wobei also zweieinhalb davon sind unser Vulnerability and Exposure Team also die die eben der Frage nachgehen wer hat die Auswirkungen dieses Ereignisses zu spüren bekommen welche Teile der Bevölkerung welche welche was wussten die wann wussten die was welche welche Infrastruktur ist kaputt gegangen wann hätte man das verhindern können oder nicht also da das das ist auch ein ein ganz ganz wenn ich sogar der wichtigste Teil des Teams ja also wir waren dabei dass sie beschrieben haben dass die meisten ihrer Postdocs von genau eben nicht in London selbst wohnen weil es zu teuer geworden ist genau und deswegen haben sie halt einen relativ langen Commute deswegen sind wir zwei also zweimal die Woche sind wir alle zusammen tatsächlich im Institut und drei Tage arbeiten wir von zu Hause aus das heißt also weil ich den Luxus habe dass ich halt sehr zentral wohne bin ich auch manchmal öfter im Büro das hängt immer davon ab ob mein Mitbewohner da ist wenn mein Mitbewohner weg ist dann muss ich mir das mit dem Hund raus aber der Hund kommt auch öfter mal mit ins Büro insofern ja und dann sitzt also sagen wir mal so einen Tag da gehen sie gehen sie dann ins Imperial College wie geht es dann so los also was machen sie da sie kommen in ihr Büro das hängt immer davon ab ob wir gerade eine Studie machen oder nicht wenn wir eine Studie machen dann ist es also wirklich den ganzen Tag Daten angucken Entscheidungen treffen wen brauchen wir noch was für Daten brauchen wir noch was ist die richtige Region wir haben hier fehlt uns irgendwie wir haben wir brauchen jemanden der besser die sich mit der Meteorologie in diesem in diesem Teil der Welt auskennt wer kennt jemanden aber sie sitzen an ihrem Schreibtisch es läuft alles sie sitzen am Rechner und schreiben Nachrichten ja also wenn ich im Büro bin dann ist es auch ganz viel dass wir also dass wir tatsächlich reden und diskutieren uns Grafiken angucken und den Rest der anderen im Institut nerven damit dass wir also stundenlang reden ja aber sonst von zu Hause ist es meistens Nachrichtenschreiben ich versuche das immer so zu machen dass also ich meine ein ganz großer Teil meines Tages besteht darin mit Journalisten zu reden ja mit mit anderen Wissenschaftlern zu reden mit Doktoranden zu reden wie es wie läuft also was was haben die gemacht wie geht es der Dissertation und so weiter und ich versuche halt diese diese Meetings die man alle online machen kann auf die Tage zu legen wo ich zu Hause arbeite und halt die die Tage im Büro wirklich dazu zu nutzen mit meinem Team Daten anzugucken und 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 so also ich würde sagen ja so zwei zwei Stunden am Tag sind halt oft auch einfach schreiben also entweder wissenschaftliche Publikationen oder ich meine ich habe jetzt gerade ein ein zweites Buch geschrieben ja wir hörten davon wir hörten dass das britische Humor im deutschen Lektorat nicht immer so ganz leicht Gerüchte gehört verstanden wird wie heißt das Buch eigentlich Klimaungerechtigkeit wann kommt das raus das ist das Thema das ist das Thema was im Moment so ein bisschen so ein bisschen tricky ist ja also der Verlag möchte dass es im Februar rauskommt ich möchte dass es im November rauskommt nächsten Jahres ja warum möchten Sie noch mehr Zeit dafür haben nee andersrum also Sie möchten es jetzt in diesem November ja diesen November ja Entschuldigung habe ich auch missverstanden oh sorry ja weil diese Buchproduktionen sind ja ewig das ist ja wie so ein Klimabericht schreiben das geht ewig ewig Versionen über Versionen kann jetzt kann jetzt unsere können Sie jetzt okay Sie wollen es im November gerne ja also ich möchte im November heute ist der drehen wir von diesem Jahr ja sag ich doch 28. September 2023 im November no way wieso ist es fertig aber okay ja wir streiten uns darum ob es jemand kauft vor Weihnachten oder nicht ach so es ist eine merkantile Frage ja und so schlechte Nachrichten nicht vor Weihnachten scheint so sie werden so wortkarg nein also wir wollen auf keinen Fall die Verhandlungen stören genau ich möchte ich möchte mich nicht noch unbeliebter machen aber ja also an dem Buch habe ich halt auch geschrieben und und dann eben überarbeitet und so und ich meine das ja das also oder eben wissenschaftliche Publikationen also wirklich einfach an meinem Rechner sitzen und schreiben ist auch Teil Teil des Jobs was nervt an Ihrem Job Termine machen also ich ich bin absolut total überfordert mit ich kriege halt jeden Tag ganz viele Anfragen von von Journalisten von PolitikerInnen von JuristInnen von anderen WissenschaftlerInnen von können wir nicht darüber reden über XY reden mach mal einen Terminvorschlag das ist also das das überfordert mich total das hat mich also das das hört sich jetzt wahrscheinlich total albern an aber ich finde das also dieses das ja die Tage in der Zukunft zu organisieren wann mit wem über was gesprochen wird um trotzdem noch genug Zeit für alle wichtigen Sachen zu haben und zu wissen wo ich Nein sagen muss wo ich nicht also das das bringt mich also das bringt mich tatsächlich ja also ich habe das Gefühl ich mache nichts anderes mehr was nicht stimmt aber es kostet unendlich viel Willenskraft und das ja weiß ich nicht wie ich das irgendwie besser managen kann wie schalten Sie ab das wollte ich auch die ganze Zeit fragen wie gehört das Gehirn aufzudenken tanzen lesen okay die jetzt die Top Ten Literaturliste Standardfrage in diesem Podcast das hängt immer gerade also das ich kann mich immer immer nur das erinnern was ich so gerade eben gelesen habe was haben Sie gerade gelesen also zwei habe ich schon genannt die sind beide echt sehr empfehlenswert Lucy Cook hat übrigens Bitch geschrieben um also die die Liste von Lucy Cook können wir es nochmal sagen Bitch haben wir ja schon gesprochen ja nee weil die kriegen am Ende diese Mails aber das Buch über das wir vor 20 Minuten gesprochen haben ist von Lucy Cook ja nein wir hatten nochmal über ein anderes Buch gesprochen wir haben über Looking for Theo Frost gesprochen genau das ist von Laura Bates aber Lucy Cook hat Bitch geschrieben über Bitch haben wir gesprochen ja also das waren zwei Bücher die ich ein Buch das ich auch Freedom von Maggie Nelson Maggie Nelson kam in dem A&B vor war das weil ich irgendwann über Maggie Nelson geredet habe ich werde nie meine Quellen offenbaren warum diese Fragen zustande kommen also ich mag Siri Hüstwert auch aber ich habe länger nichts von ihr gelesen Sie haben sie mal freundlich erwähnt weswegen mir kein Titel einfällt vor 800 Jahren Zittern heißt das nicht Zittern das Buch über ihre Nervenkrankheit ist ganz toll heißt das nicht Zittern so ähnlich ganz tolles Buch von Siri Hüstwert ich gucke Maria an weil Maria ist unser Lexikon für kulturelle aber sagen sie alle anderen okay Maria wenn du es nicht weißt gibt es das nicht also einmal Fiction was ich mit Begeisterung gelesen habe ist Keith Ridgeback The Shock ja also ich meine das fand ich auch besonders toll weil es die Charaktere da drin die wohnen genau da wo ich wohne das ist immer schön aber ja wir können ja jetzt aus Privatgründen nicht fragen wo sie genau wohnen also ich wohne in naja also in der Nähe vom Bahnhof Waterloo in London also der Stadtteil heißt Favac ist aber direkt an der Grenze zu Lambeth insofern und das sind auch beides sehr große Stadtteile insofern ist das nicht so hilfreich aber es gibt einen großen Park in der Nähe der heißt Burgers Park da ist auch die Schule meines Sohns und da spielt so von meinem ein Großteil meines Alltagslebens sich ab aber in dem Buch sind halt auch die Charaktere da und mein Partner wohnt halt ein bisschen weiter südlich und ja das Buch fühlt sich für mich eben sehr sehr so an als würde jemand die Leute die ich jeden Tag auf der Straße sehe würde die Geschichten dazu erzählen was ja was also ich glaube deswegen ist das für mich besonders wie sind die Charaktere wie sind die Leute da der Teil Londons wo ich wohne ist so extrem an der also das fühlt sich an wie so eine ganz extreme Grenze also wenn man nach Norden geht also in Richtung Norden aus der Haustür raus und dann Richtung Norden dann ist man dann ist man im Prinzip in diesem Central London also mit dem mit dem West End und also ja also ich meine ich höre Big Ben ich kann Big Ben aus meinem Schlafzimmer sehen und das ist eben dieser ganz super elitäre touristische London und wenn man und wenn man nach Süden geht ist es halt komplett anders es ist also unglaublich divers also wie heißt das dann da Camberwell Packham also erstmal Camberwell und dann Packham und ja also wirklich von Leuten wie mir die halt also sehr gebildet Akademiker dann gibt es eine ganze Menge Leute die für verschiedene Banken arbeiten dann gibt es aber eben auch also da ist die die größte katholische Kirche Londons ist direkt nebenan mit mit also einem es gibt eine katholische Kirche in England ja was ist das denn passiert mit halt ganz anderer Klientel es gibt viel Social Housing das heißt es gibt also auch viele viele Menschen die eben ganz anderen Hintergrund haben Sozialwohnungen genau also ganz viele es gibt viele Sozialwohnungen und ja also ich meine mein Sohn in seiner Schule er ist einer von drei weißen Kindern in der Klasse also das was ich toll finde und er auch also für ihn war das erstmal ein Schock nachdem wir vom Nordoxford wo also alle genauso sind wie wir Akademiker weißer Europäer dann zu London wo also wirklich aus allen Teilen der Welt mit allen möglichen Hintergründen aber inzwischen findet er das also auch wahnsinnig toll insofern ist es halt es ist halt ein ganz anderes London als wenn man Richtung Norden geht fühlt sich Ihr Sohn eigentlich als Engländer? äh nein also witzigerweise er sagt immer er sei Deutscher und ich habe ihn mal gefragt warum also ich meine du kannst dich doch überhaupt nicht dran erinnern und er meint naja aber das ist doch so langweilig also ich meine Brite in Großbritannien geboren ist doch so langweilig und ich meine gute Antwort in seinem weil niemand in seiner Klasse sozusagen die klassischen Wurzeln hat oder so also ganz wenige ja also nach dem was sie jetzt beschrieben haben genau ganz wenige und das hat er eben auch gesagt er sagt naja wieso also die anderen selbst wenn sie in London geboren sind sagen sie kommen aus Nigeria oder Pakistan ja also da kann ich doch wohl Deutschland sagen aus Deutschland und bleibt eine kurze Nachfrage noch und werden sie immer in England bleiben? also ich kann mir im Moment nichts anderes vorstellen mehr kann ich dazu glaube ich nicht sagen also ich kann mir nicht vorstellen also ich habe vor zwei Jahren oder so sehr ernsthaft darüber nachgedacht also ja ich habe bevor ich den Job am Imperial College gekriegt habe habe ich sehr ernsthaft darüber nachgedacht nach Deutschland zu gehen und mich dann ganz 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 eindeutig dagegen entschieden und ja ich kann es mir im Moment also ich kann mir nicht vorstellen die Energie aufzubringen nochmal irgendwo von vorne anzufangen also ich bin ja jetzt vor zwei Jahren von Oxford nach London gezogen und also kurz bevor ich weggezogen bin es sind es ist einer meiner besten Freunde nach Leipzig gezogen ein anderer meiner guten Freundin in Oxford nach Leeds Gott sei Dank lebe ich mit einem anderen zusammen der ist immerhin mitgekommen nach London aber wir waren halt so so eine Clique die sind wir jetzt nicht mehr und also ich fange so ja ich musste halt in London nochmal doch wieder ziemlich von vorne anfangen und ich nicht nochmal jetzt ich finde das unglaublich schwer also ich ja das also ich möchte das nicht nochmal ich möchte auch nicht dass irgendjemand irgendwann jemals wieder wegzieht aber ja darf ich noch so eine Touristenfrage stellen ich liebe London ich habe da viel Zeit verbraucht aus irgendwelchen Gründen und Sie hatten vorhin schon die Tate Modern erwähnt das ist so mein Top 1 Ort an dem ich also wenn ich auch nur zwölf Sekunden da bin und noch eine Minute mehr Zeit habe versuche ich da zu sein was sind Orte die Ihnen da am Herzen liegen das ist natürlich eine Touristenfrage also wo muss ich hinfahren aber eben auch es muss jetzt nicht so ein Standardort sein aber wo ist so ein Ort wo man denkt das ist ja toll hier also ich liebe es gibt in in Smithfield gibt es einen Buchladen der ist ziemlich klein der ist nicht nach Autoren und Fiction und Non-Fiction ist er nach Farben nach Namen nach Datum nein nicht nach Farben oder Namen und Daten aber nach Themen also da gibt es the dark side oder aha also literarische Themen also nicht ja aber da ist dann halt zum Beispiel da ist dann also von also aus allen Bereichen von Sachbüchern bis Literatur zu einem Begriff ja und das ist ja fantastisch das finde ich einfach ja also das ist einer meiner Lieblingsorte das ist ja fantastisch ja also so wie heißt der Buchladen nochmal genau der heißt Liberia in Smithfield Liberia Liberia in Smithfield das finden wir Liberia ist ja auch ein ganz schöner Name das kann man finden ja ja also das ist einer meiner meiner Lieblingsorte also ich meine was jetzt wesentlich touristischer ist ich mag die Southbank sehr also gerade wenn es eben nicht Samstagmittag ist dann ist es immer ein bisschen sehr voll aber ja also die ja die Southbank und dann gibt es gibt es ein ein Tunnel der heißt Leak Street Arches der ist also der verbindet die Southbank mit einer jetzt schmeiße ich gleich schon wieder den Wein um das macht gar nichts mit einer Straße die heißt Lower Marsh und Lower Marsh das ist so eine es ist eine Fußgängerzone wo es nicht sehr aufregende Geschäfte gibt aber es ist eine Fußgängerzone wo es also zu normalen Wochentagen gibt es mittags immer einen Markt und es gibt ein paar schöne Geschäfte und da gibt es halt ja also die und dann gibt es einen Tunnel der die eben mit der Southbank verbindet und dieser Tunnel ist da ist es erlaubt Graffiti zu machen das heißt jeden Tag wenn man da lang geht gibt es neue Kunst und da sind halt also ich meine da gibt es auch so ein paar Touristengruppen die dann irgendwelche Kinder dahin führen wo denn also das was jetzt künstlerisch oft nicht so wertvoll ist aber es gibt es halt auch richtig tolle Street Art und jeden Tag was neu ist und das ist also auch einer der Orte die ich die ich sehr mag ich habe noch eine ganz andere Frage nur weil ich gerade die Kreuze sehe die ihre Ohrringe und ich habe nur kurz darüber nachgedacht es sind Schwerter es sind Schwerter Baby es sind Schwerter ist das nicht ganz eindeutig doch für mich schon aber naja ich bin halt der Gläubige warum Schwerter also diese Schwerter habe ich jetzt gerade zum Geburtstag von meinem Partner gekriegt weil ich ich hatte ein paar Ohrringe Schwerter die deutlich kleiner waren und da war das Silber angelaufen die sahen also aus als hätte man sie in Blut gesteckt und da ist mir einer von kaputt gegangen nicht schlecht und er hat versucht neue zu finden und das ist also das ist das kleinste Paar das er gefunden hat okay wow die sind schon relativ groß einige Zentimeter ich habe auch seit mein also wir haben ja vorhin schon über Chert Jan gesprochen mit dem zusammen habe ich ja das World Weather Attribution gegründet und der ist und mit dem zusammen habe ich das auch mit dem habe ich extrem eng zusammengearbeitet und du bist vor zehn Jahren gestorben ne vor zwei Jahren ach vor zwei Jahren ja mein Vater ist vor zehn Jahren gestorben aber Chert Jan ist vor zwei Jahren gestorben und seitdem schmeiße ich eben den Laden alleine also seitdem sind wenn alle Entscheidungen die die für dieses World Weather Attribution getroffen werden die treffe ich es ist immer ich treffe die Entscheidung machen wir eine Studie oder nicht ich treffe die Entscheidung was ist die richtige was ist die richtige Region was ist die richtige und das habe ich halt das haben wir halt alles zusammen gemacht und er hat mir vertraut ich habe ihm vertraut das heißt aber sie waren nicht allein ich war genau also niemand von ihnen beiden war allein genau und jetzt ist es halt ich meine ich habe viele tolle Leute mit denen ich zusammenarbeite aber die Entscheidung treffe ich und es ist halt naja es ist mein Neck ihr Hals genau ihr Kopf und naja also deswegen fühlt es sich in den letzten zwei Jahren oft so an als wäre okay viele Tage sind halt ein echter Kampf und deswegen die Schwerter die Schwerter ich habe also auch Battle Axe Kampf als Ohrringe als Ohrringe ja und das ja das ist für mich einfach also ich meine ich habe auch andere Ohrringe die trage ich aber tatsächlich relativ selten für mich ist das irgendwie so ein Teil das ja okay jetzt gehst du raus in die Welt und wird schon irgendwie gehen ja also die letzten zwei Jahre waren schwierig und 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 denken sie oft an ihn so im Alltag oder oder nur wenn sie eine Entscheidung treffen müssen und dann denken sie ah früher hätte ich das mit ihm besprochen also ich habe sag ich mal das erste Jahr nach seinem Tod habe ich habe ich eigentlich überhaupt nicht an ihn gedacht oder also zumindest ganz wenig und war als irgendwie so muss jetzt weitergehen nach vorne gucken wie kann ich das war ja auch das war auch zeitgleich ich meine das war ja also dieser Oktober 2021 ist Reat Jan gestorben bin ich nach London gezogen habe ich einen neuen Job angefangen krass habe eine neue Beziehung angefangen das war also alles mein Leben hat sich ja komplett auf die Füße vom Kopf auf die Füße gestellt oder wie auch immer also war jedenfalls relativ plötzlich komplett anders und dann kommt man ja auch in so einen Kampfmodus rein man muss einfach jetzt durchhalten genau also Schwerter genau und das erste Jahr habe ich also wirklich eigentlich ja also nicht absichtlich oder aktiv mir verboten über ihn nachzudenken oder so aber ich habe relativ wenig ich habe also wirklich nur versucht das Team im Imperial College aufzubauen nach vorne zu gucken und das letzte Jahr habe ich jetzt doch oft an ihn gedacht und ja also natürlich besonders wenn es irgendwie um Entscheidungen geht wo er sonst involviert gewesen wäre und wo es eben wo ich mir oft wünsche dass er da wäre ja ich wusste nicht dass Sie eine Schwester haben ich habe eine Schwester habe ich mir vorhin konzentriert ich hatte es jeden Fall oder ich habe es überlesen oder so ganz abstrakt was macht die Schwester eigentlich meine Schwester die arbeitet als Pressesprecherin im Kommunikationsteam vom Kiel-Institut okay das ist das ist jetzt aber naheliegend hä das ist ja eine komische Parallele oder also wir sind tatsächlich schon relativ das ist jetzt nicht total ein anderer Kontinent thematisch es ist kein anderer Kontinent aber wir haben tatsächlich also meine Schwester ist zur Journalistenschule gegangen nach der Schule die ist nach dem Abi aber das ist das andere ungelebte Leben die hatte ein viel besseres Abi als ich nein das ist der AB-Test und ist dann nach Köln auf die Journalistenschule gegangen auf meine Journalistenschule deine wie hieß die Journalistenschule Kölner Schule Kölner Journalistenschule ich weiß nicht gibt es mehrere Kölner Journalistenschulen ich glaube nicht also auf die auf die du auch gegangen bist liebe Grüße ja okay also meine Schwester ist super und die ist jetzt und die die ist dann wieder zurück von Köln dann nach Kiel gekommen und arbeitet jetzt im Kommunikationsteam vom ja wie heißt das Institut für Weltwirtschaft ja so heißt es ich glaube ich kenne die Elisabeth Radke das ist meine Schwester ne doch okay guck mal dann haben wir das auch erklärt steht nirgends ich wusste es jedenfalls nicht steht in ihrer Twitter-Biografie ja verdammt aber ja irgendwie nicht nicht drauf geachtet aha das heißt die lebt ein Leben das sie auch hätten leben können also nach allem was wir besprochen haben ja besseres Abi im richtigen Moment nochmal konzentriert kurz ja ja also ich meine ich möchte jetzt nicht mit ihr tauschen aber ja sie hat Sachen gemacht die ich zu dem Zeitpunkt zumindest auch gerne gemacht hätte und ja aber es ist schon okay so wie es jetzt ist ich beschwere mich nicht wie viele Jahre sind sie auseinander? zwei wer ist älter? ich und hat sich irgendwann mal das Verhältnis auch mal umgedreht zwischen ihnen beiden also sie waren ja immer die ältere Schwester oder oder sind die zwei Jahre zu nah dass man eh immer gleich war? nee wir waren nicht immer gleich also ich war immer die ältere Schwester ähm sagt die ältere Schwester ja ich glaube sie würde das bestätigen ja das ob das jetzt was wahnsinnig positives ist ähm wir hatten also wir hatten lange Jahre jetzt also wir haben uns immer sag ich mal sehr geliebt aber wir hatten viele Jahre viel ist uns schwer vernünftig miteinander zu reden ähm und das hat sich jetzt ähm ja das hat sich jetzt wirklich erst relativ kurzfristig geändert ich muss noch eine Frage stellen weil ich die ganze Zeit auch auf ihre diese bunten Arm wenn da schon sind das alles Freundschaftsketten oder woher? nein die sind alle von meinem Sohn das habe ich gewusst also weil es sind einmal bunte Würfel und dann gibt es was gibt es noch für Motive? ja es sind Würfel oder Perlen so Holzperlen Plastikperlen und es steht ganz viel Freddy Otto drauf jetzt kann ich es lesen Otto steht also da stand tatsächlich auch mal Mami drauf aber das ist mir dann runtergefallen und beim Wiederaufsortieren ist dann das Mami ähm ja es steht jetzt nicht mehr Mami sondern I Mami aber ja also als als mein Sohn ganz klein war ich weiß nicht als er drei war oder so hat er das zum ersten Mal dass er mir so ein Armband zum Geburtstag gemacht hat und seitdem macht er mir jedes Jahr so eins zum Geburtstag und es sind halt nur sechs und nicht dreizehn weil er halt also erstens hat er mit eins angefangen und die halten halt auch nicht ewig aber ja das ist jetzt so eine Tradition haben Sie nur wirklich ganz kurz haben Sie Oppenheimer gesehen ja ich habe auch Barbie gesehen ja ich auch ich habe beides ich habe beides gesehen können wir kurz darüber sprechen äh ja okay wie war Oppenheimer zu lang aber sehr gut aha wie war Barbie enttäuschend sehen Sie ich habe genau das Gegenteil erlebt also ich ich fand Oppenheimer Oppenheimer fürchterlich ich verehre den Regisseur Christopher Nolan das ist auch ein total gut gemachter Film so als Physiker fand ich den grauenhaft warum also das haben mir tatsächlich schon ganz viele Physiker erzählt aber ja weil so Typen die so Madman artige Klamotten tragen unverständliches Zeug an Tafeln schreiben und das ist Physik ja und ansonsten bauen sie Bomben und definieren dadurch ihre Männlichkeit das war nicht sehr naheliegend es war irgendwie so ich war da dachte okay und die Frauen sind alle also ich meine Frauen gab es nicht in dem Film oh doch es gibt zahlreiche Frauen es gibt Alkoholiker Ehefrauen Geliebte die sich das Leben nehmen aber genau die waren halt so die alle sehr leiden ja und das ist aber auch eine Zeitbeschreibung aber ich glaube das ist was unsere Gästin meint mit die Frauen gab es nicht genau die hatten die haben nicht die haben nicht gedacht die waren nicht Teil der Story in dem Sinne dass die die haben nichts beigetragen sondern ja okay aber gut das war sie waren halt background vielleicht doch ähnlicher Meinung und das ist schon in Ordnung weil es ist eine Zeitbeschreibung ich fand es aber so ein bisschen wenig von es hat wenig über die Revolution erzählt die da in der Physik tatsächlich stattgefunden hat weil das war ja irre was die gemacht haben war komplett irre und das kommt nicht kommt nur so ein bisschen raus finde ich und das zweite was glaube ich nicht rauskommt ist was für eine Höllenmaschine in Gang gesetzt wurde ja das ist sehr vornehmen zurückhaltend bis gar nicht also also das fand ich tatsächlich das war der Grund warum ich fand dass der Film gut war weil ich das Gefühl hatte dass eben dieses ähm was soll man was kann man machen wie weit hat man Kontrolle darüber was was eigentlich mit den mit seiner Forschung passiert weil er dann also teilweise eben auch ach ich hab jetzt schon nicht vergessen wie der hieß der Typ mit dem Schnauzbart der Projektleiter genau ja also was eben wo man eben Entscheidungen treffen kann als Wissenschaftler wo die Wissenschaftler eben Entscheidungen getroffen haben und was die Konsequenzen waren und wie weit man eigentlich tatsächlich übersehen kann welche Konsequenzen das hat also das deswegen fand ich das interessant und ich fand eben dadurch also das mit den Frauen hat mich wahnsinnig geärgert dass die also so eben wie gesagt in überhaupt in keinster Weise irgendwie als gleichwertige Menschen stattfanden sondern die waren halt naja die gab's halt auch und haben so ein paar Probleme für die Männer gemacht so ungefähr und ja also dadurch dass der Film so unglaublich lang war und halt ein paar und sehr viele Charaktere hatte fand ich hat man sich so ein bisschen verloren und diese diese interessanten Sachen eigentlich nicht nicht so viel gesehen wie man sie hätte sehen können aber ich fand es schon dass das also ich fand das fühlte sich ziemlich close to home an ah ja interessant inwiefern naja in insofern das ist halt ich meine vielleicht habe ich das auch zu tolerant gesehen aber das ist halt schon darum ging wie viel wie viel Einfluss hat kann man haben sollte man haben wollen wie eng ist Wissenschaft an Politik wie viel Abstand kann man gewinnen wie kann man sag ich mal wie kann man wie kann man irgendwie versuchen ethische Überzeugung zu haben einzuhalten wie viel muss man darüber nachdenken so ja das fand ich interessant an dem Film wie definieren sie das eigentlich für sich selbst naja also ich nehme mal an deswegen fühlt es sich an wie close to home weil es eben ich denke über die Fragen nach wenn sie sich stellen das ist jetzt nicht dass ich irgendwie darüber nachdenke okay was ist mein grundsätzliches ethisches moralisches was mache ich was mache ich nicht sondern ich denke halt dann darüber nach wenn sie sich stellen die Fragen und vielleicht ist das zu spät inwiefern man müsste strategischer über Ethik nachdenken in längerfristigen Perspektiven also vielleicht ja wenn dann die Männer kommen und die Bombe vom Hof fahren die man gebaut hat zum Beispiel dann ist es zu spät dann ist es definitiv zu spät aber ja also ich meine es stellt sich halt oft so mit wir reden halt eigentlich oft darüber im Rahmen vom IPCC also die IPCC Autoren spielen wir das Spiel jetzt nochmal mit dass wir halt jetzt wieder mal gucken was dann die Governments sagen was sie dann anberichten wollen und ich meine es wäre jetzt absolut schwachsinnig wenn wir uns jetzt wieder hinsetzen und für die nächsten sieben Jahre einen neuen Bericht zu den wissenschaftlichen Grundlagen schreiben also das wäre unglaublich viel vergeudete Zeit weil an den wissenschaftlichen Grundlagen ändert sich nichts es ändert sich ein bisschen was was wir über Extremwetterereignisse wissen und so aber die Grundlagen ändern sich überhaupt nicht und was halt passieren muss und wo man auch mehr Wissenschaft braucht ist wie kann man das umsetzen wie kann man Gesellschaften helfen das umzusetzen Narrative zu ändern und so weiter und das ist aber ich nehme nicht an dass das das ist was die Governments uns bitten werden zu schreiben und dann ist es ja also ich muss jetzt Sie haben es jetzt zweimal gesagt da muss ich jetzt einmal so kurz wie was die Regierungen wollen was sie schreiben naja also ich meine der IPCC das steht ja für Intergovernmental Panel auf Climate Change der IPCC sind die Regierungen dieser Welt und die Regierungen sagen was für einen Bericht also was zu welchen Themen sie Berichte haben wollen nicht inhaltlich nicht inhaltlich sondern sie sagen zu welchen Themen zu welchen Fragen welche Fragen sie beantwortet haben wollen oder ja also genau aber es ist halt als der IPCC gegründet wurde da wurde er halt gegründet in diesen drei verschiedenen Arbeitsgruppen die eine Arbeitsgruppe ist zur wissenschaftlichen Basis dann gibt es eine Arbeitsgruppe zur Anpassung und Vulnerabilität und eine Arbeitsgruppe zur Mitigation also zur Vermeidung und in jedem Zyklus dieser dieser IPCC Berichte die halt so ungefähr alle sieben Jahre einmal sind also wir haben jetzt gerade den sechsten fertig es gab jetzt gerade die Wahlen für den siebten es gibt jetzt einen neuen Chair und so und jetzt im Januar gibt es halt das nächste Treffen der Regierung wo sie halt beschließen werden was für Berichte sie haben wollen und bisher war es halt immer so dass sie von jeder Arbeitsgruppe einen Bericht haben wollen und das ist unglaublich viel Arbeit so einen IPCC Bericht zu schreiben weil das ist ja man macht keine neue Wissenschaft sondern die WissenschaftlerInnen die daran arbeiten die lesen alles was publiziert wurde und schreiben dann zu den Themen die die Regierung sagen sie dazu möchten sie gerne was haben da schreiben sie dann auf was ist der jetzige Stand der Wissenschaft dann geht das Ganze raus zum Review also wie beim Peer Review nur dass es nicht nur von WissenschaftlerInnen begutachtet wird sondern auch von Regierung also Regierung und Wissenschaftler und dann kriegt man also tausende von Kommentaren an Änderungswünschen die muss man dann also entweder ablehnen das kennen wir nicht in unserem Beruf tausende ablehnen oder eben also man muss die alle also man muss alle Änderungswünsche beantworten man kann die beantworten mit abgelehnt weil Quatsch das geht aber man muss sie halt alle beantworten und eben wenn sie eben nicht offensichtlich Quatsch sind dann muss man halt auch sich Mühe geben die irgendwie sinnvoll zu beantworten dann gibt es die zweite Fassung des Berichts dann gibt es das Ganze nochmal dann geht es nochmal zum Review raus dann kriegt man wieder tausende von Kommentaren dann muss man die wieder einarbeiten und dann hat man eine Version auf deren Basis man dann die Summary für Policymaker schreibt das heißt dann also eher eine Zusammenfassung das war das was ich gelesen habe genau und diese Zusammenfassung die wird dann auch nochmal zur Review rausgeschickt dann nicht nur für Experten und Regierung sondern nur zur Regierung dann kriegt man Kommentare der Regierung dann muss man die einarbeiten kann man eigentlich zwischendurch auch noch was schreiben was man selber denkt oder ist es dann nur noch was die Regierung also man kann schon man kann schon schreiben was man selber denkt aber man muss halt auch auf die ganzen Kommentare eingehen aber man nennt das Spam im Internet das heißt Spam und dann wird diese Summary für Policymakers die wird dann in einer Sitzung die also theoretisch von Montag bis Freitag geht bisher ging sie immer also von von Montag bis Sonntag Abend wird jeder Satz diskutiert also wird jeder Satz mit den Vertretern der Regierung diskutiert und dann ja muss man muss man sie also soweit überzeugen dass das das es halt da drin stehen darf also ich meine die Regierungen können nichts nichts eigenes reinschreiben aber sie können halt alles in Frage stellen sie können alles in Frage stellen und jetzt gibt es ja so eine Widerstandsbewegung namens Scientist Rebellion die Leaks aus den Vorversionen dieses Berichts 2021 ja Moment Moment darf ich diesen Satz veröffentlicht haben mit der Begründung das wird ja alles verwässert durch Politiker wir wollen das sozusagen eine frühe Version retten wenn man sie so erzählen hört kann man das durchaus nachvollziehen ja wobei also erstens ist es so dass alle Kommentare und Antworten veröffentlicht werden man sieht also alle Änderungen das ist also alles transparent das ist so wie mit den AGB also wer liest das dann und warum die WissenschaftlerInnen die eben daran arbeiten das nicht so prickelnd finden mit den Leaks ist weil man halt auch einfach manchmal Fehler macht und achso man sieht dann auch und und es ist also ich würde sagen dass 80% mindestens der Review Comments hilfreich sind und dazu führen dass der Bericht tatsächlich besser wird ist gar nicht so nervig wie wir dachten sondern es ist nervig weil es halt ein unglaublich langwieriger Prozess ist aber die meisten Kommentare sind hilfreich und oft kann man sie einfach nicht beantworten weil viele sind können wir bitte noch mehr Detail dazu und noch mehr Detail dazu und das schafft man dann einfach nicht im World Limit aber aber die 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 Sachen die schwierig sind die kommen dann halt erst in der Approval Session raus und das ja also dadurch wenn eben ich kann verstehen warum es diese Leaks gibt und ich meine ja also zum Beispiel nicht bei dem Bericht an dem ich jetzt mitgearbeitet habe bei der anderen Version ist es zum Beispiel der Begriff Fossil Fuels ist rausgefallen da ging es da stand dann halt nur noch Klimawandel drin und eben und das ist schon ein Problem also es gibt schon es gab schon manchmal Sachen die wirklich problematisch waren aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich dass der Bericht wirklich besser ist am Ende und es ist vor allem dadurch dass eben die Regierung also ich meine der Bericht der dann am Ende dasteht dem haben alle Regierungen dieser Welt zugestimmt die haben alle gesagt das ist der Stand der Wissenschaft das haben wir also geprüft und das ist unglaublich powerful und deswegen das zu unterminieren mit den Leaks finde ich schwierig und das Gefühl das einen beschleichen könnte wenn sie das so erzählen man ringt die ganze Zeit um Worte man ringt natürlich auch um eine wissenschaftliche Interpretation man ringt um Sprache während man ja eigentlich um Realität ringen müsste genau und das ist eben warum ich gesagt habe also warum wir viel diskutieren also ich glaube schon dass der dass der IPCC unglaublich unglaublich wichtig und ein unglaublich wichtiger Prozess war weil er eben zum einen die ganze Community zusammengebracht hat das gibt es in keiner anderen wissenschaftlichen Disziplin dass die ganze wissenschaftliche Disziplin zusammenkommt und sozusagen Stocktake macht und sagt okay was wissen wir denn jetzt eigentlich und dann guckt okay zu diesem Thema da wissen wir viel zu dem Thema hier haben wir noch offene Fragen und das ist unglaublich wertvoll und das hat also der Klimawissenschaft extrem gut getan und das wäre ohne den IPCC nicht passiert und es ist eben auch so dass dadurch dass eben die Regierung diesen IPCC Berichten ja wirklich Wort für Wort zustimmen man jetzt zum Beispiel also dieses Gerichtsurteil gegen die deutsche Regierung dass sie eben ihr Klimamodell ihre Klimagesetze nachbessern müssen ohne diese von aller Welt akzeptierten wissenschaftlichen Grundlage wäre das extrem viel schwieriger gewesen also ich denke on balance hat der IPCC unglaublich viel wichtiges und gutes getan aber wir sind jetzt an einem Punkt da haben wir das Pariser Abkommen da haben wir eben gerade einen Bericht veröffentlicht wo also ein unglaublich viel Detail der letzte Stand der veröffentlicht ist und jetzt es stellen sich halt einfach nicht mehr die Fragen was sind die Auswirkungen des Klimawandels wie sind es 100% wir oder vielleicht doch nicht ich meine das wissen wir jetzt es sind 100% wir und die Auswirkungen kennen wir jetzt auch so weit wie wir sie wie wir sie eben kennen können jetzt geht es eben darum wie können wir das wie können wir das umsetzen und deswegen denke ich dass jetzt die ganze Community Visa damit zu beschäftigen für die nächsten zehn Jahre den ganzen Prozess wieder von vorne anzufangen ist nicht das Sinnvollste was man mit ja mit unserer Arbeitszeit machen kann was wäre sinnvoll also ich denke sinnvoll wäre eben zu ganz konkreten Fragestellungen zum Beispiel wir haben haben Metriken um Emissionen zu messen wir haben Metriken eben um sodass eben jedes Land in seine Klimaziele zur Vermeidung also können sie reinschreiben ja so und so viel Prozent unserer Emissionen wollen wir bis dahin reduziert haben und es gibt ganz klare Metriken wie man das misst das heißt das kann man nachmessen kann man gucken okay Deutschland England hier das ist euer Ziel habt ihr das erreicht oder nicht wie weit seid ihr davon entfernt aber für Anpassungsmaßnahmen gibt es das nicht es gibt es gibt keinerlei Metriken also akzeptierte von allen anerkannten Metriken um die Auswirkungen des Klimawandels zu messen zu quantifizieren um zu messen was ist eigentlich erfolgreiche Anpassung und das dass wir in Sachen sagen können okay wir brauchen jetzt eine IPCC Taskforce die sagt wir brauchen Metriken was heißt Anpassungserfolg welche Impacts wie messen wir die also das das wären Sachen wo man wo man eben zu ganz konkreten relativ kleinen Fragen die aber eben für den politischen Prozess jetzt gerade wichtig sind das denke ich wäre das deutlich sinnvollere Ziel Sie haben Sie haben vorhin mal gesagt Sie können sich nicht vorstellen in die Politik zu gehen weil Sie da so viele Kompromisse machen müssten aber wenn Sie jetzt im Grunde genommen also bei diesem Bericht also mit den Nachfragen den Tausenden von Nachfragen der Regierung umgehen müssen ist es nicht auch oft eine Art von Kompromiss Ja aber es macht nichts wenn ich dabei grumpy bin Also ich habe jetzt nicht also ich kann schon Kompromisse machen aber ich bin halt ich kann halt nicht dieses diplomatische Smiling und Networking und ähm nein Jaja aber das ist ja nichts anderes als inhaltliche Kompromisse finden weil man weiß es ist wichtig dass am Ende die Regierung das Wort für Wort abzeichnen da muss man Kompromisse machen Also das ist ein politischer Prozess ja auf alle Fälle genau auf keinen Fall wird in diesem Podcast eine Klammer nicht geschlossen wir waren vorhin kurz bei Oppenheimer und Barbie stehen geblieben und ich war entschuldige ich war noch nicht ganz fertig genau ich möchte wissen warum sie Barbie toll fand ja also und wenn ich das kurz ausholen darf Oppenheimer ich hatte riesen Erwartungen weil halt hey über Oppenheimer vom besten Regisseur der gerade arbeitet und da war ich enttäuscht weil die Erwartung war riesig und dann dachte ich so ach naja drei Stunden das war nicht cool Barbie genau das ging ich bin mit meiner 18 aus und ich habe Stunden gebraucht um das zu reflektieren was ich da eigentlich gerade gesehen habe und meine Tochter hatte das sofort durchdrungen und wir haben halt zwei Stunden zwei drei Stunden darüber geredet und ich war total begeistert weil es so unerwartet war weil es so unerwartet ich fand es relativ bei mir war es genau andersrum ich habe halt gedacht wow Greta Gervin das wird ein guter Film und das wird subversive und spannend und hatte halt hohe Erwartungen an Barbie und bei Oppenheimer habe ich halt gedacht naja Christopher Nolan okay das wird Crash Boom Bang und naja bei mir war es halt wirklich genau umgekehrt dass ich an Barbie hohe Erwartungen hatte und dann ja also ich meine die coolste Rolle hatte Ryan Gosling Absolut also der war mit Abstand der beste Charakter und sorry ich fällt jetzt der Name der Schauspieler nicht ein aber die die Mutter aus der Realwelt mit die mit ihrer Teenager-Tochter dann in die Barbie-Welt geht spoilern wir jetzt gerade wir spoilern bestimmt ist okay schrecklich schrecklich und diesen Monolog das ist toll es gibt doch so einen Monolog wo sie sagt ich fand Barbie jetzt nicht furchtbar ich fand das war schon okay aber ich hatte halt sehr hohe Erwartungen wegen der Regisseurin wegen der Regisseurin und eben auch was ich vorher drüber gehört gelesen habe und ich fand ich fand ich fand den Film witzig ich fand ihn unterhaltsam aber ich fand halt naja also die richtig coolen Leute in dem Film waren Ryan Gosling und seine Jungs und das ist irgendwie fand ich sehr deprimierend ja okay das habe ich auch noch sagen aber es scheint ja auch mit der Erwartungshaltung zu tun zu haben die wir die wir jeweils auf den Film projiziert haben ich kann meine eigene Schrift nicht lesen ich fand sie sehr beeindruckend was sie da für Kringel gemacht haben nee ich mach die ganze Notizen und ich wollte eine wichtige Frage die mir die ganze Zeit den Kopf war noch stellen wenn sie sind ja die ganze Zeit dabei Großereignisse auf diesen Planeten zu betrachten und zu gucken ob sie etwas dazu beitragen können die zu interpretieren so das ist jetzt so eine Fanfrage eher was sind eigentlich die interessantesten Ereignisse auf die sie so gestoßen sind in der ganzen Zeit ist das eine dumme Frage also zum Beispiel es gibt ja diese Ereignisse wo nichts passiert das finde ich zum Beispiel sehr lustig Entschuldigung kann ja auch also es ist ja einfach Klimawandel und lokale Ereignisse neutralisieren sich zu nichts ja also solche Sachen finde ich witzig oder können sie mal sagen was sind so Nerdsachen auf die sie stoßen wo sie denken was ist denn hier los also eins eines wo ich immer noch nicht weiß was da eigentlich los ist ist eine Überschwemmung in Nigeria und Umgebung die im letzten Jahr stattgefunden haben wir reden halt über Katastrophen aber man kann ja auch mal so ein bisschen ja 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 also wir reden über Katastrophen und da gab es halt eben extreme Niederschläge die also die die gesamte Regenzeit war also viel viel regnerischer als normal und ich meine dass das zu so einer Katastrophe geführt hat hat auch damit zu tun dass es also zum Beispiel in Kamerun einen Staudamm gibt der dann geöffnet wurde und damit dann also alles was im Niger Delta unterhalb lag überschwemmt hat und in der Planung des Staudams war geplant dass es einen zweiten Staudamm in Nigeria gibt der aber nie gebaut wurde das heißt da ist also auch Management und politisch viel schief gelaufen aber das war ein Ereignis wo wir also festgestellt haben dass also wo aufgrund unserer Berechnung rauskam dass der Klimawandel dieses Ereignis 80 Mal wahrscheinlicher gemacht 80 Mal genau und das ist was was ich bisher nur von Hitzewellen kenne also das habe ich noch nie also aber 80 Mal haben wir selbst bei Hitzewellen bei Ihnen noch nicht gelesen das war immer so Entschuldigung 80 Mal ist sehr viel ja es ist es ist wahnsinnig viel bei Hitzewellen hat man schon also mehrere Größenordnungen das kommt schon vor aber bei bei eben eigentlich stimmt sie haben auch mal 1000 Mal das gibt es das gibt es bei Hitzewellen ja absolut aber eben bei allen anderem was wir mit Extremniederschlag so gesehen haben war es halt verdoppelt oder ich meine wenn es vielleicht maximal verzehnfacht aber eben 80 Mal ist eine ganz andere ja ist eine ganz andere Rausnummer und da weiß ich ja immer noch nicht so richtig warum also das ist eines wo ich also was also wirklich wissenschaftlich einfach extrem interessant ist aber wie kann es sein dass sie nicht wissen warum das sagt ja viel über die Modelle und die Statistik und naja also ich meine es ist halt so dass dass es eben nicht nur die Thermodynamik ist also man hat nicht nur dieses wärmere Atmosphäre mehr Wasserdampf kommt raus sondern es ist auch die Regenzeit hat insgesamt einfach viel mehr Niederschlag und das ist eben was also was was wir sehen ist dass dass die ITCZ also der tropische Regengürtel sag ich mal der so vom im Laufe des Jahres zwischen dem nördlichen und dem südlichen Wendekreis hin und her wandelt und wandert und immer da wo er gerade ist da ist eben gerade Regenzeit und der hat eben in den letzten Jahren dazu geneigt sich deutlich länger im Norden rumzutreiben sodass eben die Regenzeiten eben gerade eben in diesen Gebieten statistisch also ja länger sind und intensiver und ich meine das ja also man sieht das macht eben dieser tropische Regengürtel aber warum er das macht er das macht weiß ich nicht und ob das jetzt ja also welche sag ich mal welche Prozesse da was bewirken ob das eben damit zusammenhängt dass ich eben ich meine die die Pole erwärmen sich ja deutlich schneller als der Äquator das heißt die die Temperaturdifferenz zwischen Pol und Äquator verändert sich was ja also eines der ganz großen Antriebe des globalen Wettersystems ist also darum haben wir den Jetstream und so weiter und das hat eben auch auf die in der tropische Konvergenzzone Auswirkung aber ob das jetzt der einzige Mechanismus ist oder ob noch was anderes ist weiß ich nicht wenn Sie über die Erde nachdenken also wenn Sie sich den Globus geht Ihnen da die ganze Zeit eben genau das ah da ist ja der tropische Wärme und da ist das ne also eigentlich ist das was ich gerade gemacht habe extrem ungewöhnlich für mich dass ich tatsächlich über Atmosphärenphysik gesprochen habe weil ich habe ja ganz am Anfang gesagt ich habe eigentlich nicht wirklich Training da drin sondern da ist es halt was was ich halt so nach und nach die werden ständig danach gefragt dann guckt man sich das mal an genau und ich meine ich habe auch in Oxford teilweise Undergraduates so Basis Klimaphysik beigebracht und so aber ich habe halt das Gefühl so richtig so richtig zu Hause bin ich bin ich in dem Thema nicht also insofern denke ich eigentlich so nicht über die Erden also eine Million Fragen das was wir da die ganze Zeit beschreiben diese Modelle mit denen wir die Erde simulieren ich habe nur eine theoretische Frage irgendwann werden wir ja Computer haben die so leistungsfähig sind dass sie beliebig kleine wie heißt denn das eigentlich Voxel wie heißt man wie sagt man in dieser Klimaszene zu diesen Quadern die dann berechnet werden Grid Points Grid Cells also es gibt so 100 mal 100 Kilometer große Würfel also 100 mal 100 oder sind das nur ne 100 mal 100 und die also die vertikale ist gering ist nicht 100 ist weniger okay also das sind die die Volumina die sie das ist ihre Auflösung ja und was darunter passiert wissen wir nicht sondern das wird dann angenommen oder so gemittelt oder mit so Dreck aufgefüllt aber irgendwann wird man noch Rechner haben weil das ist ja alles exponentiell immer noch glaube ich die das runter bis auf was weiß ich Kilometer oder so machen werden auch wenn die Anforderungen exponentiell steigen das wird ja passieren und dann kann man aber immer noch nicht genau sagen wie es geht ne ne dann kann man immer noch nicht genau sagen woran liegt das eigentlich warum kann man die Erde nie perfekt simulieren ähm wir können die Gleichung nicht lösen wir haben wir haben keine 3D-Lösung für die Navier-Stokes-Equation ich habe die Navier-Stokes-Gleichung wegen Ihnen nochmal nachgelesen ich möchte übrigens nochmal dieses Buch empfehlen falls jemand fragt wie heißt nochmal das Buch was die neulich geschrieben hat es heißt wütendes Wetter und es ist ein sehr gutes Buch weil es ist so es redet so präzise über Wissenschaft und doch so dass man es so weglesen kann und ich habe mich die ganze Zeit das stimmt doch nicht das war Moment wie war das nochmal man fängt wirklich an nochmal nachzulesen ist richtig toll unter anderem gibt es eine super einfache wirklich ich empfehle es Beschreibung wie diese ganze Forschung und dann kommen die Navier-Stokes-Gleichung vor und da wird so im Nebensatz gesagt naja und dann ist ja auch die Coriolis-Kraft in Navier das ist jetzt für mich jetzt steigst du euch nein ich habe es ja auch gelesen aber das ist so toll das muss man trotzdem einmal kurz erklären unsere Zuhörerinnen und Zuhörer was muss man erklären was die Gleichung ist das muss unsere Forschung gleich machen ich wollte nur sagen ich bin da drüber gestolpert Moment mal in den Navier-Stokes-Gleichung ist doch keine Coriolis-Kraft drin ich habe es jedenfalls nachgelesen doch das ist dieser eine Kraft Vektor der da eingeführt wird ich bin total begeistert weil es so präzise und doch deutsch also ich kann das wirklich empfehlen das Buch Entschuldigung was sind die Navier-Stokes-Gleichungen also die grundlegenden physikalischen Prinzipien die stimmen wie eben die Welt funktioniert sind einmal die Energieerhaltung die Masseerhaltung und dann die Impulserhaltung und die Impulserhaltung ist im Prinzip das was man in der Schule als das Newton's zweites Gesetz gelernt hat eben Kraft ist Masse mal Beschleunigung und die Navier-Stokes-Gleichung ist woher kommt der Name können wir das einmal kurz zwei Typen die Navier und Stokes ja sorry ich habe mich damit tatsächlich nicht mit der Historie beschäftigt aber aber die Navier-Stokes-Gleichung beschreibt eben in der Atmosphäre oder Muzian aber in der Atmosphäre welche Kräfte auf ein sag ich mal Atmosphärenteilchen einwirken einwirken und das sind eben zum einen die Corioliskraft dann gibt es die Entschuldigung ich habe gerade die Gleichung gesucht hier sind sie dann dann Reibungskräfte Druckkraft und eben alle Kräfte die auf ein infinitesimal kleines Teilchen Atmosphäre einwirken aber diese Gleichung hat halt keine dreidimensionale Lösung die können wir also annähernd lösen aber die hat keine analytische dreidimensionale Lösung deshalb können wir die Erde nicht simulieren also deswegen könnte man also auch mit beliebig perfekten Computern die Erde nicht simulieren oder außerdem ich meine wir können sie sowieso nicht perfekt messen das heißt also wir könnten wir hätten dann also noch noch lange nicht eben ist das nicht frustrierend dass wir das nicht hinkriegen es ist aber auch nicht wichtig also und das ist eben das was mich so was mich an der ganzen ähm ich meine es gibt für also bei manchen also gerade jetzt zum Beispiel für diese Regenfälle in Afrika oder gibt es Sachen ja da müssen wir unbedingt noch besser werden um tatsächlich präzisere Antworten zu haben aber für viele viele Sachen jetzt ich meine was man was man machen muss in Sachen Vermeidung von Klimawandel also aufhören fossile Brennstoffe zu verbrennen auch fast alles was man Anpassungsmaßnahmen machen muss dazu braucht man keine besseren Klimamodelle ich meine bessere Klimamodelle braucht man um halt ein detaillierteres Verständnis zu haben und dann eben vielleicht auch noch bessere präzisere Wettervorhersagen machen zu können und dass vielleicht die also die Frühwarnsysteme noch früher warnen können und sowas alles das ist wichtig aber es ist nicht es ist nicht fundamental wichtig und das ist also ich meine es gibt manche Klimawissenschaftler die sagen oh dass was die Otto da macht das ist ja alles die Modelle sind nicht gut genug und so das das kann man gar nicht machen also wir brauchen die Modelle sind die können ja also Konvektion nicht simulieren und so und das ist eben wo ich denke ja natürlich sind sie nicht perfekt und es gibt Unsicherheiten aber wir wissen genug dass wir eben was sagen können um zu wissen was sind die wichtigen Maßnahmen die wir jetzt treffen müssen eine naheliegende Frage die ich nur einmal gestellt haben wollte sie können dann lachen diese ganze also wir haben in jedem Podcast reden wir irgendwann nochmal über künstliche Intelligenz ich habe es mir auch aufgeschrieben und auch hier muss muss das kurz gemacht werden Klammer auf natürlich habe ich wieder mit ChatGPT über sie gesprochen ist da was also könnte das irgendwann mal interessant werden weil was das Zeug gerade mit Daten macht finde ich ganz interessant also die ersten Sachen ja aber das Problem ist halt ich meine ChatGPT ist unglaublich gut da drin Sachen zu erfinden das meine ich jetzt nicht aber da ist doch was in Gang gekommen was interessant klingt auch für jemanden wie sie der mit großen Datenmengen spielt ja das Problem ist ja dass wir eben oft mit viel zu kleinen Datenmengen spielen also das was das Bottleneck an unserer Arbeit ist sind meist fast immer die Messdaten die die Beobachtungsdaten und da kann die sind zu wenn es zu wenig gibt aus Afrika ja also nicht nur zu wenig aus Afrika sondern auch zu wenig haben sie schon mal Messdaten aus Polen gekriegt noch nicht was ist das Problem ja gute Frage gibt es nicht gibt es nicht also die gibt es bestimmt aber eben nicht aber man bekommt sie nicht man bekommt sie nicht warum bekommt man sie nicht also es gibt relativ wenige Länder auf der Welt die ihre Wetterbeobachtungsdaten frei der Wissenschaft zur Verfügung stellen das ist ja total interessant das wusste mir nicht hatte ich keine Ahnung aber womit arbeiten sie denn dann wie wir arbeiten in dem also in allermeisten Fällen arbeiten wir indem wir eben mit lokalen Wetterdiensten zusammenarbeiten und also die anflehen und betteln und bitten und das sind private Organisationen dann meistens oder ne es sind meistens staatliche Organisationen manchmal sind es private aber was ist jetzt mit den Ländern den meisten die keine Daten liefern also die Daten in vielen Fällen gibt es die Daten aber die werden halt nicht die gibt es halt nicht öffentlich sondern die die haben die Wetterdienste und die verkaufen sie an zum Beispiel Hedge Funds oder so aber die die werden eben nicht öffentlich zur Verfügung gestellt so dass ja so dass Wissenschaftler eben keinen Zugang dazu haben aber dann gibt es eben auch ganz viele Fälle wo es einfach keine gibt oder wo es Wetterstationen gibt die dann mal 20 Jahre Daten haben dann wieder 20 Jahre keine Daten haben dann haben sie mal wieder angefangen zu messen und ja und das ist also es ist nicht nur in Afrika ein Problem es ist es ist in ganz es sind ganz vielen Teilen also ich meine Deutschland hat seit weiß nicht fünf Jahren oder so teilt Deutschland dann seine Daten vorher hat also gab es das haben sie das auch nicht gemacht USA machen das schon lange Großbritannien macht das auch schon lange aber ganz ganz viele andere Länder der Welt machen das eben nicht und ich meine eins ist natürlich dass gerade eben für ärmere Länder dadurch dass man die eben verkaufen kann gibt es natürlich gibt es natürlich ein Incentive das dann auch zu tun und ich meine die WMO also die World Meteorological Organization keine Ahnung hat die einen deutschen Namen die wahrscheinlich nicht ja hat zwar also schon mehrmals versucht Initiativen zu starten eben mehr Daten zu teilen und zu veröffentlichen aber es ist halt ja also solange man halt damit Geld verdienen kann das nicht so machen wird das wahrscheinlich auch passieren und dann ist es aber eben auch das also ich meine die Daten müssen halt erstmal erhoben werden und da kann AI auch nicht mithelfen also ich meine es gibt zwar automatische Wetterstationen und es gibt immer mal Kampagnen oder Projekte also es ist ein beliebtes Entwicklungshilfeprojekt dass man mal also für zwei Jahre automatische Wetterstationen irgendwo hinstellt aber wenn es dann halt niemanden gibt und keine langfristige Planung was denn wer die denn wartet was damit passiert dann hat man halt für zwei drei Jahre Daten und dann naja dann gibt es einen Sturm und sie fällt um oder es gibt einen Stromausfall und es wird nicht repariert und dann dann war es das halt eben wieder mit Wetterstationen und das ist also ich meine das ist sowieso mit all diesen Entwicklungshilfeprojekten ist es ganz oft so dass es eben alles kurzfristige Projekte sind ganz oft Infrastrukturprojekte aber das eben nicht langfristig in Zusammenarbeit das nicht langfristig in Menschen investiert wird und dann ändert sich halt langfristig nichts Ich habe nochmal so eine ganz banale Frage warum können wir das Wetter immer noch nur für zwei Wochen vorher sagen weil das halt so ungefähr der Zeitraum ist in dem es das Wetter noch von den Anfangsbedingungen abhängt aber danach ist es halt im Prinzip sehr unabhängig von den Anfangsbedingungen zumindest in unserem Breitengraden also das heißt wenn ich jetzt also heute das Wetter hier ganz exakt messe und dann in meine Modelle stecke dann habe ich also dann bestimmt wie das Wetter heute ist hat einen relativ großen Einfluss darauf wie das Wetter morgen ist hat einen bisschen kleineren Einfluss darauf wie das Wetter übermorgen ist und halt nach zwei Wochen hat eben das Wetter heute im Prinzip keinen Einfluss mehr sondern dann hat man nur noch den Einfluss des Klimas also den Einfluss der längerfristigen Rahmenbedingungen und das das wird sich nicht ändern also das ist das ist unterschiedlich also so ist es halt zum Beispiel in den in den Breitengraden hier wie Berlin oder London in tropischeren Klimaten wo also die die Variabilität von Tag zu Tag geringer ist im Wetter kann man also zum Beispiel bisschen länger kann man also für naja bis zu wenn es richtig gut läuft bis zu sechs Monaten Vorhersagen also bessere Vorhersagen wie da weiß man was in sechs Monaten für ein Wetter ist also nicht exakt aber da haben halt sich langsamer ändernde Prozesse einen großen Einfluss auf das Wetter wohingegen hier in den mittleren Breiten das Wetter sich halt einfach sehr schnell verändert und eben nicht von so groß also ich meine dieses Jahr haben bestimmt viele Leute von El Nino gehört nicht erst dieses Jahr aber ja aber dieses Jahr ist es halt ein El Nino ja letztes Jahr war es La Nina also eben eine großskalige Schwankung im globalen Klima und in El Nino Jahren ist es eben so dass die Ozeantemperaturen im Pazifik höher sind das hat dann Einfluss darauf wie die Trade Winds wie auch immer die auf Deutsch heißen wehen und das hat halt einen Einfluss darauf wie das Wetter in vielen tropischen Ländern ist aber es hat eigentlich null Einfluss darauf wie das Wetter in Großbritannien oder in Berlin ist und es gibt noch eben es gibt El Nino ist das bekannteste aber es gibt noch andere dieser großskaligen sich relativ langsam verändernden Oszillationen und die haben halt einen größeren Einfluss auf tropisches Klima weswegen da Vorhersagen sag ich mal über eine Jahreszeit möglich sind bei uns aber eigentlich kann man halt nichts weiter also da kann man nichts weiter sagen als das was man auch sagen kann ohne jemals ein Modell zu laufen naja Winter ist kälter als Sommer es gibt in der Zeit ein Ressort das heißt Streit wo immer Kontroversen aufgeworfen werden und man versucht Menschen mit unterschiedlichen Standpunkten zu Wort kommen zu lassen sehr populäres Ressort und sie waren da neulich auch zu Gast und haben auf die Frage geantwortet die jetzige Regierung die jetzige Gesellschaft ist die letzte die noch eine Chance hat den Kurs in eine Klimahölle mit Milliarden Todesopfern zu verhindern war das ein Zitat der letzten Generation ist das wahr sie haben darauf geantwortet ich verlese jetzt nicht ihre Antwort was ganz interessant war bei den Menschen die da befragt wurden war auch Steven Kunin ich hoffe ich spreche den richtig aus der tja ich kann den nicht so richtig gut verorten der mal bei unter Obama sozusagen im Wissenschaftsbetrieb auch war und so eine seltsame Mittel oder nicht seltsam ist jetzt das falsche Wort aber so eine Mittelposition zu einem dieser ganzen Debatte der so fasse ich das jetzt in meinen einfachen Worten zusammen sagt naja das wird schon nicht so schlimm ich glaube ich habe da einen anderen Standpunkt alle tun immer so es klang so ein bisschen wie die die Welt geht eben nicht unter sondern naja wir werden es schon hinkriegen wie gehen sie oder wie blicken sie auf solche Leute also ich fand den Beitrag von ihnen jetzt extrem unhilfreich weil es eben weil die Art und Weise wie es dargestellt ist eben so ach naja was eben die letzte Generation sagt und so naja das ist ja alles ein bisschen übertrieben also ich meine es stimmt die Welt wird nicht untergehen aber darum geht es nicht und darum ist es auch nie gegangen und 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 deswegen finde ich ja ich finde das also ich meine er hat nichts zu sagen was der Debatte irgendwie hilft sondern das einzige was was dieser Beitrag leistet ist so zu tun als wäre die Wissenschaft sich uneins was das Problem ist und das ist einfach nicht der Fall das ist einfach falsch das hat ich habe so ein weiter also sozusagen wenn was sie ja auch sagen wenn wir sagen also die Welt steht nicht vor einer Klippe diese Metapher ist einfach blöd vergess mal auch diese Kipppunkte wir können zu jedem Zeitpunkt aufhören zu rauchen und das ist sinnvoll ein zweiter Gedanke den wir heute immer wieder hatten ist es ist ja im Grunde was da entsteht ist vor allem ein soziales Problem also für die konkreten Menschen und die die dann wirklich am härtesten betroffen sind das ist eine harte Sozialauswahl sowohl auf einer globalen Skala als auch auf einer lokalen also Obdachlose in Kalifornien weiß ich jetzt nicht und bald in Berlin oder jetzt schon in Berlin werden bei einer Hitzewelle größere Probleme haben als jemand der zu Hause sitzt und vielleicht dann doch mal so ein Klima-Dings ins Wohnzimmer stellen kann oder einfach in einer gut isolierten Altbauwohnung oder in einer gut isolierten Altbauwohnung die ja dank Robert Habeck nochmal ordentlich isoliert hat lebt das heißt was eigentlich passiert ist etwas was Leute die wohlhabend sind vielleicht gar nicht so interessieren muss ist ja auch ein Problem also sozusagen solange die nicht Sozis sind also sie sagten ja mal sie kommen irgendwann sie kommen aus so einem Sozi-Haushalt es ist eine zutiefst sozialdemokratische Fragestellung also sind wir solidarisch ist ja eigentlich die Frage die ist viel größer als die Welt geht unter ja das ist die viel wichtigere Frage hat keiner je so also jetzt ist das ein großes Thema aber vor zehn Jahren hat das keiner so formuliert würde ich mal über wenige so formuliert ne ja und ist das nicht auch ein Problem also dass sozusagen wenn wenn sich diese Erzählung zuerst mal durchsetzt heißt das ja auch für Menschen die an entscheidenden Stellen sitzen naja also uns wird das nicht so betreffen vielleicht auch die Deutschen werden sagen naja also das ist jetzt nicht so unser Problem dass Tokio jetzt 45 Grad oder bald 50 Grad Spitzentemperatur hat schade aber in Berlin sind es jetzt 35 bis 40 geht gerade noch also da wird ja auch ja und Brandenburg ist komplett ausgetrocknet was vielleicht jetzt auch für also gerade mal sage ich mal Wasserversorgung und so in Berlin jetzt vielleicht so optimal ist aber wenn man es genau betrachtet ist es so ein Solidaritätsproblem über das wir eigentlich reden also es ist insofern ein Solidaritätsproblem wenn man halt wenn man halt wirklich denkt dass es also egal wie ungleich die Gesellschaft ist egal wie wenig gesellschaftlichen Zusammenhalt es gibt ich habe genug weiß ich nicht Geld Ressourcen was auch immer mir kann nichts passieren ja ich meine dann das ist dann dann tut einem der Klimawandel nicht so wahnsinnig viel das ist das ist so ja genauso wie einem alle anderen Probleme dieser Welt dann deutlich weniger anhaben können aber also auch es ist auch so dass man als dass man bessere Geschäfte machen kann in einer Gesellschaft die 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 nicht damit beschäftigt ist sich gegenseitig abzustechen und die die nicht in einen Ressourcen Kampf und Kulturkampf beschäftigt ist also ich würde jetzt nicht sagen das ist ein reines Solidar also es geht nicht es geht nicht um Almosen es könnte ein Missverständnis entstehen dass in diese Richtung geht es ist ein Problem aber es ist Problem anderer Leute es ist kein Problem anderer Leute es ist aber ich meine natürlich ist es so dass Menschen mit vielen Privilegien weniger Probleme haben das ist beim Klimawandel nicht anders als bei allen anderen Problemen auch ja ja umso umso absurder ist es ja eigentlich dass diese Menschen aus diesem Milieu dieser Menschen sich viele Grünen Wähler speisen die am Ende vielleicht weniger davon persönlich betroffen sein werden während andere die davon sehr schnell betroffen sein werden das eben anders sehen ja anders sehen oder eben auch denken naja sie haben die anderen Probleme die wir hatten nicht gelöst warum soll ich jetzt darauf vertrauen dass sie jetzt meine Interessen vertreten wenn morgen ein Stiftungslehrstuhl für Erkenntnistheorie geschaffen würde an der Universität Oxford um jetzt mal irgendwie in random und der ihnen angeboten würde würden sie sowas akzeptieren was ich eigentlich fragen will können sie sich vorstellen nochmal was völlig anderes zu machen ja ich kann mir auf alle Fälle vorstellen was völlig anderes also ich habe gerade überlegt was wäre ein Traumjob Lehrstuhl für Erkenntnistheorie in Oxford nicht in Oxford in London in London ja nicht nochmal umziehen nicht nochmal umziehen genau aber das ja also das wäre das würde ich das würde ich das wäre ein Traum ha ja ich würde ich würde gerne nochmal was ganz anderes machen also im Moment sehe ich nicht also im Moment wenn ich morgen vom Bus überfahren werde wäre das ein Problem warum weil ich also im Moment nicht sehe wie eben im Moment hängt halt in meinem World Weather Attribution Team doch extrem viel an mir und an dass ich Sachen am Laufen halte ich meine vielleicht bin ich da auch zu arrogant vielleicht wäre das alles prima und würde das schon klappen aber im Moment würde ich nicht gehen wollen weil ich möchte dass das 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 die Initiative das Team weitermacht und 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 im Moment denke ich dass das schwierig wäre ohne mich also zum einen einfach weil weil ich doch nach wie vor seit Jahren gestorben ist diejenige bin die sagt komm wir machen das wird schon wird schon gut gehen und ja und solange es so jemand solange so jemand der das auch durchsetzen kann solange ich so jemanden anderen noch nicht habe mache ich mir darum Sorgen aber ich möchte das nicht den Rest meines Lebens machen das ist zu anstrengend und diese andere Person gibt es aber nicht oder Personen die das also bisher also es gibt welche denen ich das zutrauen würde die trauen sich das im Moment aber selber noch nicht zu insofern müsste das noch ein bisschen ja was wäre also ich finde es unglaublich wichtig und es ist sehr erfüllende Arbeit aber es ist auch unglaublich anstrengend und es ist nicht langweilig in dem Sinne dass man lernt immer was Neues bei jedem Ereignis aber es ist dann doch eben auch viel was was sich ähnelt und ich würde gerne noch mal ganz was anderes machen das mit dem Bus überfahren fand ich deswegen so interessant weil es natürlich eine gewisse Art ist ein Leben zu bilanzieren also so eine Art auf die Welt zu blicken ist ja das Leben ist endlich und war das eigentlich bisher ein gelungenes Leben also von dem Teil also wenn ich jetzt sagen wenn ich jetzt morgen vom Bus überfahren würde dann wäre es gut weil ich glaube jetzt kriege ich dieses Jahr habe ich ganz viele Preise gekriegt dieses Jahr sind alle Leute sagen alles super ja also wenn Bus überfahren dann jetzt ich ich wollte eigentlich dafür werben sie können schon ganz zufrieden sein mit dem was sie bisher gemacht haben also es ist jetzt nicht so dass sie eine Bringschuld gegenüber der Welt hätten das wäre schon in Ordnung wenn sie irgendwas hedonistisches wie Erkenntnistheorie jetzt machen würden und sagen so jetzt habe ich genug für den Planeten getan das Gefühl weil es ist ja auch relativ anstrengend was sie da machen es ist anstrengend ich habe immer noch das Gefühl ich mache bei weitem nicht genug und ich weiß nicht ob ich das Gefühl abstellen könnte aber ich glaube schon dass man auch Erkenntnistheorie machen kann und trotzdem irgendwas eben dann auf andere Weise sinnvollen Beitrag leisten kann fragen Sie mich jetzt bitte nicht wie der aussieht das habe ich noch nicht rausgefunden ich habe noch keinen Erkenntnistheorie Lehrstuhl gehabt wie würde der aussehen ich weiß es nicht gibt es nicht ständig irgendwelche Angebote nein nein also das können wir uns kaum vorstellen es gibt keine attraktiven Angebote ja also es gibt schon Angebote aber ja keine attraktiven Angebote und außerdem ich habe ja gerade erst angefangen in Imperial ich habe noch nicht mal meine Probezeit hinter mir ich habe noch nicht mal wann ist die vorbei nächsten Oktober drei Jahre ist die Probezeit ich muss noch ganz viel Training machen was ist eigentlich die Job Description da also ist eine dumme Frage aber was wird da getestet in der Probezeit was müssen sie da machen nein also die Job Description ist mach Wissenschaft und sprich drüber das erfülle ich aber für die Probezeit muss man muss man das Training zum Hochschul keine Ahnung wie man das auf Deutsch sagen soll aber zum Hochschullehrer machen also es gibt so ein Zertifikat in England dass man also Higher Education Teaching Blah Certificate und dafür muss man muss man verschiedene Kurse machen und man muss auch in seinen Vorlesungen also wie im Referendariat hier bei der Lehrerausbildung dass man eben die beobachtet wird und dann Feedback kriegt und so und das muss man machen und dann kann man kann man eben sich auf dieses Zertifikat bewerben und es dann hoffentlich kriegen das habe ich aber noch nicht gemacht also ich habe zwar die Trainings fast alle gemacht aber ich habe die Lecture Beobachtungs Blah noch nicht gemacht im Wesentlichen weil ich nicht so genau weiß wie ich das administrativ organisieren muss wer das wann wo machen muss aber das kann man bestimmt rausfinden das könnte man bestimmt rausfinden aber ich habe vorhin schon gesagt ich habe so ein Problem mit administrativen Sachen Sie treffen ja Leute die ganze Zeit mit denen Sie reden im Zweifel auch viele PolitikerInnen nein nicht viele sehr wenig Politiker oh wie schade ich wollte Sie nämlich fragen sind Ihnen mal PolitikerInnen über den Weg gelaufen die Sie empfehlen können wo Sie sagen die haben mich beeindruckt das fand ich jetzt interessant das ist eine interessante coole Person also ich habe mich also ich habe wenig mit PolitikerInnen zu tun gehabt also wirklich aktiven PolitikerInnen ich habe also was ich relativ viel gemacht habe ist so dass ich Vorträge gehalten habe oder so jetzt im Entwicklungsministerium oder jetzt es gibt so Londoner Diplomaten Circle oder so aber das ist halt naja man hält einen Vortrag und dann gibt es danach noch ein paar Fragen und dann dann war es das aber auch wieder also es ist jetzt nicht dass ich irgendwie viel echt Zeit oder echte intensive Gespräche habe also ich habe zweimal längere Gespräche mit jetzt habe ich den Namen vergessen Svenja die war Umweltministerin jetzt ist sie Entwicklungsministerin Schulze ja genau gehabt das war die wusste viel das hat mich also beeindruckt was die alles wusste und sieht und so aber ja ansonsten ist also ja habe ich wirklich ganz wenig dass ich echt Zeit mit PolitikerInnen verbracht habe gibt es jemanden den sie gerne treffen würden weiß nicht es ist schwierig es kommt halt darauf an unter welchen unter welchen Umständen worum es geht also also ich würde jetzt nach wie vor denke ich dass jetzt so Leute wie Habeck oder so eigentlich viel richtig machen aber ob ich den treffen möchte weiß ich nicht ich glaube weiß nicht ob ich dem so viel helfen kann warum glauben sie das naja weil ich denke dass er die sachen weiß die ich zu sagen habe aber dass er andere Probleme hat oder warum denken sie das dann ja oder halt so einfach andere andere Sachen vielleicht sieht die ich nicht sehe oder als wichtiger ansieht als ich oder so ja es wäre schon mal interessant aber er war ja auch schon zu Gast in diesem Podcast vielleicht hört er das ja den habe ich mir sogar angehört den Podcast also ich habe auch Sie haben noch einige Folgen angehört habe ich ja ich habe auch das A und B Spiel schon mal gehört aber das hatte ich irgendwie nicht als A und B Spiel bei mir abgespeichert ja ja ähm warum sind sie eigentlich nicht mehr auf den Social Media aktiv äh naja also das muss man das ist ja auch ein Skill den man haben muss und ähm also wofür man Sie werden doch Sie müssen doch diese Prüfung machen wo Sie nachweisen müssen dass Sie über Wissenschaft reden da wäre das doch super wenn man auf diesen Kanälen aktiv wäre aber also da muss man ja Zeit investieren und und ich also ich glaube also ich meine ich habe ja ein Twitter Profil und ich tweete auch ab und zu mal und ich habe also auch weiß ich nicht 24.000 Follower oder so ich weiß nicht vielleicht habe ich falsch geguckt aber der letzte Tweet ist eventuell etwas her ja also es ist nicht oft dass ich dass ich was mache also weil ja ähm es heißt ja nicht mal mehr nein es heißt jetzt Ex aber egal Tweet Entschuldigung aber ich habe da merkt man schon zehn Jahre ignorieren bis es ja da merkt man schon wie doch Social Media so ein bisschen Faszination auch verloren hat muss man sagen ja aber also ich glaube halt nicht dass ich über Social Media mehr erreichen kann als eben die sag ich mal meine eigene Bubble und dafür ist Twitter oder Ex gut um den Kollegen zu sagen guck mal ich habe ein neues Paper das mache ich ich gucke mir auch also das ist auch der eins das ist auch die Leute denen ich auf Twitter folge sind genau das eben um zu gucken wer hat dass ich eben die Paper nicht alle lesen muss sondern dass ich mir die Twitter Zusammenfassung durchlesen kann aber ja also ich habe glaube ich weder das Talent noch Lust dazu jetzt mir Gedanken zu machen wie könnte ich über Social Media andere Gruppen erreichen also da hätte ich überhaupt keine Ahnung wo ich da eigentlich starten soll während ich das Gefühl habe mit sag ich mal klassischen Medien erreiche ich deutlich mehr also wenn ich wenn ich halt einmal mit der Daily Mail rede was also immer sehr anstrengend ist aber also können wir das einmal kurz übersetzen was die Daily Mail also die Bild-Zeitung ja von Großbritannien genau also ungefähr ja ungefähr und wenn ich halt mir einmal Zeit nehme und mit denen rede und dass das dann so ist was faktisch korrektes schreiben was also schon öfter mal passiert ist glaube ich dass ich damit einfach viel mehr erreiche von jetzt sage ich mal den Leuten die die ich gerne erreichen möchte als wenn ich jetzt versuche irgendwie mir ein Instagram Following zuzulegen von Leuten ja also ich hätte da eben keine Ahnung wo ich überhaupt starten sollte damit es eben Menschen sind die nicht sowieso in eben meiner meiner Bubble sind und wie erreicht man die die nicht in der Bubble sind wir waren da vorhin mal kurz aber dazu müsstet ihr Tony einladen wen einladen Anthony Leisowitz der ist Professor in Yale und der macht ganz viel Forschung zu Kommunikation und eben gerade Klimawandel Kommunikation also der hat ein also sein berühmt geworden ist er mit einer Studie die heißt The Six Americas wo er eben wo sie eben rausgeguckt haben er und Kolleginnen also was für Gruppen gibt es in den USA im Sinne von deren Einstellung zum Klimawandel und da gibt es eben also einmal die 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 Six Americas also die Six Americas Ja genau die sechs die sechs verschiedenen Vereinigten Staaten und es gibt eben am einen Ende des Spektrums die totalen Climate Deniers die eben Verschwörungstheoretiker völlig verloren wo es eigentlich wo es eben überhaupt nicht um Inhalte geht sondern sondern wirklich um Ideologie und dann am anderen Ende die eben die Alarmt die eben sich große Sorgen um Klimawandel machen und dazwischen gibt es dann halt ein Spektrum von verschiedenen die halt von interessiert bis aber aber nicht sehr informiert bis nicht informiert und nicht interessiert aber könnte man vielleicht trotzdem wenn man halt Themen die sie interessieren hat erreichen und dann basierend darauf testen und forschen er und sein Team eben daran wie kann man eben genau diese verschiedenen Gruppen die eben nicht total verloren sind wie kann man die erreichen über welche Medien mit welchen Messages wie kann man mit welchen Themen das gilt ja in Deutschland ich meine es ist nicht also nicht hundertprozentig vergleichbar aber in Deutschland wenn man sich diese Studien anschaut die jetzt auch gerade in der Zeit veröffentlicht worden ist merkt man das ja eben auch dass es doch einen großen Konsens gibt der sich dann nur unterscheidet zwischen ja aber oder nein aber aber nicht grundsätzlich also das ist eben den größten Teil der Gesellschaft der ist eben weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung verloren ja und potenziell auf jeden Fall erreichbar ja aber ja ich habe jetzt ein neues Projekt zusammen mit Toni vielleicht weiß ich dann bald mehr aber ja das ist eben eine schwierige Frage wie erreicht man wie kann man eben die Themen so das eben worüber wir ja schon ganz viel gesprochen haben rauskommt dass es eben nicht um Verbote geht sondern um Verbesserung der eigenen Lebensqualität ja was wir noch gar nicht angesprochen haben ist es gibt ja so eine vielleicht nochmal eine andere Denkrichtung wir wissen zwar noch nicht so genau wie aber es gibt erste Ansätze wir lösen es technisch wir werden es nicht technisch lösen es ist kein technisches Problem wir lösen es technisch wir erfinden einfach Sachen die CO2 aus der Atmosphäre holen und in den Boden schnubbeln und dann haben wir kein Problem habe ich gelesen sie gucken sehr beliebtes Thema also Christian Lindner hat es glaube ich auch schon mal gesagt es ist ein wahnsinnig tolles Thema um also kicking the can down the road wir müssen einfach innovativ werden ja natürlich und es gibt ja auch also es gibt ja Möglichkeiten und erste es gibt Startups die richtig viel Geld kriegen um Dinge weiterzuentwickeln die das tun genau muss man nicht am Status Quo rütteln kann man Geld wieder irgendwo anders hinstellen die Menschheit hat noch immer einen Weg gefunden durch Innovation sich weiterzuentwickeln ich liebe es wenn du so ein Anführungszeichen sprichst ich finde ich denke das auch manchmal also es ist jetzt nicht so ich finde es vielleicht nicht so albern wie ich es darstelle aber die Innovation durch die die Menschheit sich weiterentwickelt hat hat also fast immer war das hat sie sich weiterentwickelt für ganz wenige und war jetzt echt nicht so toll für die große Mehrheit also ich meine die industrielle Revolution die war für den ganz Großteil der Menschheit war das also ich meine wie jetzt im viktorianischen London der Großteil der Menschen gelebt hat und die Lebenserwartung wie unglaublich die runtergegangen ist mit Beginn der Industrialisierung ist also finde ich nach wie vor schocking dass wir eben trotzdem denken oh aber damit hat doch die ganze Welt so unglaublich große Fortschritte ja Moment aber das ist ja nur die halbe Geschichte die wahre halbe die zweite Hälfte der Geschichte ist natürlich gab es die diesen frühkapitalistischen Wahnsinn und dann wurden so marxistische Theorien darüber erfunden und dann hat die Geschichte aber das korrigiert das ist eigentlich ein super Beispiel dann hat die Geschichte das korrigiert im globalen Norden und das Problem verlagert in den globalen Süden okay das ist jetzt sehr weit weitergedacht aber wenn wir bei London bleiben ja also sozusagen oder Großbritannien spielte da ja auch eine super Rolle dann ist doch die ganze Marxismus Leninismus Kommunismus Nummer und auch die ist doch daran gescheitert dass das sozusagen die Revolution blieb fundamental aus weil sich die Verhältnisse auch wieder verbessert haben es hat sich korrigiert es sind neue Dinge dazu gekommen dazu geführt haben dass auch normale einfache Leute plötzlich ein besseres leben weil man eben Menschen anderswo auf der Welt ausgebeutet hat nur deswegen also das hätte man vielleicht nicht so machen müssen aber so ist es gelaufen ja 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 die einzige Erklärung also Weltrevolution blieb aus weil man das exportiert hat in andere Erdteile ja also in der Skala von mehreren hundert Jahren würde ich zustimmen aber lokal also das ist halt immer nur die halbe Geschichte der Industrialisierung die am Anfang zu wirklich grotesken Zuständen geführt hat also sowas wie Marx ist ja nicht denkbar ohne das ja aber dann sind halt Dinge passiert die das auch wieder korrigiert haben und die Hoffnung ist halt wir werden das korrigieren und wir werden neue Ideen haben wie wir damit also natürlich natürlich hat sich dann auch wieder die Lebensqualität also von ungefähr 1930 bis 1970 hat sich die Lebensqualität angeglichen in in den zwischen Arm und Reich im globalen Norden und natürlich hat sich da also für Londoner viel verbessert und ich meine nachdem dann keine Arbeitskräfte mehr da waren weil sie alle viel zu schnell gestorben sind hat dann irgendwann jemand mal auch in Abwassersysteme investiert ja das das ist sicher passiert aber trotzdem ist ja die Problem also ich meine selbst wenn wir das wenn wir das Problem mit dem CO2 angenommen wir würden das tatsächlich lösen dadurch dass man jetzt irgendwie künstliche Bäume das holen wir aus der Luft dass man dann aus der Luft wieder rausholen kann das hat immer noch nicht dass die ganzen anderen Folgen dieses sag ich mal dieses extraktionistischen Wirtschaftssystems das eben ich meine jetzt ist es halt dass im im Kongo die Wälder abgeholzt werden und die Natur zerstört wird damit eben Minen nach seltenen Erden und Menschen leben da ja jetzt nicht verfeuert aber 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 eben einfach weggeworfen werden um damit wird das Problem zwar verschoben aber das das Problem dass dieses dieses ja alles alles aus aus dem Planeten und aus den Menschen irgendwie rauszuholen und eben nicht das in einer Art und Weise zu machen das halt langfristig funktioniert ich meine und wenn wenn wir denn das aus der Atmosphäre alles wieder rausholen und dann alles Öl weg ist und dann dann fangen wir dann an mit erneuerbaren Energien und fangen wir dann an aber ich meine dann haben wir immer die ganzen anderen Probleme mit der Abholzung des Regenwaldes und so die haben wir immer noch alle also der Klimawandel ist ja kein ist ja kein einsames Problem in Isolation das jetzt reine Physik und reines Treibhausgasen aussondern das ist ja das ist ja ein ein soziales wirtschaftliches Problem mit sozialen wirtschaftlichen Folgen nochmal an also wir reden ja über die die den Lebensstil den Menschen haben am Ende der wird ja auch gerade neu verhandelt und wenn man es von also wenn man jetzt nicht Christian Lindner Innovation wird das Problem lösen ich versuche das nur irgendwie zu vereinfachen wenn man dieser Richtung nicht anhängt eine zweite Denkrichtung die auch schon seit den 90er 80er 90er Jahren existiert spätestens ist ja wir müssen einfach ein frugales Leben führen es ist ja also diese Innovation wird es nicht geben wir müssen einfach unseren Footprint reduzieren als Menschen es geht einfach nicht mehr dass ich ständig bei Amazon packe ich einen Schuh nach dem anderen und einen was auch immer Kleinst Sendungen durch die Gegend schicke weil es ist einfach irre das zu tun und das wird ja immer schlimmer als exponentielle Ressourcen Verschwendung ich sollte einfach wieder anfangen nicht zu konsumieren auf kleineren Flächen leben so wie in den 50er Jahren Sachen zu konsumieren die halt halten also ich meine ja natürlich möglichst gar nicht so wenig wie möglich und alle dann ist auch wieder gut ja das Wort frugal finde ich irgendwie das klingt so wie zurück auf die Bäume das heißt ja das klingt so wie Rückschritt aber ich meine das ist ein Rückschritt auch wenn ich wenn ich sozusagen auf mein jetziges Leben blicke ich kann halt wenn ich weiß nicht um 15 Uhr eine Bestellung bei Amazon habe ich morgen ein japanisches Chili Streusalz was ich sonst nix kriege in einem kleinen Päckchen das mir zugestellt wird das ist ja irre irre das ist ja irre das ist ja eigentlich irre ja aber also warum muss ich das haben ich kann ja auch warum muss man das haben aber deswegen ist es doch kein Rückschritt das nicht zu haben sondern es ist doch ein wahnsinniger Fortschritt das nicht zu haben sondern also irgendwie auf eine andere Idee zu kommen was man stattdessen verwenden könnte ja aber das System das ist ein beschissener Begriff hat mir die Macht verliehen ein bestimmtes japanisches Gewürz morgen in meinem Briefkasten zu haben und das ist natürlich Quatsch ich brauche das japanische Gewürz nicht ich sollte einfach dieselben Schuhe zehn Jahre lang tragen die auch noch nicht von Tieren stammen sondern aus irgendeinem Kunststoff sind aber natürlich einem besonders nachhaltigen und so weiter und so weiter das wäre ja auch eine Vision wir produzieren lokal das ist eine Vision lokal alle Nahrungsmittel aber das ist eine Vision für die man heutzutage ausgelacht wird nö gar nicht also es wäre es ist nur so radikal anders wie das wie die Welt in der wir gerade leben dass man sich es kaum vorstellen kann wie das dann sein wird aber es ist doch trotzdem eine Vision und es ist doch auch also ich meine ja also ich meine wir haben vorhin drüber geredet wir konnten uns nicht vorstellen dass unsere Regierungen uns einsperren und es ist trotzdem passiert also warum können wir nicht die positiven Visionen versuchen eben nicht uns hinter Zynismus zu verstecken sondern sagen also ich meine wie will man eine Gesellschaft Fortschritt in einer Gesellschaft haben wenn man also das einzig Positive ist zurück in die 60er Jahre und alles andere ist als mit Gutmenschentum als irgendwas wahnsinnig Negatives abgestempelt und wir verstecken uns alle hinter Zynismus das man sowieso nicht ändert hat ich weiß gar nicht ob das so zynisch gemeint also Entschuldigung ob das so zynisch gemeint war also sozusagen eine eine Weltsicht wie könnte das eigentlich wirklich funktionieren außer wir haben jetzt ganz viel Solarenergie habe ich gelernt und Windenergie das sind die einfachsten Sachen die wir machen können und bitte fahrt jetzt nicht mehr zu viel Auto und macht das mit dem Stahl anders und baut anders Häuser soweit gut und mein persönliches Leben sollte ich auch mal grundsätzlich überdenken und das führt ja auch den Kapitalismus an seine Grenzen ja also sozusagen die Vorstellung von Wachstum funktioniert nicht mehr die ganze Ökonomie müsste sich komplett transformieren also es müsste eine andere Ökonomie sein ja das ist ja schon relativ groß ja macht das was ich kann es also nee aber wie 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 also ich finde wir hatten schon bescheuertere große Ideen ja die wo trotzdem alle mitgegangen sind da könnte man doch mal eine positive große Idee versuchen und wenn wir jetzt einen Tag in der zweiten Hälfte des 21 ein gelungener Tag in der zweiten Hälfte des 21 Jahrhunderts wie wäre der so ja also man steht morgens auf es ist leise es ist leise man hat keinen Autolärm weil man fährt man wirkt sich nicht mehr fort man ist zu Hause gibt es eigentlich nein 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 überhaupt gar nicht man steigt in den Bus man hat Busse man hat in den Hyper Trums man hat schnelle schnelle Züge aber eben die nicht die eben nicht wahnsinnig laut sind und eben nicht die ganze Stadt in Anspruch nehmen sondern die eben Transportmittel für mehrere Leute sind und nicht nur für eine Person das ist doch kein das ist doch also ich meine diese Idee man bewegt sich nicht ist doch nein geh mal weiter gibt es selbstfahrende Autos die mit irgendeiner nachhaltigen Energieform Leute von also auch so nein selbstfahrende Autos da gibt es nur noch Züge ja also zumindest irgendwas was auf auf berechenbaren Wegen also nicht Fifth Element und jetzt wohne ich aber in so einem ich wohne wirklich am Ende Berlins ja da wird nie ein da wird sowas nicht halten okay die S-Bahn hält da naja also wenn die S-Bahn da hält ja okay also Jochen nimmt mir S-Bahn die fährt dann auch pünktlich und ist nachhaltig und so weiter okay also ich meine wenn man wenn man nicht die ganzen öffentlichen Gelder und so in 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 ganz viel in Straße stecken würde und in allen möglichen Streusel sondern sagt okay wir wir stecken unsere Geld und unsere Energie in ein zusammenhängendes öffentliches Nahverkehrssystem könnte man glaube ich deutlich besser machen als was es jetzt ist und ich meine so schlimm also ich weiß nicht wie in Berlin aber also in London zumindest ist jetzt der öffentliche Nahverkehr ziemlich gut also in großen Städten geht es schon und da muss eigentlich keiner Auto fahren meinen aber trotzdem ganz viele dass sie es müssen also ich habe versucht wirklich wirklich versucht mit der S-Bahn jeden Morgen zur Arbeit zu fahren das Problem ist ich muss pünktlich bei der Arbeit sein also in Berlin ist es tatsächlich so sehr viele Eltern die ich kenne mit kleinen Kindern die eigentlich Grünen Wähler sind am Ende nicht die Grünen gewählt haben weil das Verkehrssystem nicht funktioniert wir waren beim frugalen also bei der Vision zweite Hälfte 21. Jahrhundert wir haben es geschafft wie leben wir dann wir fahren Berliner S-Bahn die kommen pünktlich und so weiter das habe ich jetzt verstanden ich wollte noch fragen gibt es Internet noch warum nicht ich weiß nicht es verzieht wahnsinnig viel Energie aber das machen wir alles mit Windkraft ich meine also es ist ja jetzt nicht so dass dass alle dass die einzige mögliche Energiequelle fossile Brennstoffe sind das ist nicht der Fall das ist heute schon nicht der Fall ja und das haben wir komplett diesen Turnaround haben wir dann kompletiert es gibt nur noch ich frage womit ach nee Autos gibt es nicht mehr aber Busse womit fahren die elektrisch ja Wasserstoff elektrisch elektrisch Wasserstoff ist Quatsch also für die allermeisten Anwendungen für die Wasserstoff heutzutage diskutiert wird ist Wasserstoff Quatsch warum eigentlich weil es weil es viel weniger energieaufwendig ist das Auto mit einfach mit Strom zu fahren als den Strom zu nutzen um den Wasserstoff herzustellen der Verlust ist halt so groß Strom zu transportieren ist ja jetzt nicht ganz man verliert halt irre viel also es ist nicht so effektiv ja aber es ist noch viel weniger effektiv den Strom zu nutzen um Wasserstoff herzustellen und dann damit das Auto zu fahren okay das heißt E-Autos ich meine das ist jetzt nicht so meine wahnsinnige Expertise da gibt es also andere Leute die in die Zahlen alle vorrechnen können aber jetzt zum Beispiel für Schwertransporte oder so würde das würde das einen Sinn machen aber jetzt so normalen Krankenwagen ist deutlich besser mit Strom also deutlich energieeffizienter mit Strom als mit Wasserstoff also das ist die Technik die jetzt bleibt die wird nicht nicht nochmal ersetzt durch die nächste Technik keine E-Autos das ist es jetzt was weiß ich aber also zumindest kann man E-Autos so fahren und bauen dass es eben mit erneuerbaren aber ich meine ich habe ja vorhin schon kurz gesagt jetzt auch Batterien und E-Autos ist ja jetzt nicht völlig verlustfrei und ressourcenfrei herzustellen und auch dafür braucht man Rohstoffe und ja auch mit denen muss man sinnvoll umgehen also jetzt jeden Verbrenner mit einem E-Auto ersetzen ist totaler Quatsch so und dann habe ich also ich nehme an ich gehe zu irgendeiner Arbeit oder die Arbeit kommt zu mir nach Hause wie auch immer und dann mache ich Urlaub also und das mache ich dann im Nachbarort warum also ich nein ich frage doch nur nein sie fragen nicht sie sie legen jetzt mir in den Mund dass das alles was nur geht ist oh man man sitzt also nur zu Hause und sieht niemanden mehr und sie darf die Welt nicht mehr sehen und und alles was irgendwie toll ist machen wir jetzt nicht das ist das ist eben genau das was was Blödsinn ist also ich meine warum wenn wir jetzt also anstatt über irgendwie Wasserstoffheizung oder irgendwas wo das überhaupt keinen Sinn macht zu reden könnte man auch sagen okay also das was wir eben nicht wo wir jetzt noch keine funktionierende Technologie haben wie man das ohne CO2-Ausstoß ohne fossile machen kann ist zum Beispiel Flugbenzin da stecken wir jetzt Forschung rein während wir aber natürlich all die Sachen die wir wissen wie es geht jetzt machen und wir reden eben auch nicht darüber was man alles nicht mehr machen darf oh mein Gott ich darf nicht mehr über die Straße gehen und totgefahren werden weil es nicht mehr irren Autoverkehr in jeder Straße gibt oh wie schrecklich sondern wir reden vielleicht darüber okay ich kann aus meinem Haus gehen morgens und ich ich brauche keine Ohrstöpsel wenn ich das Fenster zur Straße aufmache sondern ich lebe in einer Stadt wo also nicht all die armen Menschen die an den vielbefahrenen Straßen wohnen an Asthma leiden wegen der Belastung durch die Partikel in der Luft die ja mit dem CO2 gar nichts zu tun haben sondern wo also auch in in jeden Stadtteilen die Luftqualität so ist dass also Menschen relativ gesund leben können also warum warum können wir nicht über diese Dinge reden warum müssen wir über all das also warum müssen wir so tun als wäre das Leben jetzt das beste das es jemals sein kann ist es nicht habe ich nicht gesagt aber es ist interessant dass sie so leidenschaftlich sind also es interessiert mich ernsthaft wie so eine Vision für eine Gesellschaft wäre ja also ich hatte jetzt eher nach einem positiven nach einer positiven Vision gesucht wie würde wie wäre so eine Welt weil was ja klar ist ist dass relativ fundamentale Veränderungen notwendig sind und ein Vorwurf an Politiker ist ja stets die sagen eigentlich nicht was Sache ist ja die sagen nicht wie es wie es sein sollte wie es sein muss wo wir hin müssen niemand sagt so muss so wird es ungefähr so wird es sein also mein Problem ist eher dass niemand sagt wo wir hin wollen also ich meine es geht doch darum was ist denn gut an der Welt in der wir heute leben was wollen wovon wollen wir denn mehr was wollen wir denn erhalten und dann gucken okay und was was wollen wir möglichst nicht erhalten und dann wie kann man eben das wie kann man eben das erreichen und also ich meine was gut ist ist eben dass ich morgens um vier in London joggen gehen kann und mich dann nachmittags um vier mit ihnen hier in Berlin treffen kann das ist gut das möchte man erhalten was aber überhaupt nicht gut ist ist ja wie viele tausende Menschen jedes Jahr im Straßenverkehr ums Leben kommen wie viele Menschen beeinträchtigt werden dadurch dass sie unglaublich verschmutzte Luft einatmen den ganzen Tag wir möchten nicht dass Menschen weiterhin in Hitzewellen sterben wir möchten wir möchten nicht dass Kinder nicht draußen spielen können weil es zu gefährlich ist weil es zu viel Straßenverkehr gibt ja ich bin jetzt nicht mehr so wahnsinnig kreativ aber ich meine wir möchten dass Menschen Zugang zu Bildung haben dass Menschen also auch dass alle Menschen auch wenn sie jetzt vielleicht gehbehindert sind oder so in ihrer Stadt in ihrer Umgebung dahin kommen wo sie hin wollen wir möchten also dass es eben leicht zugänglichen öffentlichen Nahverkehr gibt also ich meine wir können ganz viele Sachen uns überlegen die auf der Positivseite sind und dann kann man gucken okay was muss man machen um mehr davon und das besser und was wollen wir nicht da muss man nach Wien ziehen weil da gibt es viel davon wir ziehen alle nach Wien gerade naja ist verrückt bester Nahverkehr in einer Metropole in Europa brauchst kein Auto Mietpreise sind unten ist wirklich verrückt okay also in London braucht man auch kein Auto aber Mietpreise sind bisschen anders ja okay dann würde ich sagen Fagus Silvatica mit 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 mietpreise mit mietpreise Vielen Dank.